Okay, wir sind jetzt in der geheimen Höhle. So, you two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Uroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdrawal order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. So, I've already forgotten the Steuerung. It's a bit weird, right? I'm just a bit in GTA-Fieber. I play so much for a bit through, right? And that's why I always have to do everything. Yeah, it's so. I think all of them should be on one thing. If there is a connection, if there is a connection, if there is a connection for Africa, I'm not sure. But if we don't have to talk about it, we don't have to talk about it. What's wrong with it? Yeah, it's crazy. Guck dir mal seine Arme an. Jemand mit solchen Armen kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. But that's why you go to the fitness studio. Willst du auch mal so aussehen? Hey, but... Der Kopf ist so eine kleine vertrocknete Rosine. Findest du? Also so schlimm ist sein Kopf jetzt auch nicht. And with two Meloden links und rechts. Der Mann sieht gut aus. Das ist so absurd groß. Der Mann sieht gut aus. Der sieht nicht gut aus. Wenn du so... Dann brauchst du niemanden verheimlichen, dass du irgendwelche Steroide nimmst. Denkst du... Also willst du mir sagen, Chris Redfield ist auf Steroiden. Davon bist du jetzt überzeugt. Hundertprozentig. Denkst du wirklich? Hundertprozentig. Der hat sich gedacht, naja, Wesker, ne? Der... Gegen den kann ich nichts machen. Ich will aber auch den Virus nicht nehmen. Also nehme ich zumindest Steroide... Aber in meinen Augen klingt das vernünftig. In meinen Augen klingt das irgendwie erschreckend vernünftig. Na gut, er hat ja auch nicht allzu lang zu leben, ne? Also insofern ja. Naja, stimmt ja nicht. Chris Redfield, der wird doch uralt. Er lebt doch immer noch. Naja, aber zumindest lebt... Also er hat einen Beruf, in dem er nicht alt wird. Dafür... Ist aber doch echt alt geworden. Ja. Das ist aber auch... Plot-Armor. Ey, hier geht's auch hoch, ne? Soll ich da mal hoch gehen? Aber ich find's interessant, dass die Serie Resident Evil so an ihrem Chris Redfield hängt. Weil der steht ja irgendwie auch für... Patriotismus... Amerika... Chris Redfield steht für Amerika. Also, die Frauen sind weniger patriotisch, aber Leon S. Kennedy ist Polizist. Ich brauch Hilfe! Ich werd ausgesaugt! Ja, ja, aber... Okay, so? Ja. Okay, ist tot. Jetzt tut mir leid, hab ich ein bisschen spät reagiert. Wann noch ein bisschen Loot? Ich hab dir Munition mitgenommen. Oben hängste Skelette, ne? Die kannst du runter messern. Da gibt's auch ab und zu Indianerschmuck drin. Du meinst amerikanischer Ureinwohner? Ja, ja. Amerikanischer Ureinwohner-Schmuck. Ich hab ganz vergessen, dass ich hier mit einem Mann politischer Correctness spiele. Mir ist das sowas von scheißegal. Ich will nur den Ärger nicht. Da gibt's keinen Ärger. Keiner in meinem Chat ist böse auf mich. So. Außer im Indianer... Ich mein, amerikanische Ureinwohner-Debatten sind ja auch ziemlich out jetzt seit den Willetuteln. Ja, find ich schade. Find ich voll schade, weil ich hab die als Kind gefeiert. Ich fand die auch gut. Ich mag auch Prey. Diese Verbundenheit zur Natur, das fand ich alles immer mega toll. Ja, aber das ist auch schon wieder Rassismus, was du da betreibst. Ja, weiß, ich weiß. Die Verbundenheit zur Natur, das sind die ja gar nicht alle. Ich weiß, ich hab das ja grade beschrieben, wie ich das als Kind wahrgenommen hab. Aber es gibt schlimmere Vorbilder, die man haben kann. Ja, du musst halt dann sagen, ähm, popkulturelle Indianer. Dann ist es cool. Das ist wie, wenn du sagst, ich mag Popkultur-Nazis. Das ist in Ordnung, weil die findest du cool, wenn sie auf die Fresse kriegen oder wie sie reden. Die haben aber nichts zu tun mit denen aus der Realität. Da bist du immer auf der sicheren Seite. Weil ich find, Nazis sind immer noch so einer meiner absoluten Lieblingsgegner. Die kann man einfach immer wegballern. Ja. Man, man, also sie sind so gut zu dämonisieren. Und so tolle Antagonisten. Ja. Hammer. Du hast auch direkt die Uniform. Du hast diese perfekte Kleidung des Bösen. Ja. Du musst nicht wie Darth Vader dir was ausdenken. Nein, einfach eine Nazi-Uniform. Jeder weiß sofort, was Sache ist. Das ist irgendwie echt abgefahren. Aber die sind auch so richtig schurkisch, ne? Diese Uniformen. Dann auch Totenköpfe und Blitze und so ein Krab. Das ist so aus einem Comic gegriffen. Red Skull-mäßig. Captain America. Du kennst doch den Sketch, ne? Are we the baddies? So, das ist wirklich exakt das. Ja, ja. So zwei Nazi-Offiziere darüber diskutieren, was sie da an ihren Rüstungen alles haben, an ihren Uniformen. Ob das nicht irgendwie signalisiert, dass sie vielleicht zu dem Bösen gehören? Ja. Man hätte sich ruhig die Gedanken auch mal machen können. Aber damals war alles so martialisch. Die hatten alle so'n Shit. Ja, ja. Auch hier die Stalin-Uniformen und so, ne? Ja. Einfach immer irgendwelche Totenschädel, Knochen, irgendwelche komischen. Ja, du willst ja auch Angst und Schrecken verbreiten. Ja, damals hatte das ja auch noch alles irgendeine Bedeutung, die überhaupt nicht so war wie heute, ne? Damals war das einfach ein Symbol von irgendeiner... Oh, hier ist ein Spinn! Ah! Guck mal, hier diese Feuerschalen musst du zerhacken, da ist Kram drin. Ne, man, auf die Spinnen musst du schießen! Hast du wirklich Angst vor Spinnen, so richtig, dass du sagst, oh Gott, ich geh an die Decke? Ich hasse das, dass das Leute so tun, als wär das eine abnormale Angst. Das ist wahrscheinlich eine der Urängste, die in Menschen angelegt sind. Ja, ne, wenn du Angst hast, hast du Angst. Ja, Angst nicht. Also, ich guck's mir super ungerne an. Also, in echt hab ich Angst. Also, virtuell guck ich nur ungern hin und erschreck mich. Aber, in echt? Hör mir auf. Also, wirklich eine Vogelspinne, in echt, in so einem Aquarium, Terrarium. Ey, da merk ich richtig, da krieg ich direkt Herzrasen und so. Das ist überhaupt nichts, wo ich, äh, wo ich für bin. Ne, also, mir macht das gar nix. Also, Insekten allgemein, meine Freundin ist da so, ja, nicht ganz so schlimm, aber natürlich kein Freund. Und, die sagt dann immer, mach das weg, mach den Käfer da weg und so. Ich lass auch immer alles am Leben. Ich fang das eigentlich meistens mit der bloßen Hand, weil das tut mir ja eh nix. Ne, ne, also, Spinnen muss auch ich leider weg bringen. Ah, 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 ich bin fast tot. Du tötest die Spinnen. Du tötest die Spinnen. Nein, ich töte, ich töte generell keine, gar nichts, keine Insekten oder so. Also, ich töte nur Stechmücken, die töte ich. Ich hoffe dabei, bei irgendwelchen Mücken schon blöde. Ne, Stechmücken, weg. Ich weiß, ich hasse die ja auch. Weg. Und nur, weil ich sie hasse, darf ich sie nicht umbringen. Ja, ne, so hart kickt bei mir der Buddhismus noch nicht rein. Also, ne, die dürfen weg. Shiver! 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 Gnadenlos weg mit den Viechern. In dem Raum war ein Edelstein. Ach Gott, ich hab doch so viel Geld. Die Leute wollen das hier ganzen Edelsteine hier noch irgendwie suchen und looten. Ja, die Leute, obwohl es ja nicht mal ihr Spielstand ist. Ne, aber das ist dieser Autismus, der irgendwie im Internet herrscht, ne? Ja, aber ich find das total schön, weil das irgendwie zeigt, dass die Leute, die brauchen das für ihr... Also, die wollen, dass wir das machen, weil in ihrem Kopf das nötig ist. Aber ich bin super reich. Weil sie diese Sucht haben. Hm? Ich bin super reich. Ja, du hast schon genug, ne? Aber ich kann das voll verstehen. Ich hab super viel, ja. Ich will auch immer, dass die Leute das dann alles einsammeln. Man ist irgendwie, man wird nervös, wenn es noch rumliegt. Eui, eui, wir brauchen Heilung gleich, ne? Ich werd nervös, wenn wir jetzt hier sterben. Ja, ich auch. Normalerweise haben wir Leute, die irgendwie schreiben, beim drei Monate alten Video... Oh ja, das kenn ich. ...schreiben die noch... Ey, da links hast du noch irgendwie ne Münze übersehen. Das kenn ich. Bei, bei Minute 3, 20... Vor 15 Jahren bei Minute 3, 20 hast du ne Münze übersehen, das kenn ich. Ey, wirklich, hab ich sowas von heute schon gesehen? Ich glaub, sie wollen's nur schreiben. Sie wollen gar nicht, dass... Naja, es gibt ja nichts Schöneres als, äh, recht zu haben. Lass mal ein bisschen tauschen. Gib mir mal die Shotgun-Muni. Ich hab dir eben wieder Maschinengewehr-Munition gegeben. Okay, Moment. So. Gebe ich dir sehr gerne sogar. So. Aber mir geht's ja genauso, wenn ich Leuten zugucke bei einem Let's Play oder so... ...und die nicht genauso spielen, wie ich's gerne hätte, weil ich spiel's ja quasi durch... ...drehst du durch. ...drehst du durch. So, warte mal. Dann wird Simon zum Tier. Lern Sie, was irritiert mich? Oh, da wär noch ein rotes gewesen, hätten wir schön... ...mischen können. Naja. So. Wir haben noch genug. Wir könnten auch... Du könntest dir so viele Sprays kaufen. Ich könnte den Laden mehr kaufen, ja. So, machen wir mal die Taschen vollkommen, hier ist so viel Geld. Wir sind so reich. Meta-Gym zum Beispiel schreibt in meinem Chat... ...der kann sich noch erinnern, dass ich mal aus einer Rocket Beans-Sendung rausgelaufen bin, weil da eine Vogelspinne zu Gast war. Und das stimmt. Das war aber auch so, dass ich gefragt wurde, ob ich da mitmachen will. Das war Earth Defense Force. Und, ähm, ob ich da mitmachen will. Ich meinte, ich mach mit, aber nur, wenn du keine reale Spinne oder so reinbringst. Und mir wurde versichert, mehrfach versichert, äh, von Budis Bruder, dass da keine Spinne kommen wird. Und dann wirklich eine Minute vorher, als ich noch meinte, hier, da ist noch jemand, hat der eine Spinne dabei oder was? Und meinte er, nee, da hat da keine Spinne dabei. Und dann hat er eine Spinne dabei und dann bin ich rausgegangen, weil ich mich nicht belügen lasse bei sowas. Und das auch ganz schäbig ist, sowas nicht zu sagen, finde ich. Weißt du, es gibt... Es gibt ein paar... Ich hab' noch... Da bin ich heute noch pisst drüber. Es gibt ein paar Sekten, die finde ich auch nicht so geil wie zum Beispiel, ich mag Hundertfüßler nicht. Ja, das ist zum Beispiel halt komplett bescheuert. Weil das ist doch echt gefährlich, die Viecher. Du meinst, diese ganz langen... Diese richtig dicken, ja, die so richtig dicksen. Nicht die Tausendfüßler sind ja kleiner, sondern diese Hundertfüßler. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist doch echt übel. Manche erhalten sich die ja auch, ne? Das ist übel, Biester. Also, die kippt zu Hause. Die sind giftig und sind auch richtig strong hier. Gibt's ja so Insektenkämpfer auf YouTube. Insekt gegen Insekt und Hundertfüßler batscht rein. Ja, den würde ich mich nicht anlegen wollen. Ich bin einfach so ein Realist, weißt du? Also, wenn ich weiß, von einem Tier geht es de facto keine Bedrohung aus, also von Insekten, dann egal. Ich meine, so eine Vogelspinne hatte ich auch schon in der Hand. Das stört mich nicht. So muss man es eigentlich sehen. Das ist ja auch eine gesunde Art, auf die Welt zuzugehen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt keinen Respekt zum Beispiel auch vor einem Tiger. Klar hätte ich da Respekt und hätte eine gewisse Ehrfurcht, ne? Wenn da jetzt einer sagen würde, willst du mal einen Tiger sehen im Zoo? Ich habe beim Zoo übrigens gearbeitet. Wirklich? Ja. Im Affenhaus sogar. Das hat sich ja für Twitch wahrscheinlich ganz gut vorbereitet. Ich habe sogar wirklich im Affenhaus gearbeitet. Ich würde, ey, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch definitiv im Affenhaus arbeiten, ist ja klar. Ey, Affen sind großartig. Hammer, absolut. Ich liebe Affen, aber es gibt ja viele Menschen, die finden Affen total ekelhaft. Ja, warum verstehe ich auch nicht. Vielleicht, weil sie uns so nahe sind. Die sind echt gefährlich auch, wenn die einen nicht mögen. Die sind gefährlich, ja. Aber ich finde die schon lustig und in keinster Weise hätte ich Angst vor denen. Aber Respekt muss man schon haben. Okay, warte mal. Hier geht jetzt gleich so eine richtige Höllenparty los. Lass mal alles erstmal looten. Lass mal alles weglooten, was man hier so finden kann. Okay, here we go. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, doch, der Tempel ist voll mit Fallen und Nervzeug. Aber muss ich da ballern oder einfach nur rumstehen? Äh, die gehen von alleine kaputt und wir müssen... Müsst du hier hin? Ja, wir müssen gleich was machen. Aber deswegen sage ich ja loot erst alles. Achso. Da vorne nämlich noch Maschinengewehr-Munition und Granaten. Und ich habe die Pistolen-Munition mitgebracht. Obwohl, vielleicht geht das auch weg. Ne, lass doch mal die weg machen. Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ich könnte auch vorstellen, dass es aufhört. Ja, jetzt haben wir angefangen einzusammeln. Ah! Keine Idee! Lauf mal zurücklaufen. Ja. Lauf nochmal zurück. Ja, ich muss Energie einsammeln. Ja, aber ich habe hier drüben. Ich halte dich. Einfach zurücklaufen. Ich halte dich. Und gib mir das Kraut, denn ich kann es mit einem roten verbinden auch noch. So. Bitteschön. Äh, kombinieren. Äh... So. So, dann gehen wir hier mal ran. Die Bälle hören nicht auf, schreibt jemand. Okay, dann hören wir nicht auf. Ich hatte das irgendwie noch in Erinnerung, dass hier nochmal ganz viele Gegner kommen. Vielleicht finde ich aber auch falsch. Ach ne, wir müssen jetzt schnell durchrennen. Genau, das war die Stelle. Es gibt nochmal eine andere, wo hier super viele Gegner kommen. Okay, aber wir sammeln schon noch einen, oder? Das nehmen wir noch mit. Ja, hier ist... Hier ist... Hier ist Munition. Wir müssen dann eh nochmal drehen. Wir müssen uns eh nochmal drehen. Schaffen wir sonst nicht mehr. Wir müssen dann wirklich sofort losrennen. Okay. Okay. Ich glaube wir haben alles, oder? Was irgendwie interessant ist. Ja, ich glaube wir haben es. Ja, das ist mit einer der nervigsten Stellen hier. Dieser... dieser... Azteken-Tempel. Na ja, okay. Azteken sind es ja nicht. Es ist ja in Afrika. Keine Ahnung, was es ist. Ja, okay. Hinrennen. Und jetzt schnell durchrennen, genau. Man darf sich da halt natürlich nicht von einem Ball berühren lassen, weil dann fällt es ja hin und schafft es zeitlich wieder nicht. So. Jetzt hören die Bälle auf, genau. Jetzt kann man looten. Doch, hört doch auf. Jetzt doch noch in richtigen Erinnerungen. Ach, wir haben noch genug. Ja, wir haben genug. Wir haben genug. Weil jetzt hättest du nochmal rausgehen konnte und hättest halt wirklich in Ruhe gemütlich alles einsammeln können. Okay, Falle, oder? Wahrscheinlich. Jetzt mit der Quicktime-Event. Wir haben sie geliebt. Zu der Zeit waren Quicktime-Events einfach so in. Durch God of War und Dante's Inferno und alles. Selbst Silent Hill hatte Quicktime-Events. Ja. Das war die Mechanik. Das hat sich nie so durchgesetzt. Also nie so, dass es funktioniert hat. Naja, gibt's ja immer noch, oder? Ich meine, auch bei einem God of War modern gibt's ja nicht auch ein paar noch? So Quicktime-Events. Also... Was? Ich hab doch gehalten. Schau mal. Ich hab definitiv gehalten. Ich hab auch rechtzeitig gedrückt. Aber nö, vielleicht war's dann doch nicht früh genug. Ja, also, ich hab's eigentlich in letzter Zeit nicht mehr groß erinnert. Klar, es gibt manche Spiele wie McPixel oder so, wo solche Sachen irgendwie Sinn ergeben. Spiele wie klein und schnell sind. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier brauch. Aber die Entwickler wollen natürlich auch mal ein bisschen eine Abwechslung bieten. Wollen auch mal eine Cutscene bringen, die cool aussieht. Ohne, dass man nur eine Cutscene hat. So, jetzt kommst du gleich, ne? Ja. Ich hab LR gedrückt. Ja, ich auch. Komisch. Und Hechtsprung. Sag mal... Loll. Hätte man jetzt einfach über diese erste Platte drüber springen können... Nee, nee, nee. Das Event ist fix. Nee, nee, das ist eingeplant. Ja, nur... Also, aber es ist von deren Seite ganz schön dumm, da drauf zu stehen. Ja, die sind ja auch dumm. Er hat seinen Verstand in den Muckis und sie in den Bahnen. Im Kostüm. Im Kostüm. Obwohl, ich glaube, Shepa ist eigentlich eine Frau mit Niveau, Klasse und Intelligenz. Loyal. Ja, natürlich. Nee, Shepa ist eine ganz tolle. Zehn von Zehn Frau. Weißen magst du, ne? Findest du ganz gut, ne? Ja. Ich find's schade, dass du nicht für mich deinen Skin mal geändert hast. Ich hab den, glaub ich, gar nicht. Du hast diesen Mad Max Skin wirklich nicht? Vielleicht hab ich ihn. Ich weiß nicht. Muss ich gucken. Ich werd den nachher, wenn wir durch sind, werd ich dir nochmal meinen Leuten zeigen. Ihr müsst ihn zumindest einmal sehen. Und ihr findest es so, so hot? Also ich merk schon, du bist eher so der Chris-Typ, ne? Ich, äh, muss sagen, ich find's bei Frauen fühl ich mich immer schlecht, wenn ich die in irgendwelche absurden Kostüme zwänge. Äh, ich bin ja wie gesagt auch nicht so der Fan von Fanservice und so. Aber, bei Kerlen find ich's irgendwie amüsant. Was aber auch wieder komisch ist, weil eigentlich mach ich mich dann ja über deren Sexualität lustig. Aber irgendwie sieht's halt einfach geil aus, wenn der damit so... Du denkst echt viel über so Themen nach, merk ich schon. Ne, mir ist das so egal. Aber, äh, wie gesagt, es ist ja Teil des Lebens aktuell. Aber ich, äh, und außerdem hast du gefragt. Ähm, ich find's aber schon bei ihm sieht's auch besonders geil aus. Wegen, wegen tollen Körper. Weil es wirklich auch diese KitKat-Club-Klamotten sind. Oben ohne, mit so'n Schulter-, mit so'n Lederschulter-Stück. Du musst dir das mal angucken, da sind sogar so kleine Spikes dran. Also, ist er wirklich der Gimp? Es ist, ne, der Gimp wäre ja... Ja, ne Maske halt noch, ne Maske. Und an der Kette hängt. Ähm, aber er ist eher der Typ, der den Gimp hält. Warst du schon mal auf einer Party, wo ein Gimp war? Leider noch nicht. Aber bei Gimp... Würdest du gerne mal erleben, dass so ein Gimp auf einer Party ist? Ne, ein Gimp eigentlich nicht. Aber eine Party, wo alles so'n bisschen mehr kinky ist, find ich eigentlich ganz interessant. Bist du eigentlich so'n Festival-Dude? Ne, aber ich hab tatsächlich, war am Deichbrand vor zwei, drei Jahren. Da war ich aber auch für Aldi, also zum Arbeiten. Aber, das hat so einen Bock gemacht, dass ich dazu entschieden habe, dass ich häufiger mal auf Events gehen will. Auf Festivals. Oh, hier ist das für dich? Nur, danach war halt Corona. Aber jetzt würde ich gern mal wieder auf ein Festival. Ich fand das erstaunlich angenehm. Hier? So, irgendwie dieses Camping-Leben. Danke. Und dann sind da ja so viele Leute, die alle auch nur zum Feiern da hingekommen sind. Und die können ja auch nicht weg. Das war schon cool. Ich will dieses Jahr meiner Freundin Tomorrowland schenken. Ja, tu mir nur einen Gefallen und macht hier Dings... Ähm, wie heißt... Moment... Hör, warum kann ich... Achso, von der anderen Seite, ja. Kommst du da ran? Da lauf ich schnell rüber. Nehmt euch Sonnencreme mit. Das ist... Ja, sie besonders. Sie besonders. Ich bin da eher robust. Ich hatte noch nie in meinem Leben Sonnenbrand. Noch nie. Okay, das ist... Du bist ein weirder Mensch. Das liegt gleich an meiner Mom. Meine Mom ist ja nicht aus... Die ist ja... Die kommt ja nicht aus Deutschland. Und ihr Vater... Also, sie kommt aus... Aus, äh, Frankreich. Und ihr Vater ist aus Algerien. Und die ist schon ziemlich dunkel, meine Mutter. Auch so von... Von der Haut her. Und... Ich glaube, ich habe ihren Einschlag da geerbt. Auch wenn man das in der Kamera immer denkt, der ist auch kellerbleich. Aber ich bin jemand, ich werde super schnell braun. Interessant. Und ich habe noch dunkle Haare und... Also braun werde ich sehr schwer nur. Und sehr kurz immer nur. Ich war nur in letzter Zeit einfach nicht im Urlaub. Aber wenn ich mal so in Urlaub gehe, ich bin echt robust, was die Sonne angeht. Das ist die vornehme Nerd-Blessed. So... Ich muss mich am Sonntag anmelden, ja, für Tomorrowland. Ich habe schon alle Infos. Ich muss mich am Sonntag anmelden und dann ist irgendwann zwei Wochen oder so später der Verkauf. Ach naja, mit Geld kann man alles lösen, oder Simon? Man braucht einfach nur Geld. Dann kommt man überall hin. Ich weiß... Bei Festivals ist das so? Ja klar, du kannst Karten immer irgendwo erwerben. Ja, aber sowas mache ich zum Beispiel... So Poacher bezahlen mache ich total ungerne. Oder habe ich eigentlich nur noch gemacht. Sehr ungerne, ja, aber... Ich will jetzt diesen Wunsch erfüllen. Weil das sind wirklich die... Ja, ja, das sind halt nur... Das sind echt die Parasiten dieser Festival-Kultur. Und die sollte man nicht untersuchen. Leider. Und das ist so krass geworden. Und ich habe letztens einen Arte-Bericht angeguckt. Da ging es darüber, dass diese Tickets sich skalieren. Je höher die Nachfrage ist, umso höher der Preis. Weißt du? Also wirklich, da ist ein System dahinter. Das ist ja wie... Da kostet dann bei Blink-182 zum Beispiel als Beispiel da mit dabei. Und ähm... Da ging es dann darum, dass so ein Blink-Ticket in der guten Position einfach so bei... Im Schnitt 700 Dollar war dann. Also ich kriege 700 Dollar, damit ich mir das anhöre, ja? Naja, ich mag Blink-182. Hätte ich kein Problem mit. Aber ich zahle keine 700 Dollar. Ja, ne, also... War natürlich ein Spaß. Aber ähm... 700 Dollar ist... Also sowas von über meiner Schmerz... Wirklich das... Ich... Da würde ich nicht mal drüber nachdenken. Also... Was... Was war das Teuerste, was ich jemals für ein Konzert ausgegeben habe? Ich war... Ich war auf super vielen Konzerten vor Corona. Ich war richtig aktiv. Ich... Ich bin zum Beispiel damals, als Kings of Leon unterwegs war, bin ich mit denen quasi mitgetourt. Jetzt nicht, dass ich bei denen im Bus oder so war, aber ich bin denen einfach von Stadt zu Stadt gefolgt und hab so eine ganze Tour mitgemacht, weil ich die so gut fand. Ich war dann in Köln, Hamburg, Berlin, Frankfurt... Also, ähm... Weil auch... Ich find so ein... So ein Konzert ja auch ganz cool. Aber ich bin auch froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Ach, nöööööö. Ja, nöööö... Es gibt ja viele, die sind wie du. Ich, äh... Hab das mir immer ein bisschen auch... Irritiert mir angeguckt. Weil es mir halt natürlich nicht so geht. Aber ich bin, was für Musik und alles angegeht... Leider bin ich so, ähm... Irgendwie, wie soll ich sagen, distanziert geworden. Früher war das irgendwie mein Leben. Ich hab selber Musik gemacht und... Ich hab so viel Freude in der Musik gehabt und auch im Hören. Allein im Auto hatte ich meinen CD-Spieler und... An dem häng ich, ja? An dem häng ich und hab ich Tool-Alben angehört, Nine Inch Nails und der ganze Kram. Und heute ist das alles irgendwie so weg. Ja, Tool. Tool kenn ich auch gut. Heute ist das leider alles irgendwie so weg. Ich hab total die, die, ähm, Connection dazu verloren. Was ich echt schade finde. Das ist lustig, weil ich bin, als ich aufgewachsen bin, war mir alle Musik gleich. Ich hab nichts besonders gerne gehört und alles aber auch gern... Also ich hab alles gehört, zu allem tanzen können und so, aber hatte nie so Favoriten. Und jetzt, ähm, wo es Spotify gibt, äh, und ich halt keine Bands kenne oder Künstler kenne, die ich jetzt speziell verfolge. Lass ich mir halt alles immer so vordiktieren und da kommen so geile Sachen bei rum. Und ich hab mittlerweile 700, 800, äh, Tracks in meiner, äh, ja, in dieser, dieser Top-Liste. Die Sachen, die ich wirklich ständig höre. Und das wundert mich total. Ich hab plötzlich, hab voll den Musikgeschmack entwickelt, den ich vorher einfach nie hatte. Ähm, weil es halt bei Spotify mir angeboten wird einfach. Es gibt bestimmt auch, äh, du musst irgendwie da... Moment, du müsstest eigentlich mit mir laufen können, wir waren doch eben zusammen. Geh nochmal nach hinten durch. Ja, ja, ich bin irgendwie einmal rumgelaufen. Ähm, ich wette, es gibt auch viele coole neue Sachen, aber die Bands, die ich so richtig gut fand, die sind alle quasi tot. Korn, für mich, nicht mehr interessant, weil da kommt nichts. Klar, haben die jetzt auch nochmal irgendwie ein Album gemacht, aber das ist nicht so geil wie der alte Kram. Linken Park, Chester Bennington ist leider nicht mehr da. Ähm, auch so Static X, auch leider nicht mehr da. Äh, Slipknot finde ich auch die neuen Sachen nicht mehr so toll. Weiß, ich bin so jemand, ich liebe New Metal, ich liebe Industrial, allgemein Rockmusik und so. Finde ich richtig geil und der Flow ist irgendwie weg für mich. Ja gut, aber das ist ja wirklich, das Schicksal teilst du dir ja mit allen Musikliebhabern, dass dann irgendwann das Genre, was mal irgendwann ein Jahrzehnt ausgemacht hat, ähm, dass das dann irgendwann eben nicht mehr relevant ist. Das haben wir ja bei Spielen und so auch. Aber ich, das ist eben bei mir das Gute. Ich hab mich nie interessiert, deswegen hab ich solche nostalgisch verklärten Sachen nicht. Und ich find aber jedes Genre interessant. Also ich, ich hör dazu alles. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich wollte damit auch nicht dich reduzieren. Nee, also... Ich war nie der Fan von Rap oder von irgendwas Speziellem. Oh doch, Rap hör ich auch ganz gern. Also keinen Deutschen. Ja, ich hör das auch alles. Den Deutschen mag ich gar nicht. Aber ich, aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, ob ich irgendwie was, welches Genre, wenn ich jetzt auf eines verzichten müsste, wüsste ich gar nicht, was ich machen soll. Hm, da fehlt uns eine Bämbe. Die Bommel. Moment, zeig dir nicht die Bommel an. Bei Linken Park... Geh doch mal ran. Warte mal. Ich mach mal. Ich mach mal die Bommel. Ja, geh mal ran. Und dann kannst du mal gucken, wo das andere Ding ist. Wird das nicht angezeigt? Nö. Ah, okay. Weiß gar nicht mehr, was das war. Okay. Ich glaub Linken Park kommt irgendwie wieder, weil der Frontmann von Dry Cell, das ist eh so skurril. Ich hab die mal... Ich hasse die bösen Onkels. Ich mag die überhaupt gar nicht. Aber Dry Cell, die nur ein Album haben, die ich aber damals so gut fand, die waren halt die Vorband der bösen Onkels. Da bin ich eiskalt dahin, hab mir Dry Cell reingezogen, bin wieder gegangen. Ja. Und der Typ... Jester Bennington war ja auch bei Stone Temple Pilots. Ach, da ist der andere. Guck mal hier. Okay, dann geh ich hoch, ja. Der war auch dann der Frontmann von Stone Temple Pilots, hat das übernommen, weil er ein riesen Fan war. Und als Jester Bennington verstorben ist, hat dann der Frontmann von Dry Cell das übernommen. Und jetzt, weil er halt wirklich so ein bisschen in die Richtung Jester Bennington geht. Klar, so eine ikonische Stimme kann man nicht einfach ersetzen. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung... Oh, ich werd hier unten angegriffen. Übernimmt er jetzt vielleicht Linken Park. Aber das ist halt für mich nicht mehr dasselbe, ne. Für mich ist mit Jester Bennington auch leider Linken Park gestorben. Die ersten beiden Alben sind eh für mich die stärksten überhaupt. Danach war es nur noch so okay. Und ich find halt so ein Frontmann mit so einer Ausstrahlung, so einer Energie, den kannst du nicht ersetzen. Den kannst du einfach nicht ersetzen. Das muss ich dir jetzt einfach glauben. Mangels Erfahrung. Das ist wie wenn The Who plötzlich jemand anderes singt würde. Das funktioniert einfach nicht. Alter, du wirst die ganze Zeit da... Ja, du wirst die ganze Zeit auch bei dir hier unten. Aber ich gern auch ganz oben. Aber das ist ganz gut, ich helfe dir ein bisschen. Da stehen auch überall noch Vasen rum, die wir echt unbedingt aufmachen müssen nachher. Da wo du gerade hinguckst, da stehen die Vasen. Ähm, ach komm, ich balle einfach drauf. Ja, ich nehm alles mit, was ich tragen kann. So, ich glaub jetzt kommt auch bald wieder ein Boss. Also ich warte hier auf deine Aktivierung des Rätsels. Ich muss sagen, bei Jester Bennington seinem Tod war ich auch wirklich emotional berührt. Weil der war so jemand, der hat meine Jugend geprägt. Der war sehr ikonisch für mich und es war schon sehr traurig. Ja, da könnte bei dir ein Edelstein liegen, ne? Äh... Wenn jetzt gleich das Ding verschiebt. Also ich hab so ein Ding gerade angeschossen. Achso, wenn du willst. Ja, guck, der bringt das schon. Oh, ich seh ihn gerade. Äh, Jester Bennington war in irgendeinem Saw-Teil dabei und in Crank 2, glaub ich, war auch dabei. Und da war es Crank 1, ne? Ich glaub Teil 2, ne? Wo er sich da an ihm gerieben hat. Da war doch irgend so ein paar Sand. Teil 1 war es, okay. Ich hab heute, weil ich Tool höre, hab ich so eine Sängerin gefunden. Die ist in einer Band namens Brass Against. Und die macht das echt geil, die Tool-Covers. Also, richtig nice. Da hab ich mir so gedacht, hm, vielleicht hat die ja ein bisschen mehr gemacht, so, wo mir auch gefällt. Und hab die mal gegoogelt. Und der erste Artikel, den ich gelesen habe, war, dass sie live 2021 auf der Bühne ein fettes Konzert irgendwie auf einem Festival gegeben hat. Und musste unbedingt auf Toilette. Pipi. Und da hat sie gesagt, sie will aber nicht das Konzert abbrechen, weil sie, ne, auf Toilette muss. Da hat sie gemeint, wenn sie jetzt hier einfach auf die Bühne pinkeln würde, wer würde denn die Sauerei wegmachen? Da hat sie das so ein bisschen quasi forciert, ob nicht einer aus dem Publikum sie ins Gesicht pinkeln darf. Und das hat sie dann wirklich gemacht. Sie hat das wirklich gemacht. Da dachte ich nur, krass. What? What? Also, ich hab das Gefühl, die wollte von vorne rein pinkeln. Sie wollte auch. Ja, es war ein Fetischwunsch. Im Nachhinein hat sie das auch gesagt. Im Nachhinein hat sie das auch gesagt. Sie wollte es einfach. Sie wollte einfach mal auf der Bühne. Nee, da hört's an mir auf, die Verehrung. Ich denk mir halt nur, die hat ja wirklich richtig abgelassen. Ich hab mir das dann angeguckt aus wissenschaftlichen Gründen. Und, ähm, der Typ geht ja dann wieder runter in die Crowds. Ja, ne? Der arme Mann. Und dann verbringen wir den ganzen Tag alle wissen, du bist der Pinkler. Ja, auch so der Geruch, ne? Und keiner will mit dir irgendwie Head bangen. Und du denkst, es ist noch eine Minute cool. Und dann wird's langsam kalt. Und dann denkst du dir, ah, was bin ich eigentlich für ein schmodderiges Wesen. Naja, Rock'n'Roll würde ich dazu sagen. Ja, für den Pinkler. Nicht für den Angepinkelten. Ja, für den Angepinkelten. Das ist eine Perspektive Sache, ne? Ich mein immerhin. Ja, soll ich ja. Vielleicht hat's ihn auch glücklich gemacht. Okay. Ich will's ihm nicht absprechen. Das hat er nicht gebracht. Das ist eine sehr attraktive Frau. Okay. Du musst jetzt was machen. Ja. Ich muss ihm da hinten in den Beutel schießen. Ich hab die Granatwerfer, der ist zu... Nee, einfach drauf. Wir müssen eigentlich betäuben können damit. Na gut, dann hau ich da einfach drauf. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich platziere mal so ein Ding. Nein. Jetzt renn weg. Achtung, Mine. Oh, oh, okay. Ich war nicht weit weg. Da war eine Mine. Ich bin, glaub ich, über die Mine gelaufen. Ich weiß es nicht. Gerade... Oh! Hast du noch rein? Ne, ich hab ne Granate. Da. Okay. Okay. Ich seh sein... Oh nein, der liegt genau falsch. Ich seh den Beutel nicht. Wir schießen auf seinen Panzer. Mann, das war ja wirklich eine Verschwendung von... Das war eine richtige Verschwendung. Okay, es eskaliert extrem. Das ist echt gut. Nein, nein, nein. Ich lass dich hier nicht sterben. Ich nehm ne andere Waffe. Das ist meine Schicht. Das hat nicht gut geklappt. Ah. Den kann man, glaub ich, nur mit Explosionskram. Oder halt hinten sein... Das ist ja ein Shrimp da hinten, ne? Ja, man kann einfach nicht draufballern, ne? Zieh mal ein bisschen weg und dann könnte ich... Weißt du, mit der Sniper schon hinten drauf. Also ich baller mal drauf. Ja, genau so. Uh, das war's. Ist der jetzt tot? Naja, wir haben ja schon... Ey, dann haben die Granaten doch was gebracht. Wir haben ihn ja schon ziemlich rangenommen, ne? Das ist ja der, der aus dem Container da ausgebüxt ist. Das ist derselbe. Der kommt nur zurück und sagt... Lass mal noch ne Runde tanzen. Ey, die sind nicht smart. Dass die immer wieder kommen. Das ist egal wen du nimmst. Nemesis, Birkin... Nee, nee. Die kriegen aufs Maul und kommen wieder. Ja, Birkin war mal smart. Aber durch die Mutation ist anscheinend sein Hirn vaporisiert worden. Ja. Dabei ist sein Kopf doch so viel größer geworden eigentlich. Ah, aber das Gehirn... Aber das Hirn... Weicher. Wie heißt die Sängerin? Also die Band heißt Brass B-R-A-S-S Against. Und die Sängerin heißt... Boah... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht im Kopf. Hat einen komplizierten Namen, das weiß ich noch. Jurene Queen. Echt? So heißt die? Nee, das geht ja um die andere. Nee. Da fühlte mich von deiner Geschichte irgendwie. Ähm... Ey, da! Brass... Äh... Against. Wie heißt die Sängerin? Die heißt... Ähm... Sophie Orista. Euer Augenmerk könnt ihr jetzt mal auf die Grafik richten, denn eigentlich müsste das jetzt anders aussehen als im Original. Habe ich gar nicht drauf geachtet gleich. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, dass die Flagge so ein Erfolg war. Als erstes du kamst, hatte ich meine Gedanken. Und jetzt ist Uroboros complete. Ihr position in Tri-Sell ist secure. Oh... Ich habe meine Augen auf etwas viel größer. Hm? Du hast einen Partner, oder? Jemand zu sein, dass du in deinem neuen Welt bist? Ich glaube, dass ich mich wert bin. Haben Sie? Vielleicht hast du. Du hast einen Partner. Du kannst du wiederholen. Es scheint, dass dein alte Freund, Chris Redfield, hierherhert ist. Ich fühle mich sehr, weil er einen Faden ist. Der Plan ist in den letzten Moment, und ich will nicht verlete die Veränderung. Ich bin ein Gott. Okay, okay. Also die haben Raketen mit diesem Stoff, den wollen die irgendwo hinschicken und Wesker hat Spencer getötet. Okay. Will ich sagen, dass es nicht verdient hat. So wie wir diese Punktzahl auch verdient haben, finde ich. Was für eine miserable Präzision. Wie ist das denn passiert? Du hast dich einfach an mich angeeicht. Ja, aber normalerweise, also ich könnte jetzt nicht, wo habe ich denn so daneben geschossen, so viel? Du bist so wie der Typ, der immer nur Einsen schreibt. Und daneben der Sechser-Schüler landet. Der einfach zu viel abhängt mit so einem Viererschüler. Na, na, komm, Viererschüler. Ja gut, Viererschüler. Aber für dich ist eine Drei voll schlimm und für mich ist es voll geil. Warst du gut in der Schule? Nicht überall. Also ich war auch nicht schlecht, aber ich habe schon meine Fächer gehabt, wo ich echt nichts konnte. Was waren deine Fächer? Aber Mathe, Chemie, ja, Mathe, Chemie. Ey, Chemie ist doch easy. Also Chemie finde ich easy. Mathe verstehe ich, aber Chemie? Ah, Fresse halten, ey. Ohne Scheiß. Chemie, Biologie und Erdgrund und Geschichte sind auswendig Lernfächer. Ey, nee, Chemie fängt irgendwann an, dass diese Gleichungen kommen und das war für mich wie Mathe und da hat es aufgehört. Aber was Abitur hast du gemacht? Jein. Ich war auf dem Gimmi. Ich habe auch Abitur gemacht, aber ich bin früher abgegangen und habe das Abitur nicht beendet. Wieso? Weil ich Prüfungsangst hatte. Ich hatte mega Angst vor diesem paar Monaten, in denen man Abitur macht und habe Nein gesagt. Und gehst nicht weiter. Habe aber trotzdem ein Abi bekommen. Also ich habe ein Abi. Nur ich habe dann ein Praktikum gemacht und dann kriegst du so ein komisches Halb-Abi. Du sag mal, kannst du weiterdrücken? Ach so, Entschuldigung. Vielleicht, also bei vielem hängt es ja wahrscheinlich davon ab, wie man gelernt hat, wo man aufgehört hat zu lernen und welchen Lehrer man hatte oder Lehrerin. Bei mir war es irgendwie echt jemand, der das mir nicht vermitteln konnte. Und mein Problem ist dann immer, ich bin dann irgendwann ausgestiegen und kam dann einfach auch nicht mehr rein. Das ist halt für mich eher ein Problem gewesen. Ey, bei mir war das so auch abhängig davon, wie umgänglich ein Lehrer mit mir war. Wenn ein Lehrer mir irgendwie so dieses Gefühl gegeben hat, yeah, cool, wir rocken den Scheiß, dann war ich ein genialer Schüler. Wenn es aber so ein Arschloch-Lehrer war, der sich gegen mich gestellt hat, dann war ich halt auch so ein Rebell. Also so einer, der gesagt hat, okay, du willst mir ans Bein pissen? Gut, lass es uns tun. Was natürlich rückwirkend extrem schlecht war für meine schulische Karriere. Ja, aber da kann man, glaube ich, auch geteilter Meinung sein, wie wichtig die schulische Karriere ist, zumindest das, was man da lernt. Man muss ja eh sein Leben lang sich bilden und man muss sein Leben lang auch smart versuchen, über die Runden zu kommen. Also klar ist es wichtig, aber es ist nicht alles Schule. Nein, aber ja, also das, was wir hier machen, ist ja auch jetzt, weiß nicht, kosmischer Zufall? Kann auch nicht jeder. Ich weiß, ich weiß, ich sag ja auch nur, dass viele andere Leute, warte mal, ich hab ja noch Kram zum Verkaufen, dass viele andere Leute auch glücklich geworden sind mit ihrem Leben und das hat nicht bei der Schule angefangen. Aber klar, man sollte immer versuchen, das Maximum rauszuholen aus sich selbst. Aber in dem Alter sind viele halt gar nicht aufnahmefähig und haben überhaupt kein Interesse an solchen Leerstoffen und ich war einer davon. Weil Potenzial war da, was mich heute, ich interessiere mich so krass für Sachen und kann wirklich mich den ganzen Tag mit Wissen beschäftigen. Aber damals war das einfach für mich nicht relevant. So, okay. Ich nehm die, ich hab alles. Pistole und Granatwerfer. Ich hoffe, ich krieg ein bisschen Granatwerfer-Munition auch mit. Moment, willst du keine Maschinengewehr? Hast du nichts mehr? Ja, doch, hast recht. Wenn du die verbesserst, was Kapazität oder so angeht, geht nicht nochmal schon auf Maximum und dann kriegt die wieder volle Munition. So als kleine Information. Oh, okay. Das ist auch neu. Ich hab vielleicht noch, Kapazität hab ich noch mehr. Ja, machen wir. Also in meinem Chat wird jetzt schon über die, die Frauen mit dem, äh, Toilettengang auf der Bühne diskutiert. Ja, du, Leute wie du sind für diese, für dieses Klischee des Deutschen verantwortlich, dass der gern Amorin nascht. Es war kein deutsches Konzert. Ich glaub, das ist ein globales, äh, Ding. Nur die Deutschen, die leben es nicht aus, sondern die, äh, digital leben es aus nur. Während andere Länder einfach es durchziehen. Ich hab übrigens tatsächlich jetzt wieder diesen Grünfilter. Es sieht überhaupt nicht so aus, wie ich dachte. Aber gut, ist egal. Es ist echt bei dir mysteriös. Ich kriege diesen Filter nicht weg. Ich, dann, ich weiß es nicht, Simon. Ist ja auch nicht schlimm. Ich guck mal gerade, ich hab auch jetzt nicht mehr die anderen Filter, die ich früher gemacht habe, ne. Also es ist so, wie es jetzt aussieht, sieht es halt einfach aus. So, hier müssen wir drei Scheiben finden. Hier gibt's drei Aussparungen. Du weißt ja, Aussparungen sind immer sehr beliebt. Und... Ja, das ist so ein typisches Resident Evil Meme. Aussparung, Aussparung. Wie wär's mal mit Einsparungen, Umbrella? Mal ein bisschen weniger Tempel. Ich glaub, das ist nicht Umbrella. Das ist irgendwie eine alte Kultur. Umbrella hat nur... Natürlich, aber... Aber am Ende macht Umbrella eigentlich ziemlich genau dasselbe. Yikes. Oh, nice. Also Vorsicht, Laser sind instant tot. Ja, einmal den Laser geknutscht, bist du weg. Dafür bin ich viel zu schlau. Oh, ich lauf vor. Also die Brass Against, die haben nicht nur gute Cover, die haben auch anscheinend ein paar echt gute Originale. Die Frau hat's drauf. Ich hab' ne Wahnsinnsstimme. Ich hör' irgendwas. Das verrückte ist ja, diese Eingeborenen, die wir hier bekämpfen, die wurden nicht von Umbrella umgewandelt, so wie ich das verstanden hab', sondern die sind halt von diesem Original... Uroboros. 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 Uroboros, genau. Uroboros ist ja eigentlich der unendliche Kreis. Aber das ist ja auch alles, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber das hat ja auch wieder alles so ein bisschen Kalisto-Protokoll anleihen, weil da wird ja auch einfach wie eine Zwiebel auf alten Sachen werden neue gebaut und hier ist es scheinbar ja ähnlich, oder? Dass sie sich einfach dessen bedienen. Also, Kalisto-Protokoll hat sich ja überall bedient. Deswegen bin ich auch so ein Fan von Dead Space. Na klar, ich find... Ich mein, wir hatten das Thema ja schon. Deswegen bin ich so ein großer Fan von Dead Space, weil das einfach so eine verdammt gute Geschichte ist. Die ist echt verdammt gut. Für so Freunde von kosmischem Horror. Ja, sie haben's gut gemacht. Alter! Voll durchgestochen. Oh, 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 oh. Von hinten kommen auch noch welche. Irgendwann wird sich da einer noch rangemogelt. Ich mag diese Typen gar nicht. Sie sind ultra-obust. Selbst mit meiner dicken Sniper hast du ja gesehen, wie viel der jetzt nochmal eingesteckt hat. Hier gibt's noch Pistolen-Munition für dich. Vor allen Dingen, die haben Morgenstern aus Schädeln. Das heißt, die Schädel musst du ja auch erstmal holen. Also, die haben alle schon wirklich was geleistet. Warte, 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 warte. Ich hab Moni... Ja, her damit. Einmal Wasser. Bevor die hier aufgetaucht sind, ne, mit ihrer geilen Waffe, waren die alle auf der Schädelschule und haben sich diese geile Waffe gebaut. Das ist so ein Indiana Jones Kalimar-Ding, was die hier durchziehen. Kalimar! Ah, toller Film. Ey, da hab ich wirklich als Kind, äh, mitgefiebert. Ja, ne, ich war völlig psychisch gestört dadurch. Der war auch heftig, ne? Das hat mich so fertig gemacht. Der war auch heftig. Absolut. Vor allen Dingen, du hast, ich mein, ich mochte, ich liebte den Original-Indiana Jones mit seiner Leichtigkeit und dann hast du da nicht nur am Anfang, diesen komischen Anfang mit Gesang und Ballett, der hat mich schon mal völlig fertig gemacht und dann kamen diese brutalen Szenen und dieses indische Essen. Ah, Gott. Affenhirn auf Eis. Affenhirn auf Eis. Affenhirn auf Eis. Was ich am schlimmsten fand, war, wo Indy dieses Zeug da trinken musste und dann auch irgendwie von Kalis Todeskult besessen war und der kleine Kumpel mit der Kappe, der Mini-Indy, dann gesagt hat, Indy, komm zurück. Oh Gott, da bin ich gestorben. Und der hat ihn ja dann irgendwie so gepackt und fast umgebracht. Und dann hat er sich aber wieder zusammengerissen und hat ihn zugezwinkert, hat ihn zur Seite geworfen und dann So war das. Ziemlich genau so. Oh, shit. Achtung, Achtung, Achtung. Das war nicht cool. Ja, ich dachte, ich komm cool noch in die Ecke. Der Schauspieler von damals, von Shorty, oder Short Round hieß der ja. Ich hasse auch zufällig Energie. Willst du mal vielleicht mir so ein Heili geben? Ja, du brauchst ja noch Heilung. Der hat ja dann, hat ja lange keine, also nicht gearbeitet für Hollywood und fing dann an wieder mit, Everything Everywhere All at Once, oder wie der nochmal genau heißt. Genau, den hab ich aber noch nicht gesehen. Den ich ja liebe. Ja, aber das ist super, weil er spielt auch eine super Rolle und ich freu mich so für den Schauspieler. Der hatte ja dann ein paar Kinderrollen und, ach komm ey! Und das war's dann leider oft schon. Und deswegen freu ich mich so sehr für seinen späten Erfolg. Du weißt, so ist das, ne? Ja, aber das wäre umso mehr, wenn jemand zeigt, dass es auch anders geht. Oh oh, hinter uns. Aber ich mach das. Oh, 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 oh. Da kommt noch ein Flammen-Dut. Unter dir. Warte, der Flammen-Dut lebt ja immer noch. Ich hab mir erstmal schön auf den Tumor getreten. Das nehm ich. Warte. Ja, das war dumm, ne? Ich hab's hier. Moment. Oh, du hast sogar noch mehr gehabt. Hast du schon diesen Barbarian-Film gesehen? Ja. Fandst du ihn gut? Also... Ich fand den so okay, ja. Ja, er ist ein bisschen sehr, fast schon traditionell eigentlich. Das, was man erwartet, ist es auch. Er hat aber schon, also gerade das Monster gefällt mir. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wie das entstanden ist und so. Das ist schon krass, wie das entstanden ist. Das ist schon echt krass entstanden, das Vieh, ne? Ja, also ich finde, er ist okay, aber nichts, was man jetzt unbedingt gucken... ...muss. Ne, also er ist nicht so wie Leute... Also ich habe mich davor nicht so wirklich informiert, ich habe nur gehört, es soll gut sein. Da habe ich gedacht, okay, ich will mich jetzt nicht spoilern, weil oft verraten die Trailer auch echt einfach zu viel, finde ich. Und dann hieß es so, Leute sind aus dem Kino gegangen vor Angst und aufgesprungen. Und das hatte ich halt leider gar nicht. Also er ist halt schon eklig und so, aber da habe ich schon Schlimmeres gesehen und auch Besseres. Aber er ist nicht schlecht. Dieser Zombie-Film, wo die Zombies nicht so richtig zombie-mäßig werden, sondern so psychopathische Vergewaltiger und alles. Ich dachte, wir kamen aus Taiwan. Ja, 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 natürlich, du meinst The Sadness. The Sadness, fand ich auch nicht gut. Ey, ich liebe diesen Film, aber der ist halt echt verstörend. Ich fand es nicht, weil der Typ, der Regisseur hat gemeint, ich habe mich an Cross orientiert. Hast du mal Cross Comics gelesen? Das ist ein Comic-Screen, musst du mal, wenn du das googlest, aber googlest nicht im Screen, das ist wirklich übel. Und ich dachte halt wirklich, jetzt sehe ich was. Ich fand den einfach zu lasch. Ich fand den einfach zu lasch. Der war mir zu harmlos. Da sind wir wieder bei den Erwartungen, aber ich fand den schon ganz schön verstörend. Ich habe ihn mir expliziter vorgestellt. Also, ich finde der, also alles, wovor ich Angst habe, wird in diesem Film mehr oder weniger getriggert. Gibt es doch keine Spinnen, oder? Nein, das nicht, aber ich habe vor Menschen Angst, vor dem, was Menschen fähig sind. Und in diesem Film hast du das alles. Und ich finde das ziemlich gut gelöst. Also auch, ich mag halt Zombies auch sehr, aber ich mag auch, wenn jemand mit der Idee von Zombies rumspielt. Und das ist hier ja passiert. Dann musst du Cross lesen. Ich weiß nicht, ob du Comic-Leser bist. Ja, okay, werde ich mir gucken. Nö, aber ich fange mit allem mal an. Das ist krass, ey. Das ist... Das ist krass. Cross ist wirklich krass. Also, ich kenne eigentlich nichts, was heftiger ist. Ich kann auch darüber jetzt nicht ausführlich reden, weil wir das auf YouTube hochladen, aber... Es... Holy! Also, alle Perversionen, die du dir vorstellst, alles abartig und böse, gibt es dort in einer... Es ist von dem Typen, der zum Beispiel, äh, Ding macht, hier, ähm... Ah, wie heißt es denn? The Boys, ne? Da fällt gerade sein Name nicht ein. Ganz kurz, wo willst du hinrennen? Ja, wir müssen da weiter lang. Aber wir müssen uns heilen. Aber wo? Ich habe nur noch eine kleine Heilung. Ja, ich nehme sie gerne mit dir zusammen. Wir sind nicht gut ausgerüstet. Aber wo müssen wir lang? Hier und rechts vorne, rechts runter? Ja, wir müssen runterlaufen, links jetzt quasi, von meiner Position aus. Also... Ah ne, da geht es gar nicht weiter, ne? Da muss es doch... Ne, weil da ist gerade außen rechts eine Treppe. Ja, dann doch da. Vorsicht, das bekommt... Das bekommt... Okay. Ja, aber das kommt in Intervallen. Das ist so ein bisschen... Machen wir wieder zur Seite. Hier sind Spinnen. Guck mal, ich fühle dich. Ich... Anor Londur, gibt es doch diesen Drachen, der immer diesen langen Pfad bespuckt. Also da gibt es mehrere. Kacke. Aber daran erinnert mich das gerade. Da geht auch. Achtung. Achtung. Vorsicht, hier kommt auch der Laser. Soll ich dir Platz machen? Kommst rein? Okay. Ah, das ist hier schön. Du musst ja keine Mutti verstanden. Ah, die machen das kümlich. Okay. So. Guck mal, da holen wir uns ein dicker, fetter Diamant über der großen Doppeltür. Aber den holen wir später. Da kommen wir so oder so hin. Ich schieße schon mal hin. Okay. Wir holen ihn uns später. Ja genau, der Typ hier... Moment, Moment, Moment. Da kommen zwei immer. Jetzt. Jetzt? Einfach durch? Okay. Du musst richtig Gas geben. Und zur Seite. Perfekt. Ja, also... Crossed ist wirklich... Das ist irgendwie auch so ein... Kennst du den Film The Signal? Das ist schon ein bisschen älter. Wo die auch so ein Signal... Und dann drehen die irgendwie alle durch. Und wenn auch so solchen... Das ist eigentlich auch so ein bisschen wie The Sadness. Sagst du... Ja, okay, aber das ist auch ein bisschen wie Dead Space. Ja, auch ein bisschen... Obwohl bei Dead Space... Aber nein, Moment. Oh, ich weiß, was du meinst. Aber glaub mir, da kann ich dir helfen. Da hast du nämlich leider einen schlechten Film gesehen. Basierend auf einem geilen Buch. Es gibt nämlich dieses Buch. Ich glaub, es heißt The Cell. Und da geht's eben genau darum, worum's auch in dem Film geht. Aber es ist super schlecht im Film, find ich. Du meinst den, der ist, glaub ich, mit... Ist das Morgan Freeman? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall machen die Handys die Leute... Ah, nee, das ist was anderes. Du meinst das mit John Cusack. Ja, das ist Stephen King, glaub ich, sogar. Nee, nee, ich mein so... Also ich mein auf jeden Fall... Ich mein nicht die Filme. Ich mein nur die Bücher. Ja, den Film hab ich gesehen. Der war... Ja, hast recht. Der war nicht so wirklich pralle. Das war mit Samuel L. Jackson und... John Cusack. Ja, genau, doch. Kommst du hoch? Das Buch ist gut, ja, das kenn ich. Nee, kann ich nicht. Du musst da weiter machen. Okay, weil das empfehle ich voll gerne. Ich mochte das sehr, auch wenn's auch wieder so ein typischer... Nee, nee, das war was anderes. Das, glaub ich, war ein britischer Film oder so. Die Handys haben nicht dafür gesorgt, dass die dazu so quasi... Das war ja eher... Das waren ja eher so... Wie so Drohnen. Das war eher so ein Schwarmverhalten, wo die an den Tag gelegt haben. Ähm... Nee, die sind so richtig auch zu so plündernden, mordenden Psychopathen geworden. Apropos, da ist gerade einer von diesen Psychos... Ah, du hast ihn schon. Ich weiß nicht, wie der runtergekommen ist. Der muss gesprungen sein. Hinten durch, ja, der ist gesprungen. Du musst ja auch hinten springen. Du kommst ja, glaub ich, nicht mehr rüber. Ah, okay. Dann lass uns den erst mal killen von hier. Ja, ist down. Äh... Ja. Äh... Ja, jedenfalls... Crossed hat halt so ein Phänomen, dass die... Deswegen heißt es auch Crossed, dass sie dann auch so wie so ein Brandkreuz quer übers Gesicht haben, ne? Dadurch siehst du diese gecrossten Menschen. Und die drehen halt auch völlig durch und leben quasi ihre ganzen abgrundtiefsten Perversionen. Da ist immer noch ein Laser des Todes. Jetzt, 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 jetzt. Mann, ich hab den voll nicht mehr auf den Zettel gehabt. Jetzt muss er wieder zurück und wieder... Und wieder, ähm... Das Ding reinmachen. Okay. Ja, lauf schon mal vor. Ja, und diese Comics sind halt so grafisch, ne? Und so detailliert. Also, bei einigen Sachen. Ich hab die irgendwie nachts angefangen zu lesen. Da hab ich mir nur so heilige Kacke. Ich bin so ein Vollidiot. Jetzt wird's schwierig. Ich beeil mich, aber... Ne, jetzt bin ich... Ne, ey, ey. Oh, Mann. Voll meine Schuld. Oh, wie dumm, ey. Ich bin zweimal in diesen Laser rein, obwohl's nicht hätte sein müssen. Warte, ich verwalte hier noch ein bisschen mein Kram. Geben. Gibt mir mal die Shotgun-Munny, die du hast. Yo. Ich nehm mal noch Heilung mit. Ich sollte eigentlich auch mal... Warte mal. Ja, hau mal die ganzen Granaten und sowas da raus. Oh. Ja, aber das war auch... Das ärgert mich, weil's wirklich nicht... Echt nicht nötig sein müsste gerade, was da war. Ähm, so, was haben wir raus? Ähm, Maschinengewehr behalte ich. Schrot brauche ich nicht. Brauchen wir alles nicht. Brauchen wir alles nicht. Hilft eh nicht. Warum hab ich das Ding dabei? Wie dumm. Okay. Ich glaube, jetzt bin ich bereit. So, ich hab zwei große Heilungen. Ah. Hab mir gerade die komplette Reihe von Crossed für 400 bestellt. Mit Crossed. Jetzt musst du nochmal rüber. Äh. Cross... Oh, man konnte eben gerade voll unter deinen Rock gucken. Ah! Wollt doch nur weg. Es gibt ja Cross Badlands, glaube ich. Dann gibt's noch Cross Psycho. Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich... Ey, da passieren Dinge. Und die Story, wie die erzählt wird, wo ich gedacht hab, Alter, was lese ich da? Meine Freundin war damals, ähm... Da hab ich dann Badlands angefangen zu lesen. Die lag irgendwie neben mir und hat gepennt. Und ich hab mir voll den heftigen Bullshit reingezogen neben mir. Dacht auch nur, was lese ich da? So, jetzt muss ich da hinten gleich wieder runterjumpen. Ah, der Kollege läuft schon vor. Sehr gut. Es gibt ja eh so eine, so eine Kino-Subkultur, wo solche abartigen Filme existieren. Es ist wirklich, ähm, was, wo du mir denkst, what? Ich glaub auch, man kann nichts mehr machen, was... Ich glaub, wir haben auch alles ausgelotet. Das ist riskant, was du da machst. Jetzt musst du durchziehen. Ich dachte, du bist auch gelaufen. Okay, ich hab's geschafft. Ich renne jetzt. Aber ich bin auch jemand, ich bin als Kind auch damit groß geworden. Ich hab damals übelst gerne spawnen gelesen, wo es noch gar nicht für mein Alter gedacht war. Ich mach mal ne Heilung. Moment, lass mich, ähm, machen. Ich hab ne große, aber ne? Ja, ich hab ne kleine. Hier, ich geb dir mal eine von meinen ab. Warte, dann nehm ich noch eine halbe. Moment. Okay, durch oder warten? Äh, warte. Ja, lieber warten noch. Noch einmal und dann durch. Cross gibt's auch auf Deutsch. Das gibt's nicht nur auf Englisch. Ich find's auch interessant, dass Comics sich auch jeglicher Zensur entziehen gefühlt. Weißt du, bei Filmen, Büchern, Spielen, da ist der Start so streng. Auch heute noch bei vielen Sachen. Wie zum Beispiel Dead Island 2. Und dann siehst du sowas wie Cross, wo Dead Island 2 ein Kindergeburtstag ist. Ja, also es ist wirklich... Da oben hängt der Diamant noch. Da denk ich mir, dass Comics auch mit allem durchkommen. Die kommen wirklich mit allem davon. Ja. Jetzt wo du's sagst, äh, stimmt das schon. Das ist so, ja. Comics juckt keine Sau. Da gibt's die härtesten Perversionen und abartigsten Bilder. In den Büchern, ja, eh anders, ne. American Psycho ist ja auch als Kind kaum zu lesen. Wieso? Ja, weil das so eklig ist. Findest du? Ich find's super eklig. Da find ich sowas wie dieses Evil von diesem Jack Catcher. Ja, es ist ja auch nicht alles ein Wettlauf. Es ist ja nicht alles ein Wettkampf, wer den gewaltsten Scheiß macht. Aber ich mein, einer Frau eine Ratte in die Vagina einführen, ist offen gesagt für mich schon ziemlich harter Tobak. Und das zu lesen finde ich schon offen gesagt, ja, du bist, das, denkst du ernsthaft, dass da noch irgendjemand dran zweifelt, dass du komplett abgestumpft bist? Also ich fand, äh, interessanterweise fand ich, ähm, auch beim Film, ich fand das eher inspirierend, so als, äh, ja. Also nicht das Morden. Der Film ist ja auch eher ne Satire schon, fast. Ja, auch im Buch. Ich fand das immer, ich fand Patrick Bateman immer sehr faszinierend, weil er so ein, so ein Sigma-Mail ist. Oh, warte mal, hab ich dich ausgesperrt? Nee, nee, ich bin da, ich bin da. Oder bist du auch drin? So, ich hab jetzt einfach nur mal gedreht. Ja, Moment, du kannst uns damit töten. Vorsicht, das ist ein... Ja. Genau das. Ha, ha. Schäber! Simon, du hast ein Händchen dafür. Die Bewegung war schon initiiert. Die alte Schäber. Da brennt sie sich die Lippe weg. Schäber, 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 ja gut. Warte, ich gebe mal. Oh, warte, lass mich kurz eine Sache machen, ich hab nämlich nicht genug Muni dabei. Okay. Ich nehm nochmal Heilung mit, ich merk schon, ich brauch für dich mehr Heilung. Ja. Eindrücken. Literweise Heilspray. Das war jetzt hübschendem Timing her nicht so geil. Mein Chat, der ist auch schon direkt rübergewandert zu dir. Die sind schon alle auf deiner Seite. Ist echt ein Meme-Film heutzutage, das stimmt. Ja, das sind ja sehr viele Memes. Ich find ich immer so skurril, diese ganze Sigma-Mail-Bewegung. Weil heutzutage ist ja total wichtig, Männer in Kategorien einzuspeisen. In Alpha, dann gibt's die Betas, die Gamma, die Omega und die Sigma. Und aus irgendeinem Grund denken die wirklich, dass Patrick Bateman ein Sigma-Mail ist. Was er ja überhaupt gar nicht ist, ja. Also sind das dann so die Nice Guys, die Sigma-Mails? Nee, Sigma-Mails, also Sigma bedeutet, dass du jemand bist, der immer Respekt empfindet. Hast du zum Beispiel Peaky Blinders gesehen? Ein bisschen. Aber Sherby wäre so der Vorzeige Sigma. Der ist ein richtiger Sigma. Okay. Braucht niemanden, benutzt aber jeden. Ist auf der einen Seite immer jemand, der hilft, aber immer irgendwie mit seiner eigenen... Also man muss auch ein Egoist sein, wenn man Sigma sein will. Okay, ganz kurz. Weg von toxischer Masculinity und hin zu diesem Rätsel. Wo ich nicht genau weiß, was wir jetzt hier machen sollen. Weil ich drehe jetzt nichts. Komm mal, komm mal zu mir. Komm mal zu mir. Ich würde jetzt sagen, man muss die Tür da nochmal anstrahlen. Ja, ein Sigma ist jemand, der nur sein Ding macht. Niemanden braucht. Und... Aber dennoch irgendwie auch jemand ist, der eine gewisse Art des Respektes auch für Dinge ausstrahlt. Und... Ja. Darf ich mal was dazu sagen? Ich halte diese ganze Unterteilung für Quatsch. Ja, ist es auch. Und für... Einfach für Bullshit von Leuten, die sich irgendwo abgrenzen wollen. Das machen ja alle anderen Gruppen auch. Dass sie irgendwie Wörter erfinden, die dann irgendwas definieren. Also wenn du oben bleibst, kann ich dich zum Beispiel schon mal nicht verbrennen. Was? Das ist... Gefällt mir. Als Konklusion. Aber was? Ich will ja irgendwas machen. Also ich sehe jetzt auch gerade hier das Muster. Wir müssen... Ah, okay. Wenn du Untersuchen drückst... Ja, dann siehst du es aus der Perspektive. Genau. Dass dieser rechts... Dieser hell erleuchtete Spiegel ist eigentlich das Problem. Boah, ich glaube, ich muss den einfach nur... Ja, genau. Ja, oder? Ich glaube, ich muss den einfach nur hier hin, oder? Ja. Oh. Das war es schon. Aber er hat zurückgefedert. Moment. Doch. Das war doch kein Rätsel. Ja, ich war jetzt so im Quatsch... Nee, es wird noch schwieriger. Ich war jetzt so mit Quatschen beschäftigt. Jetzt musst du hier runter und dann hier auf das Ding drauf. Oh. Also ich halte auch nichts von diesen Kategorien. Aber nicht, weil ich darin toxische Männlichkeit oder sowas sehe. Sondern weil ich denke, dass du ja in jeder Lebensphase ein anderer bist. Weißt du, was ich meine? Ah, aber ich finde, wie gesagt, ich finde das halt sehr... Also es wird halt immer benutzt von Leuten, die dir dann entweder irgendwas absprechen wollen oder dich dazu bringen wollen, ihre Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Ja, leider. Klar, natürlich. Das ist halt für junge... Alles wird halt nur von toxischen Männern benutzt. Äh, die sich halt irgendwo kategorisieren. Aber meistens, um andere eben klein zu reden. Ja, natürlich. Also ein Alpha ohne ein Beta wäre ja nix. So. Aber mal hier. Okay, dann nehme ich jetzt mal den. Ich drehe jetzt erstmal nicht. Ja, jetzt kannst du. Jetzt bin ich in Sicherheit. Ich bin nicht out of the Splash Zone. Ja, wir sind die absoluten Laserstrahl-Rätsellöser. Jetzt musst du nur noch hinkommen. Oh. Haha, stimmt. Aber kann, glaube ich, dahinter laufen. Nee, nee, hier. Ja, wo ich bin. Einfach hier lang. Ja, okay. Einer... Jetzt kommt ein dritter noch. Der ist ein bisschen tricky, glaube ich. Hier da sind Pille Palle. Also das ist bisher einer der seltsamsten Level. Weil das irgendwie so gar nicht reinpasst, finde ich. Naja, da hat man halt... Das so ist halt Capcom. Einfach ein bisschen was Neues probieren. Das war zu so einer Zeit, wo auch irgendwie der Azteken-Indiana-Jones-Kram wieder ein bisschen hip war. Da gab es ja dieses eine Spiel, wo du auch so einen schießwütigen Höhlenforscher da gespielt hast. Wie ist das denn nochmal? Guck dir das an, was für eine Falle. Ich gier schlund, geh zu der Kiste und sofort komm ein Spinnen. Ja klar, aber dafür haben wir ja so eine fette Schrotflinte. Die kannst du übrigens alle töten, wenn du so eine Blendgranate auf dich schießt. Alle weg. Und... Ich muss mich freischießen. Alter, keine dabei. Schieß mich mal frei. Ärgerlich. Bro. Bitte eine. Okay. Die halten überraschend viel Eis. Ja. Ah! Ich hab auch einen im Gesicht. Ah, wir haben beide. Können wir uns dann überhaupt helfen? Ja, klar. Ja genau, Uncharted war da cool, aber das meine ich nicht. Da gab es doch so was anderes. Mann! Danke. Ey, ich find's irgendwie ließ, dass immer mit Shotgun-Munni so hardcore geizen in dem Spiel. Aber ich find's durchaus angenehm hier, diese Viecher. Die sind ganz coole Gegner, find ich. Die sind ein bisschen eklig. Dann dieser Krabbschmuf ist toll. Also so eine Mischung aus Grabbe und Spinner. Ja. Ja, Krabben sind ja Spinnen in der Gattung der Spinnen tatsächlich. Die Niedertiere. Skorpione ja auch. Ey, Skorpione lässt sich gar nichts geben, ey. Die haben sich einfach den Stachel geholt und ab da kann einen keiner mehr anmachen. Kein schöner Tod. Ah, wahrscheinlich nicht. Hier ist noch ein bisschen Moni. Aber es geht auch schnell. Findest du? Kommt drauf an, wie du aufgespießt wirst. Wenn du Pech hast und du kriegst es so in die Organe rein und hängst dann der Kopf über und blutest qualvoll aus. Ja, aber also wenn ich schon erstochen werden soll, dann lieber von fünf Messern gleichzeitig und nicht eines, wo dann eventuell, wie du meintest, wichtige Organe verfehlt werden. Tja, also ich hätte irgendwie gar nicht so Bock aufs Erstechenwerden. Nö, aber wenn ich jetzt nur die Wahl gebe, also gesprengt wäre, glaube ich, meine. Echt, du würdest gesprengt nehmen, weil es so, ich vaporisieren vielleicht. Ah ja, was, vaporisieren? Geh mal da an den. Ja. Bin ich hier geschützt, wenn du den drehst? Beweg ihn mal. Du stehst da? Ja, okay, ich versuch's mal. Nee. Ist man auch instant tot. Das ist ja auch assi. Ja. Mann, ärgerlich. Ich möchte mich entschuldigen, aber wir wollten es ja probieren. Das war ein soziales Experiment. Es ging schief. Ich hab aber auch irgendwie das Gefühl, dass da eben, hier, Moment, auf der Karte, siehst du das, was auf der Karte pulsiert? Müssen wir nicht dahin? Ja, aber da kommen wir nicht rein, weil wir das, ja, genau, dahin schießen müssen. Kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Das muss ja straight hier geradeaus kommen. Also muss es von dem in der Mitte kommen. Bist du in Sicherheit da oben? Geh mal da oben drauf. Also wenn du hier bist, bist du in Sicherheit. Ich könnte, ich bleib gehen hier. Drehst du oder, ja? Nee, jetzt würde ich drehen. Bist du aber in wirklich jetzt in Sicherheit? Ja, ja. Ich bin hier hinter der Säule. Okay, das bringt gar nichts. Wollen wir mal. Das muss man schon so drehen. So, Moment. Das da hinten muss man drehen. Dann gehe ich da mal hin? Wenn du die Kiste öffnest, kommen immer noch die Spinnen. Die haben wir jetzt nicht, ne? Was war da drin? Schätze. Ja, ich werde die natürlich jetzt nicht mehr holen. Okay. Du kannst auch da hinten in die Tür das Licht reinmachen. Öffnet sich hier noch eine Tür mit Schätzen. Hier gibt es einige Schatzecken. Lass mal gucken. Ich bleib jetzt hier oben und du machst. Okay. Aber ich brauche halt keine Schätze mehr. Ich habe dir alle zu Genüge. Also, den in der Mitte. Ach so, ja. Jetzt müssen wir noch einmal gehen. Das ist ganz cool. Genau. Und ich gehe auf den Hügel. So retro ist das Spiel auch nicht. Naja, ab wann ist was retro, ne? Das ist halt die Frage. Für uns ist retro Super Nintendo. Aber für was ist retro für andere? Schwer zu sagen. Das ist es nämlich. Ja. Schwer zu sagen. Jeder hat eine andere Kindheit. Oh. Ich hätte jetzt gedacht. Ja, ja. Muss noch. Muss noch. Jetzt haben wir hier noch die Schätze. Und dann in den Schlot rein. Hier sind auch noch ein paar Sachen. Wie ein goldener Käfer. Ich, äh. Ja, du weißt wahrscheinlich am ehesten. Du kannst da runter springen. Und da hinten rein, wo ich es hinze. Genau. Da kannst du was holen. Nein. Andere. 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 Zurück. 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 Hier, wo ich hinziele. Oh. Da sind auch noch Vasen. Da ist eine Menge. Alles voller Schätze. Und Schlangen. Aber eine Schlange ist ja auch irgendwie ein Schatz. Wenn man vielleicht hier unten gefangen ist und kurz vor dem Verhungern ist, freut man sich mehr über die Schlangen als über das Gold. Wenn du ein Seil brauchst. Denkst du mal, keine Schlangen als Seile missbrauchen? Denkst du, das geht? Also, wenn ich, wenn ich da gefangen wäre und hätte nichts außer 20 Schlangen, würde ich es zumindest versuchen. Du würdest die Schlangen zusammenbinden? Ich glaube nicht mal, dass du sie richtig gut knoten kannst. Ja, naja, nicht optimal. Aber wenn du es mal mit die eine in die andere reinbeißen lässt. Aber denkst du, die beißen so fest zu, dass es hält? Hätte dir jetzt noch ein Gold der Götze. Ja, man muss ja unbedingt. Man muss ihnen schon zeigen, wer der Chef ist und warum sie das machen müssen. Also, du denkst, die Schlangen würden sagen, ja, wir wollen auch hier raus. Und deswegen beißen sie... Bist du sowas wie das Phantom? Wenn ich jetzt bei hier Seven vs. Wild wäre, dann würde ich das zumindest probieren. Bevor alles verloren ist, würde ich das nochmal probieren. Bist du jetzt in Sicherheit? Okay, wohin soll ich denn jetzt? Nochmal da hoch auf dieses Podest besser, bevor ich dich brutzle, weil ich drehe das jetzt noch einmal, das Ding. Und dann müssen wir hier wieder auf diesen Aufzug, glaube ich. Ach. Es soll doch eigentlich entspannend sein, was zu drehen. Ja gut, dann mach du mal. Moment, so. Biuh. Aber jetzt haben wir ein Problem. Wie komme ich hier raus? Ich muss wahrscheinlich was drehen. Aber... Dann sterbe ich. Und wenn ich das hier wieder zurück mach... Ah, wie war das? Naja, aber eben war das schon richtig, oder? Was du eben gemacht hast vorher, meine ich. Warte, geh nochmal hoch auf dein Ding. Nicht, dass ich jetzt weg brutzle. Nein, guck mal, wenn ich jetzt drehe, ne? Warte, falsche Richtung. Die Richtung. Dann habe ich es aktiviert. Okay, soll ich vielleicht dann erstmal da hin und irgendwas machen? Ich glaube, wir müssen beide hin. Okay, ja, dann musst du... Ähm... Du musst jetzt... Warte mal. Wenn ich jetzt einen wegdrehe, der dich nicht trifft, und dann gehst du raus, und dann drehen wir diesen einen... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, das war eine gute Idee von mir. Du meinst, dass du jetzt einen wegdrehst, und ich steppe raus? Ja gut, das können wir probieren, aber du darfst mich halt nicht treffen. Ja, deswegen überlege ich auch gerade, ob es hier irgendwo eine Ecke gibt, wo... Ja, die hier. Kannst du die nicht bewegen? Ja, aber wenn ich den... Mit dem hier zersäbel ich dich, ne? Mit dem hier zersäbel ich dich. Easy. Aber was ist denn der ganz da hinten? Den kann ich drehen. Sieh, der, da, wo du gerade hinguckst, aber dazu müsste ich... Warte mal, kannst du... Moment. Kannst du den nochmal drehen, sodass ich zu dir kann? Also den, den du eben gedreht hast, dreh den einmal weg, bitte, dass die... Dass dieser Gang... Warte mal, den nochmal drehen, den hier. Genau, ich muss einmal dran vorbei. So, und... Da ich hinter der Säule sicher bin, kannst du ja jetzt nochmal... Guck mal, Moment mal, Moment mal, kann man jetzt nicht einen drehen? Jetzt kann ich nochmal drehen. So. Du machst nix, ja? Ich mach nichts. Okay, jetzt könnte ich... Hier, du siehst mich ja, als könnte ich den hier drehen. Oder? Bring ich mich um. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch keinen Fehler machen, aber wohin zielt der denn? Zielt der gerade, kann ich den nach links drehen? Dann wärst du doch safe. Kannst du dahinter getroffen werden? Weiß ich nicht. Dreh, probier's. Ja, aber ich will's auch nicht wieder verkacken. Okay, ich seh aber auch keine andere Möglichkeit gerade. Ich bin tot. Okay, das Ding hier hinten muss weg. Einmal drumrum. Genau, du musst jetzt einmal drumrum. Lieber Chad kann jetzt gerne mal bei mir Tipps abgeben. Was ist, wenn wir das Ding quasi entschärfen? Oh, du bist... Okay. Schon im Vorfeld so drehen. Weißt du, was ich mein? Ja, gut, aber irgendeiner muss es ja in der Mitte um. Ja, ja, aber das ist keine Lacer. Dann dreht man in der Mitte um und das ist ein Strahlauf und dann richtet man den Außen um. Weißt du, was ich mein? Dann mach ich das jetzt mal. Du überspringst quasi... Hast recht. Ja, völlig richtig. In der Mitte schon richtig drehen, so auf die Art. Genau, jetzt ist er ja richtig. Ja, du, ich glaub, das ist es auch. So, den hier auch schon mal drehen. Und dann musst du ja nur noch den anderen drehen. Länger, länger, länger. Du hast zu früh losgelassen. Nee, nee, das ist richtig. Und jetzt noch den anderen, das müsste es ja schon sein. Aber warte. Ich muss... Moment, stopp. Noch nicht machen. Ich muss erst hinter die Säule. Ja, stimmt. Okay. So, jetzt bin ich sicher. Müsste ich eigentlich. Ja. Es war kein schweres Rätsel. Nee. Wir haben jetzt aber die Schätze nicht. Aber scheiß auf die Schätze. Naja, wirklich. Ich scheiße auf alle Schätze. Muss man hier rein, wo der Strahl ist? Ja. Ja, okay. Oder? Doch, ja. Aufzug. Schwere Geburt, wie man so schön sagt, ne? Wo ist das Ort? Wie können sie überwinden? Wie können sie überwinden? Warte. Was? noch zur Nazi-Zeit geforscht haben. Das gibt ein B oder sowas. Ja, uff. Guck mal, aber die Präzision sitzt wieder. Boah, ähm, naja. So, jetzt beide weiter drücken. Du hast kaum geschossen. Kaum geschossen? 27 Gegner? Ja. Hast du weiter gedrückt? Äh, ich drücke, ich drücke. Ja. Okay. Joa, haben wir eh nichts. Können wir direkt weiter. Ja, ich hab schon was. Ich muss mal gerade überlegen, in was ich jetzt mein Kram investiere. Ich hab nämlich alles gemacht, um diese Waffen jetzt zu perfektionieren. Und jetzt könnte ich noch mal eine weitere Waffe. Du kannst auch im Laden gucken, da gibt's auch Waffen, ne? Ich bin eigentlich nur noch dreimal rot. Ähm, ah, okay. Entschuldigung, ich muss hier gerade, ich kämpfe gerade mit dem Inventar. Wie kann man, wer, ah, so kann man wechseln. Also, was würdest du denn sagen? Ich hab jetzt ne geile Pistole, die ist voll, ich hab die H&K, die ist voll, also die MG. Und dann soll ich dann auf Schmutzflinte gehen, auf Sniper, oder auf Revolver, oder auf... Revolver ist richtig geil. So ne Diegel ist richtig strong. Okay. Der hat halt nur nicht so viel, aber, also so viel Money, aber ich hab schon zwei Schüsse. Der ballert richtig. Also, wenn du den levelst, ich hab hier, ähm, was hab ich voll gelevelt? Ja, ich hab hier die, die Mac 500, die hab ich, glaub ich, voll ausgelevelt. Ja, die haut alles, das ist ein Elefantentüter. 5000 Schaden macht die, was macht die hier? Oh, ich mach hier auch grad den Schaden ganz nach oben. Oh, 3200 Schaden. Sehr gut. Also, da machst du schon ordentlich Damage mit dem Ding. Okay, ich bin sehr happy mit dem, was ich gemacht habe und bin bereit. Ja, mein Gewehr ist voll ausgelevelt, Chad. Ich hab, ich hab eh einen Haufen Geld. Ich hab super viele Schätze, wenn ich hier noch alle verkaufen würde. Weißt du, an was mich diese Pflanze erinnert? An den Film Ruins. Hast du den mal gesehen? Nee. Da geht's um so eine Touri-Truppe mit Jonathan Tucker. Das ist auch ein cooler Schauspieler. Der hat mal eine geile Serie gemacht. Black Donnellys hieß die. Super geile Serie. Leider gab's nur eine Staffel. Da gibt's immer noch Petitionen, die die Black Donnellys zurückhaben wollen. Das war so ein bisschen Vorläufer von Picky Blinder. Das hat zwar so Hell's Kitchen mäßig gespielt in unserer modernen Zeit, aber trotzdem richtig gut gewesen. Jedenfalls, in dem Film geht's halt um so eine Touri-Truppe, die in so einem Südamerika-Urlaub sind und die besuchen halt so eine Ruine. Und auf dieser Ruine werden dann sie festgehalten von den Einheimischen, dass sie nicht runtergehen. Ja, mit Waffen regelrecht oben gehalten auf dieser kleinen Pyramide und die Pflanzen dort sind halt besondere Pflanzen. Und das ist zwar eine total simple Story, aber der Film ist richtig ekelhaft. Richtig, richtig ekelhafter Film. Aber ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ja, ich kenne ihn nicht, aber wie immer kommt er auf die Liste. Ich habe mir gestern, ne, ich habe mir eben gerade das Tagebuch durchgelesen und da fiel mir auf, dass es ja auch hier um diese Blumen geht, von denen das Ganze ganz wieder herkommt. Was mich ein bisschen erinnert an Obscure, was wir ja auch damals den ersten und zweiten Rücken gespielt haben, wo es ja auch die Blumen sind. Entweder will uns hier jemand etwas durch die Blume sagen, nämlich, dass es all das wirklich gibt. Wenn du dir diese Tagebücher hier durchliest, da findest du eigentlich sehr, sehr viel raus über die ganze Geschichte hier. Ja, was mir nicht gefällt bei Resident Evil ist, dass sie die Geschichte erst im Nachhinein geschrieben haben. Der erste Teil ist noch schön simpler Trash und dann haben sie im Nachhinein Wesker wichtig gemacht. Jede Figur erhält ihre eigene Backstory. Umbrella hat dann plötzlich diese Gegenfirma, mit denen sie sich betteln. Ich verstehe schon, dass man das macht, aber ich hätte einfach gern simple, billige, gerne auch immer in sich geschlossene Monster-Kapitel gehabt mit dieser Resident Evil Serie. Ja, das ist halt ein Riesen- Franchise. Ein Riesen- Nimm das doch Resident Evil, aber niemand, also keiner hat gesagt, oh, jetzt brauchen wir aber unbedingt Jill Valentine oder Chris Redfield oder oder Zombies. Ja, wir sind halt ikonisch. Wir sind halt richtig ikonisch geworden. Ja. Aber es ist auch ein bisschen die Bequemlichkeit von Capcom. Aber sie machen es wenigstens unterhaltsam. Das muss man in Capcom einfach lassen. Auf jeden Fall. Und ich mag die Story. Ich bin jemand ein, der so verlässlich gute Horrorspiele abliefert wie Capcom. Oder allgemein verlässlich gute Spiele. Capcom macht wirklich, auch im heutigen Zeitalter machen die echt noch vernünftige Sachen. Also jetzt kriegen wir aber wirklich ein Tagebuch nach dem anderen. Ja, ja, hier gibt es, hier wird die ganze Story erklärt in dem Komplex. Du siehst ja jetzt auf der Minikarte über dieses Dokumentsymbol, das ist alles Story. Ja, an sich auch interessant. Wenn ich alleine wäre, würde ich mir alles durchlesen, aber so in einem Koop finde ich das komisch. Es dauert alles zu lange. Wir können es Roleplay-mäßig vorlesen mit verstellten Stimmen und verstellten Akzenten. Ja, so mache ich es eigentlich immer. Aber ich, ja, ne, heute will ich nicht. Wir könnten daraus eine kleine Theateraufführung machen. Mit Sockenpuppen. Ich komme vorbei und wir spielen Resident Evil mit Sockenpuppen ab. So, ja, hier ist das Tagbestell. Wir haben es für euch schon vor aufgezeichnet. Und dann lauft da drei Minuten Sockenpuppen von Umbrella. Das ist eigentlich eine gute Idee für den Kippen. Das ist eine großartige Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Sockenpuppen in so einer kleinen Theaterkulisse und dann erklärst du da Geschichten von Videospielen. Ja. Alles. Kratos. Kratos. Was weiß ich. Sockenpuppen in einem roten Streifen. Mann, ey, jetzt, ähm, jetzt habe ich richtig Bock bekommen, das zu machen. Let's do it. Wir werden es nicht machen, aber es ist eine gute Idee. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht treffen wir uns ja irgendwie einmal X und machen, äh, und stellen zwei Sessel gegenüber und diskutieren über irgendeinen Film. Und dann haben wir noch genügend Zeit, um Sockentheater zu machen. Ich wollte gerade sagen, was wir brauchen, ist das Sockentheater, nicht das diskutieren. Wir können ja auch, wir können ja auch so eine Art, keine Ahnung, wir sind Socken. Wir kommen mit Sockenpuppen auf Premieren, wo andere im Smoking hingehen und interviewen Chris Evans in der Sockenpuppe. Wie dieser, war das nicht Triumph the Inside Dog? Das war doch von... Genau, ja. War das nicht auch MTV oder sowas? Ich, nee, ich dachte, das wäre jetzt von Kondo Brian oder so gewesen, aber... War das wirklich? Nee, 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 nee. Das waren... Die hat's gedisst. Der hat doch auch hier bei, äh, Ding, äh... Ach, wie heißt die Band? Ah, der hat ja auch Musik... Der hat ja auch in Musikvideos alles mitgemacht. Hä? Also ich meine den Hund mit der Zigarre. Genau, ja, 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 ja. Der Hund mit der Zigarre. Ich weiß nicht, wer den ins Leben gerufen hat. Ja, irgendwie habe ich ihn immer mit MTV verknüpft damals. Naja, das wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, ne? Ich glaube, es gab auch viele Nachahmer von diesen Tieren mit Mikrofonen. Aber der hat auch in einigen Musikvideos mitgemacht. Ich weiß nicht mehr, in welchen. Der war so ein 90er, Anfang 2000er. Ja. Geil, das ist ja ein Licker. Oh, der sieht richtig widerlich aus, ne? Ist dir mal aufgefallen, dass dieses Spiel so eine leichte Comic-Grafik hat? Ja, man merkt's, wenn man die Monster, die man schon kennt, vergleicht. Gehen hier. Das muss irgendein Shader sein vielleicht. Licker geben eigentlich echt gut Geld. Dafür, da bin ich immer, ja, Löwenherzen geben die. Und da bin ich immer früher rein und hab das gecrindet alles. Da sind wir immer wieder hier in die Mission, haben die Licker rausgecrindet, haben uns umbringen lassen, wieder die Licker rausgecrindet, und so hast du halt richtig Asche machen können. Ja, Sockenpuppen-Stars, die Sockenpuppen-Interview, das ist... Charmant. Oh, hier ist wieder was für dich. Oh, ein so derartig großer Koffer. Ne AK. Aber die ist gut, die ist gut, wenn du die levelst. Die ist richtig gut. Ja, aber alles ist gut, wenn man's levelt. Ich hab doch schon ne Maschinengewehr. Aber AK ist besser. Ja, echt? AK ist besser als die M4, oder was? Ja, ja. Hier ist nochmal Pistolenmunition. Die Sniper ist halt die beste Waffe, finde ich, überhaupt, die du hier haben kannst. Weil die macht High Damage. Hat ne gute Reichweize. Das ist meine Lieblingswaffe hier in Resident Evil 5. Okay, sehr gut. Ich muss noch mal, ich muss mich noch entscheiden. Im Endeffekt brauchst du eigentlich nur ne Sniper und ne Shotgun. Dann bist du eigentlich für alle Situationen gewappnet. Warte, hast du den Hebel da hinten betätigt? Ja. Da wären ganz viele Licker gekommen. Also, wenn ich den nicht betätigt hätte, wären die alle gekommen, oder was? Äh, weil ich hab' ihn betätigt. Ne, da wären, glaub' ich, im Gang nochmal welche. Alter, wollen wir die nicht killen? Wir können sie killen, aber das ist halt... Hast du Granaten? Rein, Lizzie. Lass dich nicht licken. Ja, das war ja hier so ein QTI-Sprung. Okay, das ist natürlich der krasse Sprung, den wir hier haben. Der haut schon rein, ne? Ähm, Achtung, Granate! Bam! Chris, der macht ihn mit seinen bloßen Händen tot. Oh oh, umschaut hab' ich keine Money mehr. Dafür hast du halt richtig Geld. Ah, ich find's gut, dass wir das gemacht haben. Irgendeine arme Sau stolpert sonst über die drüber. Und der kann das hier gar nicht überziehen. Ja, das ist auch so gut besucht, ne? Sonst kommt die Shuri-Gruppe, die um 15 Uhr kommt. Ja, so wie deren Sicherheitsvorkehrungen sind, kann da jeder sein. Ab 15 Uhr kommt immer die Touri-Gruppe, die macht die große Tour und die dann über die Licker. Warte. Alles gut, ich hab' die fette Schotten. Ich will doch heilen. Ach so. Da musst du sagen, Achtung, Heilung! So, Gewehr, Muni. Na, Licker werden wir jetzt noch einige haben. Kann ich schon mal drauf freuen. Wer zuletzt leckt, leckt am besten, ne? Ja, kennst du noch McSchleck oder Ed von Schleck? Ed von Schleck, geil, Mann. Lecker, super lecker. Gibt's das noch? Ich glaub, das gibt's wieder. Ist irgendwie so verrückt auch dieses, dieses Bum-Bum, kennst du das noch? Ja, ja. Das ist auch so ein Evergreen, ne? Das kommt immer wieder. Ich hab, ja, wir haben so ein, äh, so ein Battle-Format bei Rocket Beans, wo ich das mal reingeworfen habe als eine der besten Eis-Neuerscheinungen, die von damals wieder kamen. Ich mochte Käse-Eis. Kennst du das noch, dieses Cheese-Eis, wo so ein Käse-Würfel war? Das hatte auch so eine komische, leicht gummige... Aber wenn ich kein Käse war, hat's mich nicht interessiert. Das war so eine leicht gummiartige Konsistenz. Hinter uns kommen riesige Armeen von Lickern. Aber schön auch alle hintereinander. Das ist die Tour, sag ich euch, die um 15 Uhr kommt. Und noch mehr Licker. Hast du noch eine Granate? Nee. Ja, ist gut. Oh, ich hab's hier nochmal einsammeln. Und Kristalle, das hat sich schon gelohnt. Ich sag ja, du kannst hier richtig Cash grinden, weil die diese Löwenherzen droppen. Ja, Cheesy hieß das Eis. Genau, das war so ein Käse-Eis. Das hatte auch so eine leicht gummiartige Konsistenz. Die wollten irgendwie diese Konsistenz von einem Gouda einfangen. Es war richtig creepy und crazy. Aber irgendwie geil. Weißt du, was ich auch richtig geil fand? Gibt's auch nicht mehr. Das sind die Lunchables. Diese kleinen... Ja, das waren diese Cracker mit Käse und Schinken, wo du ja so ein kleines Cracker-Sandwich machen konntest. In Holland gibt's die noch. Lunchables. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Stimmt. Das war bestimmt das schäbigste Fleisch, der schäbigste Käse. Egal, es war lecker. Das war der mäßlichsten Cracker. Aber man hat's gemacht, weil es halt wie ein kleiner Burger war, den man sich zusammenbauen konnte. Ich fand auch Hufo Kinderquark richtig geil. Quark mit Brause. Warum gibt's das heute nicht mehr? Wir brauchen mehr Quark mit Brause. Warte. Das bedeutet, Jill könnte hier sein. Wer bauten sowas? Jetzt mal ganz im Ernst, wer bauten so'n Scheiß? Wie kommst du da ran, wenn du mal was reparieren musst an so einer Kapsel? Das ist alles komplett bescheuert. Ja. Das Wartungspersonal hat ja voll die Arschkarte gezogen. Ich mein, das siehst du da schon bei Wesker. Sie wollten Matrix. Ich will aber auch mein eigenes Matrix haben. Mit Wesker und Kapseln. Vielleicht ist das so'n Elon Musk-Ding. Der würde sowas bauen. Der würde ja auch Jurassic Park bauen. Der will vor allen Dingen einfach nur Fördergelder von allem. Im Moment braucht er es ja auch. Der verspricht einfach alles. Ey, bei dem sieht's eng aus. Oh, Röckchen. Guck dir das an. Wer baut denn sowas? Weißt du, wie lange der daran sitzt? Ja. Und du musst alle Bauarbeiter da nach oben bringen. Deswegen haben wir vielleicht so'ne Bauarbeiterknappheit. Vielleicht sind das auch die Bauarbeiter. Ha! Wir kommen direkt... Ja. Wir haben den gelöst. Ja? Das hier ist super. Ey, wir wären so gut als Bösewichte. Ja, guck mal da. Alter, ist dieses Vieh... Nee, das ist nicht dasselbe. Nee, nee, das ist jetzt so'ne Spinne. So'ne Krabbenspinne. Ich hab gedrückt, ich schwör. Also, wie letztes Mal, ich hab auch gedrückt, aber es kann auch sein, dass er das nicht, äh, bei mir nicht aktiviert hat irgendwie. Oh, warte. Sag mal, ich verwalte ihn noch schnell. Genau. Hier muss ich jetzt dringend auch noch was ändern. Jetzt, wo wir wissen, was kommt. Oh, ich hatte übrigens doch Granaten eben. Es tut mir leid. Richtig viele sogar. Hättest du hier richtig schön wegbomben können. Genau. Genau. Ja, leider. Also, Deutsche haben das schon mal nicht gebaut, weil die können ja nix bauen, ne? Die kriegen ja nix fertig. Das muss ja irgendwie... Nee. Du brauchst eigentlich, äh, Munition für deine Diegel. Oder so'n Granatwerfer ist auch ne gute Idee, ja. Was ist denn die Diegel? Ja, die Mac da, was du da hast. Der ist halt Eagle. Okay, ja, klar. Ich dachte, du meinst den vielleicht den Granatwerfer oder so. Weil dafür... Kann ich dafür Munition kaufen? Das wär schon geil. Kaufen. Äh, nee, man kann leider keine Munition kaufen. Die muss man sicher grinden. Das ist richtig doof. Oder du musst so reich werden, dass du einfach die Waffe entsorgst, dir eine neue kaufst, die dann wieder levelst. Doch, die Idee... Doch, Granaten kann man kaufen. Wie geil. Granaten geht. Explosiv... Aber sicher ist das... Aber keine Munition. Nee, das ist für einen Granatwerfer. Wenn du jetzt das kaufst, das ist für einen Granatwerfer. Ja, aber ich hab ja einen Granatwerfer. Ja, den kannst... Ja, das kannst du machen. Aber das ist doch gut. Ja, wenn du das möchtest, dann kannst du's tun. Okay, gut. Für den kannst du... Du kannst... Säuregranaten sind ziemlich hot. So hot right now. Äh, nee, ich muss die... Ich nehm erst mal... Ich hab ja nicht so viel. Das nehm ich mit... Das entfernen. Kann ich dir irgendwas geben? Nee, das bringt dir auch nix, ne? Das Ding... Okay, ich hab, glaub ich, jetzt genug. Genau, unendlich Muni hab ich abgestellt, weil ich mir gedacht hab, das wär dann doch zu leicht. Nein, das ist ja Quatsch. Auf... Nee. Es ist auch so schon, äh, leicht genug, oder? Finde ich. Ja, schon. Mit unseren Hightech-Superwaffen. Lass mich grad nochmal nachladen, alles. Würdest du, wenn Elon Musk Jurassic Park baut, Ja, würde ich hingehen. Ja, oder? Auf jeden Fall. Auch wenn die Gefahr tendenziell besteht, dass du von einem T-Rex zerfleischt wirst. Ja, Schuss. Sicherheit und so, ne? Ja, äh, die Gefahr entertaint mit, ähm... Das würde ich auch leicht erregen, der Gedanke, dass der T-Rex sich frisst. Total. Komm, wir drücken das mal weg. Kann man das wegdrücken? Also bis jetzt kann ich ja nix wegdrücken. Doch, man kann überspringen. Ah, jetzt. Aber die Röckchensequenz hier lassen sie drin, ne? Da haben sie gut gekackert. Die wissen, was sie wollen wollen. So, jetzt Quicktime. Okay, geil. Ah, du hast mal zu klappt. So, ich schieße jetzt direkt in ihr hässliches Spinnenmaul. Autsch! Jetzt hat sie das Maul zu. Du kannst ja auch auf die Beine schießen. Guck mal, das sind so so Geschwür an den Beinen. Ja, ich sehe es. Da musst du halt schön mit deiner Diegel, also mit deinem Colt drauf. Der bewegt sich! Au! Ja, jetzt kannst du dir in die Fresse ballern. Ah, ne, ins Maul. Weil es genau geht, das richtige Monster, für das man so ein Granatwehrfahrer hat. Ja. Geboren, um granadiert zu werden, das Ding. Ja. Die mache ich mit der Shotgun. Guck hier, ganz schön Schwarm. Wir geben auch Muni, das ist ganz nützlich. Das ist auch wieder so eine Stelle, wo du echt gut Muni crime kannst. Ist das tot? Nee. Nee, nee. Achtung, ich mache mal eine Heilung. Hast du eine Heilung? Ja, wo bist du? Ja, aber nicht vier. Okay, danke. Sehr gut. Boah, ist hier viel Munition, da kannst du richtig Muni upcrine. Mach das Maul auf! Ich glaube wir haben es. Ja. Da vorne liegt noch Kram, so viel Loot. Guck mal, wie weit geht es da bitte runter? Wir waren nicht mal auf halber Strecke mit dem Ding. Ich glaube, Da! An Officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? Hm. As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it WAS you! Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap! Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here we're throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Übrigens, für die, die jetzt gerade zugucken, Gregors Signierstunde beginnt jetzt. Also wenn ihr Bock habt, kommt doch einfach, guckt bei wo Gregor ist und dann lasst euch euer Retro-Buch signieren. Ähm, ja ey, wir sind hier. Sogar mit S. Schon fünf Kapitel schon. Äh, fünf eins. Ja. Geil. Das hier richtig schnell ist. Und du hast ein S bekommen, da freust du dich bestimmt, ne? Ja. Tue ich. Ich brauche immer Bestätigung. Ich habe als Kind zu wenig bekommen. Ja, ich auch. Ja, ne? Das lastet aber auch nach. Das zieht irgendwie. Das schneidet tief. Aber es ist wirklich so. Man kann es auch nicht irgendwie abschalten, auch wenn man drüber stehen möchte. Ähm, deswegen, man sollte seinen Kindern schon Anerkennung zuschreiben. Das ist wichtig. Ähm, ja, man sollte generell einfach gut zu seinen Kindern sein. Das ist vielleicht noch wichtiger, ja. So, warte mal. Ich habe... Okay, jetzt habe ich alles, was ich will. Ähm, ich bin bereit. Moment. Ich bin auch bereit. Glaubst du, die haben wenigstens so eine Art Matrix, irgendeine virtuelle Realität, an die sie angekoppelt sind? Oder hat da Umbrella? Gar nichts. Quatsch. Die sind einfach Kartoffel den ganzen Tag. Ja, weil die müssen ja auch kein... Obwohl, vielleicht könnten sie damit die Anlage irgendwie betreiben, so. Also ein Nebenprodukt wäre... Die Matrix wäre für Umbrella nur ein Nebenprodukt. Ja. Ey, die haben so viel Geld. Die könnten... Die haben so viel Technologie. Warum müssen die unbedingt Bio-Weapons entwickeln? Das... Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Die sind weltweit führende Konzern. Oh. Ich habe keine Ahnung, aber Bio-Waffen sind halt lässig. Ja. Ja, die wollen die einfach haben, ne? Damit die kein anderer hat. Guck mal, ich meine so eine Bio... Also ich meine Waffen sind ja auch von Deutschland... Ist das nicht eines unserer Exportschlager Waffen und so? Ja, aber da reden wir nicht drüber. Aber es ist ja so... Nein, hör auf! Von Deutschland darf nie mehr Krieg ausgehen. Aber... Aber die Kohle nehmen wir es trotzdem. Die Kohle halt. Ja. Ja. Jetzt kommen Legner mit Gesicht... Was hängen wir dafür? Wir sind halt einfach technisch ganz krass dabei. Noch. Noch. Ist auch noch eine Frage der Zeit. Also wenn es so weiter geht, den Kurschen wir jetzt fahren, dann nicht mehr lange. Ja, das einzige Gute ist, was Deutschland hilft, ist, dass Panzer kein Internet brauchen. Sonst wären wir da längst abgehängt. Ja, aber die sind auch... Jetzt kommt ja raus, die sind ja auch nicht mehr so pralle. Also da hat... Weil... Ja, weil... Guck mal, das ist halt einfach... Als hättest du ein Mittel gegen eine Krankheit, aber die Krankheit ist quasi fast ausgestorben. Und trotzdem glaubt jeder an dieses Mittel. Und irgendwann musst du dieses Mittel dann doch wieder einsetzen und realisieren alle... Hm... Hat ja doch nicht so gut gewirkt. Ja. Das ist halt die Macht der Verdrängung. Ja, ich mein, die Zeit haben sich halt massiv geändert, ne? Das ist halt wirklich... Man merkt, ähm... Dass die alten Pläne nicht mehr aufgehen. Ja, Deutschland hat halt auch wirklich gepennt. Also so richtig... Die haben ja wirklich den... Den... Den Lauf der Dinge quasi ausignoriert. Haben sich auf irgendeinen Erfolg ausgeruht. Ja, woran... Ja, woran kann es liegen? Eventuell 16 Jahre CDU? Nee, glaub... Ja, auch mit vielleicht. Von der CDU? Ich mein, dank Helmut Kohl haben wir hier keine Glasfasern. Ja? Hätten wir einen Schmidt gehabt, hätten wir Glasfaser. Die Vereinigung und so... Ich mein, ich bin auch kein Kohl-Fan, aber ich bin superfroh, dass da so... Dass wir auch ohne Kohl gekommen. ...leute quasi an Bord waren, als es hier echt gefährlich wurde, sozusagen. Ähm, ich mein, dafür, Wiedervereinigung ohne viel Ärger ist doch eigentlich schon ganz schön geil. Ja, aber ich werde es nicht auch ohne... Wäre das nicht auch ohne Kohl gegangen? Ja, natürlich, aber... Das schreibe ich ihm jetzt nicht zu, unbedingt. Ja, ich... Also, ich bin jetzt ja wirklich kein Kohl-Fan. Aber ich denke, dass das schon an ihm und Gorbatschow und so... Äh, oder was, Jelzin? Ne, äh, ähm... Wer, wer von beiden hat denn jetzt den finalen Gnadenstoß dem Ganzen gegeben? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil die hier sehr viele Historiker im Chat haben. Du weißt ja, ne? Aber ich glaube, es war Gorbatschow, oder? Dass die noch zusammen, äh, dass die so zusammen so eine schöne Achse gebildet haben. Also, was ich damit meine ist... Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können, wenn die Russen nicht gewollt hätten. Naja... Aber irgendwie hat er es mit seinem fälzischen Saumagen geschafft. Ey, da war der Russe aber auch schon ziemlich gezähmt. Da war ja der Kalte Krieg und so schon quasi... Ich weiß. Aber was ich meine ist, gerade in so einem Fall... Du siehst ja, was heute abgeht. Russland stirbt und fängt erst nochmal einen Krieg an. Ähm... Das ist halt einfach, ähm... Ja, aber das ist auch... Da sehe ich auch schon eine Mitschuld beim Westen, was die Kommunikation angeht. Also von daher... Alles richtig. Ich meine ja nur, wenn jemand in die Ecke... Wenn Land in die Ecke gedrängt ist, wirtschaftlich oder in irgendeiner anderen Form, dann geht das selten friedlich aus. Klar, natürlich. Das erwartet man da. Wir haben ja enormes Glück gehabt. Und ich sag mal so, das... Das gönne ich, aber... Ich meine, Merkel hat nicht viel gemacht. Also kann man auch nicht viel vorwerfen. Ha! Außer, dass er nicht viel gemacht hat. Aber ey, ich weiß nicht. Ich habe bisher noch keinen einzigen Politiker gefunden, den ich wiederwählen würde. Könnte man Tote erwecken, dann Helmut Schmidt. Ich... Würde fast sagen, ja. Aber da müsste ich den auch mal live erlebt haben. Weil man kriegt ja nur das Meme mit. Ja, auch so vor Meme. Das war schon ein kompetenter Mensch im Vergleich. Außerdem musst du es ja mal so sehen. In der Politik darfst du nichts Gutes erwarten, weil die Menschen... Das ist in allen Bereichen so. Das ist genauso wie zum Beispiel Finanzamtbehörden. Jemand, der es richtig drauf hat, der macht sich selbstständig, der zieht eine Kanzlei auf oder ist Partner in einer Kanzlei und so weiter und so fort. Und so ist es auch ein bisschen in der Politik, ne? Da gehen halt die... Du verdienst ja nichts. Die Leute denken immer nur, oh, die haben hier riesige Gehälter und haben gewisse Absicherungen, weil sie ja Beamten sind und so weiter und so fort. Das ist nichts im Vergleich zu dem, wenn du wirklich was auf dem Kasten hast, was du in der Wirtschaft holen kannst. Ja gut, aber die wissen mittlerweile ja, dass sie später in der Wirtschaft landen. Also es ist halt... Ja gut, Schröder ist glaube ich froh, dass er nicht mehr in der Politik ist. Ey, ich bin ja auch... Ich will gar nicht so die ganzen Klischees alle rausholen. Ich, äh... Ich sehe aber auch keine Lösung. Mit... Mit den Menschen, die wir im Moment zur Auswahl haben, definitiv nicht, nein. Ja... 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 Ich bin ja... Ich bin ja, Herr Robert. Ich bin ja, Herr Robert. Ich bin ja nie in der Zeit. Was? Ja, Herr Robert. Oh, Herr Robert. Was... Ja... Wester... Ich dachte, er wurde tot. Tja, der gute alte Albert, den kriegst du nicht los, ne? Der ist wie Herpes. Er ist immer da, ja. Und er wartet auf einen schwachen Moment. Ja, genau. Der wartet auf den schwachen Moment und dann kommt er, dann bricht er aus. Oh, bitte. Ich habe doch noch etwas zum Geben. Ich habe so viel zu geben. Sagen wir mal, ich habe auch noch ein bisschen was zu kombinieren. Ne, unsere Lage ist leider ziemlich verfahren. Aber wir hatten halt auch echt tolle Jahre so, das muss man einfach mal sagen. Ey, Deutschland ging es verdammt gut. Ja, auch so dem besten allgemein. Ja, und da kann man tatsächlich auch, ne? Das ist auch zum Teil durch russisches Gas und so. Wir haben halt einfach nicht so hohe Energiekosten gehabt, lange. Konnten schön die Industrie ausfetten. Naja, ich bin auf jeden Fall schon froh, in Deutschland zu sein. Und ich wäre auch nicht gerne in den USA oder so. Ah, USA. Teils, teils. Ich mag den, den Gedanken der Freiheit der USA. Der American Dream ist halt schon real, finde ich. Immer noch? Ich weiß nicht. Ich sehe den nicht mehr als. Was ich in Deutschland nicht so mag, ist, dass Menschen in meiner Position, die selbstständig sind, auch mit noch so einem, ich sag mal, Spinnertum, dass wir halt nie ernst genommen werden. Dass wir auch immer irgendwie so ein bisschen, also, ich finde es immer oft schade, das lese ich auch in meinen Kommentaren, dass die Leute mich eher so als Parasit wahrnehmen, weißt du? So, geh mal gescheit arbeiten, leiste mal was für die Gesellschaft. Ich zahle ein Vermögen an Steuern. Ja, aber was denn auch? Ja, was ist denn? Du kannst Videospiele. Ja, aber guck mal. Ne, ja, das ist Arbeit, ne? Also, ich meine, es ist ja im Endeffekt egal, weißt du? Also, ist jemand, der jetzt irgendwo auf einen Monitor starrt, in irgendeine Apfüllfabrik, der macht ja auch nichts anderes als rumhocken und wirklich starren. Ich hatte so Jobs schon. Ja, du guckst den ganzen Tag auf den Monitor und alle drei, vier Monate läuft mal irgendwas nicht rund, dann musst du da irgendwie die Wartung kontaktieren. So Jobs gibt's ja auch. Und, äh, solange jemand Steuern zahlt, ist er doch ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft, oder? Ja, ohne Steuern, klar. Ohne Steuern gehen gar nichts. Und das Geld kommt ja nicht durch Drogenverkauf auf dem Spielplatz, sondern durch ehrliche Arbeit. Und ein bisschen Drogenverkauf auf dem Spielplatz. Aber in vielen Monaten, wo keine Spiele kommen. Ja. Vor allen Dingen, ich glaub, das wird sogar sehr gerne auf Spielplätzen verkauft, weil man sich da trifft immer. Klar, da sind wenig Kinder. Weil die alle am Gameboy hängen oder an der Switch jetzt. Fortnite. Ja, das ist doch schon wieder out. Ja, aber so richtig out ist irgendwas ja erst, wenn's einen Ersatz gibt. Und mir ist noch kein Ersatz zu dieser Fortnite-Geschichte eingefallen. Vielleicht TikTok, ja. Aber TikTok ist ja das schädlichste überhaupt. Das ist ja wirklich das Nervengift der Moderne. Ja, ganz gefährlich, TikTok. Ich bin kein Fan, ja. Aber ich hab's auch bis heute nie so ganz verstanden. Hast du mal so ein Short-Experiment gemacht? Schau mal eine Woche lang nur Shorts. Du kannst keine Serien und Filme mehr gucken, weil du total nebbelig, hypernervös wirst, unkonzentriert, ist ganz giftig. Das bin ich auch so schon, will ich dann auch nicht. Ja, dann lass es, ne. Das ist echt, das ist ein gefährlicher Cocktail, find ich. Ich grinde mich da nicht so nach unten. Ich will auch noch Bücher lesen können. Aber es ist eigentlich komisch, weil die Sachen schon auseinander gehen. Auf der einen Seite TikTok, auf der anderen Seite mögen die Leute ja auch elendslange Serien. Also, das sind vielleicht nicht dieselben Leute. Ja, aber ich hab mal einen Artikel gelesen, dass Netflix hat ja so eine doppelte Geschwindigkeit-Funktion, ne. Und das haben sie nur reingemacht als Test mal, ob dann durch mehr Serien konsumiert werden und wie viele Leute auch meine Videos auf zweifacher Geschwindigkeit gucken. Ja, also dann geht ein 2 Stunden für nur noch eine Stunde. Das könnte ich mir nie antun. Das ist doch pervers. Ja, es geht aber auch, also ich kenn's mal, ein Freund von mir, mit dem hab ich ein Buch-Podcast. Und der hört Bücher, die Hörbücher immer auch schon in den Büchern. Oh, ich sterbe. Ich bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Also, wenn man Bücher mag und dann schon nur Hörbücher hört und dann noch in doppelter Geschwindigkeit, denke ich, aber eigentlich ist das doch irgendwie falsch. Andererseits, ja, wenn du es aber so schaffst, die Bücher auch nicht lesen, das ist eigentlich auch schon wieder okay. Wo ist denn da aber der Genuss sonst? Und das, das ordentliche... Gemütlich irgendwo sitzen und das selbst lesen und sich die Stimmen im Kopf bilden lassen. Alter, dieser eine Typ hier! Hei, 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 hei. Deswegen ist hier die Sniper wieder Gold. So schön, die Dudes, die mich nerven. Ey, der hat keinen Kopf und macht weiter, oder was? Bam, haben wir hier auf dem Granatengürtel drauf. Da muss auch noch einer. Mein Chat sagt, wir machen hier wieder gefährliches Halbwissen. So wäre auch ein Name für einen Podcast ganz großartig. Gefährliches Halbwissen. Ich finde, das ist irgendwie ein toller Podcast-Name. Aber hat denn jemals irgendwie jemand was anderes behauptet, als dass wir gefährliches Halbwissen verbreiten? Ich finde, allein dieses gefährliches Halbwissen, das ist so ein... Ist einfach eine tolle Beschreibung. Gefährliches Halbwissen. Wodurch wird es gefährlich? Dass es kein ganzes Wissen ist? Oder dass man es verbreitet? Dass man es verbreitet? Dadurch wird es gefährlich. Aber vor allen Dingen, was ich daraus lese, ist... Also habe ich zur Hälfte recht. Ja, zur Hälfte hast du recht, ja. Ja, dann können wir doch mitlegen. Ich glaube, damit können wir uns einigen. Da kann ich voll mitlegen. Wenn es heißt, dass ich zur Hälfte recht habe, dann kann ich mir ja selbst ausdenken, welche Hälfte. So. Ich glaube, allgemein stehe ich für gefährliches Halbwissen. Ja. Lass die Leute reden. Wir reden ja auch. Ich bin so froh, dass ich keinen Polit-Podcast habe. Das ist anstrengend. Guck mal, ich mache dir hier mal so eine Freundschaftsanfrage. Ey, du hast ein bisschen viel Maschinengewehr-Munition. Deswegen will ich ja mit dir tauschen. Wie kann ich die Anfrage... Ich habe es nicht gecheckt, wie ich die annehmen kann. Ich habe leider auch nicht genug. Warte mal. Da muss das dann irgendwie... Gehen wir ins Inventar, dann kannst du hier... Genau. Ja, das Problem war, ich habe nicht gefunden, was ich dir geben kann. Aber Schrott-Film, da hast du ja, ne? Äh, ja. Mein Chat sagt auch, zur Hälfte Recht ist eine solide 3.0 in der Schule. Geht doch. Wer will denn mehr? Ja, ich sage euch, habt nicht Angst vor den Leuten, die zur Hälfte Recht haben. Habt Angst vor den Leuten, die denken, dass sie zu 100% Recht haben. Das stimmt, ja. Ehrlichen Menschen. Politischer Selbstmord. Aber weißt du, politischer Podcast, Selbstmord heißt es hier, ne? Aber es gibt so viele... Mir ist aufgefallen, diese ganzen Investor-Kanäle, die früher noch Bitcoins gepredigt haben, Gold und Immobilien, die sind alle zu komischen Pseudo-Russland-Versteher-Kanälen geworden. Das ist ganz skurril. Bei Corona waren sie dann irgendwie Corona-Kanäle, jetzt sind sie, äh, äh, West-Ost-Korrespondent. Also, ich glaube, das liegt daran, dass Diskurs einfach gut funktioniert auf YouTube. Also... Was mich auch stört in unserer Welt heutzutage, ich finde es schade, dass man irgendwie nur noch mit Negativität Leute erreichen kann. Auch in der Videospielbranche. Diese ganze, das macht das Spiel komplett falsch oder schlechte Neuigkeiten für Silent Hills-Fans, ist das Remake ein komplettes Desaster. Ihr habt noch kein Schnipsel-Gameplay gesehen. Weißt du, aber keiner kann gute Hoffnung. Das finde ich am Resident Evil-Gameplay gut. Das juckt keinen. Alle wollen nur das Desaster, den Abgrund, die Zerstörung. Du musst da rüber. Äh, ja, aber wie? Über die, ähm, Förderbänder. Also so jetzt, weil ich weiß nicht, wo ich da laufe. Hier einfach. Sie will da nicht drauf. Nein, du musst nur mal die Leiter. Leiter hoch. Simon. Umdrehen. Leiter hoch. Ja, du hast das Spiel achtmal durchgespielt. Und dann... Du bist nervös, wenn ich nicht sofort den perfekten Weg bin. Nein, ich werde nicht nervös. Ich versuche dir nur mit einer beruhigenden Art den Weg zu zeigen. Jetzt da wieder runter die Leiter. Okay. Und dann da geradeaus zur Treppe. Nein, du kannst da, wo ich hinzeige. Ja, die Treppe. Die Treppe und dann aufs Band springen. Das ist ja völlig bescheuert. Guck mal, ich habe es sogar angehalten. Und jetzt kannst du ja ganz easy laufen. Ja, ja, aber das ist doch wirklich komplett Banane. Mein Gott, reich mir die Hand und ich kletter über dieses hüfthohe Geländer. Ich werde jetzt natürlich auf die Todes... Auf die Todesförderband. Mach deine eigene Partei auf. Nee, ich würde nie... Ich gehe nicht in die Politik. Also Politik kannst du komplett vergessen. Das ruiniert dein Leben. Ja. Hätte ich voll keinen Bock drauf. Nee, wirklich. Du wirst entweder bist du ein zynischer... Hier ist noch Muni. Oder du wirst traurig und depressiv. Du kannst eh nichts ändern. Du kannst eh nichts ändern. Politiker... Worte ich damit aufzusehen? Na egal, Worte ist eh was. Politiker sind auch keine hohen Rädchen in der Rangliste. Das kann ich euch auch schon sagen. Okay, wir versuchen es, ja? Ich laufe so ein bisschen hier hinterher. Ey! Du musst laufen, du musst laufen. Guck mal hier, lauf mal hier auf dem Streifen. Da kannst du stehen bleiben. Kannst du auch oben den Granatenwerfer einfach töten. So, guck, Bombs. Er hat ein Förderband, auf dem endlos Gaskanister in einen... Wesker. Wesker. ...win. Und dann verstecken die sich auch noch hinter den Dingern. Das kannst du keinem erzählen. Okay, aufhören. Aufhören. Die explodieren. Die machen eine Kettenreaktion. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, da kommt irgendwas. Ich glaube, es sind Granaten. Die schmeißen Granaten, ja. Das ist nicht gut. Okay, ich sterbe im Fall. Danke. Soll ich ballern jetzt? Aber nicht, ob das... Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh Gott. Echt gesund. Ich nehme die oben hier. Die da oben müssen weg, die da oben müssen weg, die Granatenboots. Ja, haben wir. Und jetzt zieh durch. Weißt du, was mir auch nicht gefallen würde, wenn ich Politiker wäre? Dass du immer so viele Leute hast, die es besser wissen, die dir... Ja, das musst du alles ausblenden wie auf YouTube. Du musst das alles ausblenden. Also da wäre ich, glaube ich, schon relativ robust, was es angeht, nach so vielen Jahren YouTube. Du musst alles ausblenden. Du musst seelenlos werden. Politiker wären tatsächlich YouTuber, weil die sich mit Negativkritik schon auskennen. Also ich finde, Politiker werden auch immer mehr Influencer. Guck mal, die haben alle Twitter, die machen auch permanent ihren Bullshit, einige tanzen auf TikTok. Also ich finde, dass Politiker immer mehr zu Influencern werden. Kann man so durchaus drüber nachdenken. Ja, ich sehe da auch Parallelen. Ich finde, als Politiker solltest du kein Twitter haben. Das geht gar nicht. Du solltest sowas nicht haben. Das ist brandgefährlich. Als Politiker, ja, sehe ich auch. Aber ich meine, da gehört nur mal... Ich finde auch, als Politiker solltest du kein Mensch sein. Ich finde, Politiker sollen nicht menschlich sein. Hier, ganz kurz, komm mal bitte her. Ja, aber das kannst du natürlich... Das ist ja Quatsch, ne? Kannst du ja den Leuten nicht absprechen, dass sie Gefühle haben. Nee, aber willst du wirklich einen Politiker sehen, wie er im Schunkelzelt sitzt und so ein Kram? Ich weiß nicht. Ich brauche das nicht. Der soll arbeiten. Der kann es ja privat machen. Das kommt nicht hier auf. Das sagen die mir auf. Ja. Ja. Nee, nee, der kann privat, kann der schunkeln, so viel er will. Aber ich muss das nicht sehen. Also, ich habe nicht so... Ich bin auch kein Mensch, der sagt, ach, guck mal hier, die Merkel beim Fußballspiel, macht sie die Rauze. Nee, da habe ich kein Gefühl... Oh, ist ja doch nur ein Mensch. Ich weiß, dass die ein Mensch ist. Ich weiß, dass die kacken geht. Wahrscheinlich. Auch die Kanzlerin hat geschissen. Aber... Aber ich finde, das brauche ich nicht irgendwie. Ah, ich muss ehrlich sagen, ich war am Anfang... Mein Vater ist ja Bürgermeister gewesen. Ich war ja wirklich... Ich habe viel von Politik mitgekriegt, als ich noch jung war. Und es hat mich schon immer ein bisschen abgeturnt. Ich fand es eine kurze Zeit lang spannend. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass das auch alles ziemlicher Quatsch ist, so. Die Leute untereinander und alles. Und diese ganzen Piraten... Piraten, äh, Parteien. Ja, Piraten stimmt schon, ja. Nee, aber dieses Parteien-Ding. Und dann kamen die Piraten auf. Und da habe ich meinem Vater immer von erzählt. Oh, die Piraten. Und dann habe ich versucht, dass das eine geile Geschichte ist. Ja, aber dann habe ich halt auch diese Arroganz gemerkt, die Politiker an den Tag legen, weil sie wissen ja alles besser auch. Und, ähm, weiß nicht. Ist einfach für mich keine, keine sympathische Berufsgruppe. Ich habe da einfach relativ viele schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber es muss ja. Einer muss es ja machen. Ich hoffe einfach jetzt, dass das Habeck und Baerbeck und so, dass das mal klappt. Nee. Ja, sag das nicht zu früh. Ich habe immer noch Hoffnung, dass das mal ein bisschen was anderes wird. Aber wahrscheinlich verändert die Politik eher sie, als umgekehrt. Ja, äh, also... Lass mir doch mal eine Hoffnung. Meine kleinen Blümchen... Ich finde es irgendwie schön, dass du... Im Endeffekt bist du so ein Idealist noch. Na, ich will... Ich meine, ich will halt kein Zyniker werden. Was bringt es denn, wenn man dann der Stammtisch, äh, Prolet ist, der halt einfach alles scheiße findet, aber auch nirgendwo eine Chance sieht. Also dann... Das ist doch traurig. Ach, weißt du, ich habe da eine ganz andere Formel im Leben gelernt. Ich akzeptiere einfach, dass es keine Chance gibt und, ähm, beschäftige mich einfach mit anderen Sachen. Genauso, weißt du, ich kriege ab und zu irgendwelche Informationen. So, guck mal hier, das sind die wahren Mächte der Welt, denke ich mir auch so. Ja, klar. Aber das ändert ja nichts. Das ist... Ich sage immer das Beispiel Gott, ne? Jetzt existiert Gott wirklich, zum Beispiel. Und du siehst den da vor dir als schwebendes Gesicht, was weiß ich, ne? Und er sagt ja, hi, ich existiere. Ja, morgen musst du trotzdem zur Arbeit dappen. Durchfall ist trotzdem noch in deinem Leben und so weiter. Weil das ändert ja nichts. Das ändert gar nichts. Und so ist auch die Politik, ne? Du musst es einfach alles ertragen. Das denke ich mir oft bei Aliens, weil auf der einen Seite wäre es so geil, wenn jetzt morgen irgendwas passieren würde, was uns quasi für immer klar macht, es gibt Außerirdische. Aber das wäre halt eine Weile geil. Ja, ja. Aber dann musst du ja trotzdem noch wieder zur Arbeit. Ja, genau, genau. Das ist es. Genau, das sage ich. Wenn ich einen Urlaub zu haben. Ja, du, es ändert sich ja nichts in deinem Leben. Das meine ich. Wenn jetzt Gott existieren würde und er würde vor mir sagen, hi, hey Kies, ich bin's, Gott, alles easy. Ja. Dann wäre ich vielleicht zwei Tage voll, wow, krass. Und dann, ja, geht trotzdem alles genau. Ich glaube, du würdest dann einige Dinge in deinem Leben kurz mal überdenken. Ja, aber... Wahrscheinlich würde dir so eine halbe Stunde lang, würde dir es kalt den Rücken runterlaufen. Ja, ja. Wenn du dich im Alter erinnerst. Ähm, und dann würdest du schnell beichten. Aber... So schnell wie möglich beichten. Aber weißt du, ich glaube, selbst wenn es die Hölle gäbe, ne, ich glaube, ich würde trotzdem unten landen, weil das wäre mir einfach zu krass, was ich dafür für Verantwortung haben müsste im Hier und Jetzt. Aber wo krass? Was ist das denn jetzt hier? Also, ich kann mich null an dieses Förderband erinnern. Echt? Das ist richtig nervig. Einige haben Schmuck, aber das ist nicht viel wert. Ich glaube, 250 oder 500. Vor allen Dingen, die armen Kerle, ne, die sind nackt und auf dem Weg ins Krematorium. Und leben noch. letzten Schmuck. Naja, er braucht es ja nicht mehr. Was will er jetzt damit? Na, einschmelzen. Vielleicht... Für was? Ja. In seinem After verstecken und dann an die Familie weitergeben? Zum Beispiel. Aber die haben ja... Die kannst du ja gar nicht mehr auseinanderhalten. Und dazwischen diese Kisten. Also, das ist ein seltsames Förderband. Und ich habe bei der Vata Plastik am Band gearbeitet. Ich kenne mich aus mit Lieferbändern. Naja, vielleicht ist es, keine Ahnung, ihr Geschäftsmodell Leichen und Kisten. Leichen und Kisten, Leute hier bei uns. Leichen und Kisten. Haben Sie eine Leiche? Brauchen Sie eine Kiste? Ja, braucht man. Ja. Leichen und Kisten. Das ist auf jeden Fall zukunftsorientiert. Bestellen Sie drei Leichen. Kriegen Sie sie in einer Kiste zugeschickt. Und die Kiste ist gratis bei drei Leichen. Die Kiste ist gratis. Ich finde, wir könnten damit Geld machen. Es gibt Leute, die haben mit dem Verkaufen von... Aber woher geht das? Da kriegen wir so viele Leichen. Ja, stimmt. Also ich meine, dafür, dass du ein Förderband brauchst, müssen wir auch eine Menge Leichen kriegen. Ja, aber kommen wir an so viele Leichen ran? Wir? Nee. In GTA ja. Hier nicht. Lass mich kurz mal nachladen, damit die Leichen... ich gerade hier, die sagen, das nennt man Bestatter, was du meinst. Ja, die verkaufen Leichen und Kisten. Fuck, die hat absolut recht. Bestatter ist nichts anderes als Leichen und Kisten. Das sind so die kleinen Erkenntnisse, wenn man die Welt plötzlich versteht, mit über 40. Weißt du, was mich auch nervt, wenn man über Politik redet, dass dann immer der ganze Chat über Politik redet und sich direkt zerstreitet? Ja, das sind so Themen wie Religion und so. Es darfst eigentlich... Es gibt ja eigentlich die Regel, nie Politik und Religion. Keine Politik, keine Kindererziehung, keine Religion. Oh, Kindererziehung ist ganz, ganz ekelhaft. Besonders immer von Leuten, die keine Kinder haben. Das nervt mich am meisten. Jetzt werden gerade meine eigenen Regeln eingeblendet. Keine Politik. ich bin glücklich, dass du es machst. Hier, ihr zwei. Maxella, wo ist Jill? Jill, Jill, Jill. Du möchtest eine verbringte Karinette? Nur wie ein Single-Minder was sie gesagt hat. Wir haben einen Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Den kann ich mich aber auch noch erinnern. Aber das war eine Zeit, wo auch alles gejiggelt hat bei den Brüsten. Auch bei, ähm, Homecoming wackeln die Brüsten unter Nürn. Ja, das war auch irgendwie der... Sie hatten die Physik und sie haben sie eingesetzt. Ja, für Jiggle-Line. Aber warum haben die Resident Evil-Frauen immer so komische Klamotten an? Das ist... Die haben nie... Nie einen Anzug an. Also was... Nee, nicht Anzug. Eine Uniform. Die haben immer nur irgendwelche Kleider. Hat die Original-Shaber nicht in die Uniform passt? Nicht bei mir, ja. Hier ist es ein kleines Business-Kostüm. Ein, der will choose through DNA who shall proceed to the next stage. Mein Vision und das combined. Nun, mehr Realität. Evolution? What are you talking about? You'll find that soon enough. Everyone will. Oh, das ist zu schlecht. Es sieht aus, dass er nicht gut ist. Nur die Schöne sind für die Kommen nicht gut. Soa, warte! Ich meine, der Name ist Excella Und sieht aus wie ne Wie ne Bond-Figur, ne? Wie ein Bond-Girl Oh, den hab ich gehasst Der ist richtig nervig, der geht nur mit Brand Ach, ist ja gut Hab ich nämlich gerade Und jetzt müssen wir ihn mal auf Auf den Bippel schießen Auf diese Dinger, okay Geh mal ein Stück zurück Da bei dir ist ein Fass Ja, jetzt schmilzt er weg Kommt bei mir Man, ärgerlich, voll verballert hier Immer diese ganzen Geschwüre da, die leuchten Ja, das mögen sie, ne? So Gewürmen Haben die voll Bock drauf Ja, Japaner halt Ne, die stehen halt auf diese ganzen Ist es immer noch der Tentakel-Porn-Kram? Das kann ich irgendwie kaum mir vorstellen Doch schon Und Aale Das ist, weil die so nah am Wasser sind Weil die so viel Fisch, Meeresfrüchte essen Na ja, die essen da irgendwie alles, was mir kommt Ne, die sind einfach irgendwie in den Alltag eingeschlichen Die haben auch echt weirde Legenden und sowas Wo auch richtig perverse Sachen drin passieren Wie Japaner Ja, ich kenne auf jeden Fall, ich kenne diese alten Zeichnungen noch, ganz alte Zeichnungen Ja, richtig krass Das ist für Frauen mit Kraken und mit einem Flusskraken Ja, genau, genau Ich weiß genau, was ich meine Ich meine, die sind ja wirklich uralt Ja, das ist uralt, aber Das hat sich irgendwie in die DNA eingebrannt Alter Du kannst die Flammen da vor dir nehmen, ja Du könntest auf dieses Fass hinter ihm schießen Ah, zu spät, glaube ich Obwohl, doch Ah, nee, lass mal Ich glaube, das wäre nicht so gut Kann man einfach draufhalten Musst du dich heilen Ja, aber der braucht doch Tank Der muss dann wieder aufladen Oh, er will mich Er umwickelt mich Hier Ehm, Moment Gibt da zwei oder was? Darf ich so Naja, aber der kann sich da irgendwie spalten Jetzt habe ich so Kannst du mich abmessern? Ähm Ähm, nee, ist weg Wohin? Wohin? Nee, nee, ist weg, ist weg Ich gehe jetzt mal schnell das Ding aufladen Ah Oh, das dauert ein bisschen Oh, er will mich Das ist halt so beschädigend, dass er diese komischen Augen da rausholt Und den musst du dann halt richtig geben Ja, bisher läuft es eigentlich Okay, Flammenwerfer ist wieder ready Na, der ist schon unnötig zäh Der Bosskampf Er dauert einfach ein bisschen zu lang Aber das macht richtig Bock mit dem Flammenwerfer Und da kommen jetzt immer mehr Würmer weg Und irgendwann offenbart er dann seinen Prängel Ja, und den müssen wir jetzt weg Wusten Ah, da ist er wieder Ja Ja, das ist schon echt ekelhaft, der Dude Da kommt bei dir raus Oh, 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 oh Das liegt nämlich, ja, da kommt direkt der nächste Ey, jetzt bin ich angeeilt Kannst du mal auch mit Messern Ah, nee, ist zu spät schon Nee, nee, es geht weg Ich glaube, es kann man auch nicht messern Ich habe es mit irgendeinem anderen, ähnlichen Szenario verwechselt Okay, gleich ist der Flammenwerfer wieder da Da ist noch Muni, ne, diverse Ich hole ihn Oh, da kann man ihn wieder treffen Ja, jetzt ist er in der Ecke Ah, er verpieselt sich wieder Irgendwie Irgendwie Okay Eine Tumor da will ich Weichen Ah, ich sehe ihn auch nicht von hier Jetzt hab ihn Ah Jetzt hat er gar keine Arme mehr Ja, und jetzt müsste man ihn eigentlich burnen Bis er die Dinge offenlegt Und dann müssen wir da drauf Weil mit diesem Gliedmaster kann ich quasi nur seine Waffen Wir spielen am PC Es ist doch gemoddet Ah, jetzt Brutzlin Boah, das ist ja voll nah Jetzt müsste er eigentlich wieder seine Bobbel da zeigen Dann schieße ich da drauf Ja, ich hab getroffen Aber wir gehen einfach nicht kaputt Ja, also einen hab ich Jetzt kommen zwei neue Aber wir haben die gerade schon Ganz gut Ja, was der aushält Das ist ja Endboss Qualitäten hier Ja, die richtig schweren Sachen kommen noch Flammenwerfer ready Äh, noch nicht Aber gleich Okay, Flammenwerfer ready Dann brutzelt die Sau weg Ah, das ist so schön befriedigend Boah, jetzt müssen eigentlich wieder seine Dinger da rauskommen Warten, noch warten Da sind sie Endlich Endlich Boah, wie ekelhaft das mit der Mod aussieht, wie ich hab Das sieht richtig ekelhaft aus Diese zerkaute Leiche Du siehst das Gerippe und die Eingeweide und alles Also, bei mir sieht man auch viel Es sieht schon, äh, schmuddelig aus Möchte man sich auf jeden Fall die Hände waschen danach Gestorben Nullmal So macht man Das ist doch mal was So, weiter geht's Wir warten nicht Wir gehen direkt weiter Wir gehen rein Äh, Moment Das kann ich gleich Okay, Granatenwerfer Hab ich diesmal gar nicht Oh, ich hab die falsche Muni auch die ganze Zeit dabei gehabt So Ich hol mir mal noch schnell ne Heilung Gesundheit Bei irgendeinem Spiel waren die Erste-Hilfe-Sprays auch im Shop Aber limitiert Ich denk die ganze Zeit hier werden die auch limitiert Aber sie sind's nicht Hm Boah, von diesen Löwenherzen hab ich noch 18 Stück Ich hab so viel Zeug noch Find's so lustig, dass du auch die immer noch einsammelst Obwohl du sie ja gar nicht mehr verkaufst Du hast ja wirklich Du bist einfach nur noch Ja, aber vielleicht Werde ich Eines Tages ja nochmal dieses Spiel durchspielen Da geh ich fast von aus Nachdem ich da jetzt Deinen Modus kenne Wirst du das sicher nochmal machen Ja Lass mich kurz überlegen Was brauch ich jetzt Ich hab Äh, genau Verbessern wollte ich Es gibt hier noch ein DLC, ne Story-DLC Okay Ah, es macht so Spaß Wenn man so ein Ding so richtig schön aufleveln kann Äh, weil man so viel Geld gespart hat Okay Ich bin im Grunde fertig Ich bräuchte nur nachher noch ein bisschen MG-Munition Wenn wir welche finden Ich hab keine mehr Ah, ich denk, wir finden die schon Ich glaub Das ist ein Haufen Pistolen-Munition auf jeden Fall Schau mal Da war halt noch ein Bisschen was Kurzer Tipp an meinen Chat Ich weiß, dass ich mit digital die Waffen wechseln kann Ich hab's irgendwie Über Y bei mir drin Aber, ja Es geht auch digital Das ist so mies Weißt du, da lagen noch so viele Munitionsdinger und alles Von den Granaten Und jetzt sind die alle weg Als hätte irgendjemand hier durchgeputzt Ist auch auf einmal richtig sauber hier Wir laden Richtig clean Ja Hier wurde einmal feucht durchgewischt Durch einsammeln müssen Ah, da wo du bist geht's lang? Ja Da geht's weiter Hier ist noch Munition für dich Cool Ich bring sie dir mit Da hinten ist Dead End Oh, nee Da ist noch ein Safe Mit einem fetten Saphir Oh Dann schiebe ich dir gleich noch ein bisschen Munition zu Warte Kommst du mir Bitte sehr Okay Klingt gut Hier ist auch nochmal Maschinengewehr Muni Jetzt kommen noch einige Unangenehme Sachen Auch nochmal ein richtiges Mit Liquor und so Und dann nochmal das Schiff Oh Gott Das Schiff Wo hin und her schwankt Und alles Oh, da kommt noch ein bisschen was Das ist verrückt Ich hab kaum noch Erinnerungen dran Das ist so Ab jetzt Verschwimmt alles nur noch Freust dich aufs Dead Space Remake Wirst du spielen, ne? Auf jeden Fall Forspoken Oder so Äh, Forspoken interessiert mich nicht so sehr Ja, mich auch nicht, ne? Das ist irgendwie so Mh Also ich lass mich eines besseren belehren Ich bin offen für das Spiel Ja, bin ich auch, klar Aber sie müssen mich erst noch überzeugen Aber es ist ja jetzt schon bei einigen gehypt Einige sind schon Ach, ja Ganz spitz Du darfst hier nicht auf die Maske schießen Weil Die Und du solltest dich wie ich In Deckung begeben und anlehnen Ja, ich dachte Ernsthaft Ich dachte Na komm, das sind jetzt vier, fünf Zombies Ne, die sind ganz schön böse Und das wird später noch richtig unangenehm Ja Ich hab einfach Ich wusste, ich kann in Deckung gehen Ich dachte nur, es ist nicht nötig Super dumm Deswegen haben sie es eingebaut In Call of Zombies Dass die Ich mein, dass die überhaupt Die Waffe bedienen können Du kannst hier nochmal echt Geld machen Indem du hier oben Diese Insekten runter stutest In jedem Korkon sind nochmal welche, glaube ich, drin Achtung, Vorsicht Die sind unsterblich in dem Zustand Ach so Wenn die so ein Dampfen Sind die unsterblich Du musst warten, bis die ihren Ihren, ja, ihren Beutel da oben zeigen Warte, 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 warte Da muss wieder Distanz gewinnen Ich mach das am besten Mit der Shotgun gleich Oh ja, das war gut Gerne hatte Und der war damals für mich So ein Grafik Next Level Scheiß Der Gamecube Resident Evil Zero Teil Oh oh Der war damals Als ich den Zur damaligen Zeit gespielt habe War das so plastisch für mich irgendwie So krass von der Grafik Ey, wir sind so ein gutes Team, ne Wie der eine dann ein Stück weit Nach hinten geht Und wir uns so ablösen Im Ballern Hier liegt nochmal Pistolenmunition Ja Richtig professionell Oh, warte Ich muss dir gleich ein bisschen Gewehrmunition geben Na, ich warte Ich hab Moni Zack Use this Kein Saft Wir müssen die Stromversorgung Wiederherstellen Natürlich Und dann müssen wir hier lang Wo schon der pulsierende Dottersack Auf uns wartet Ne, 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 ne Ignorier den Oh Das war doch klar Dass der runter fällt Und dann fällt er nicht mehr Achtung Wurstmann Lass mal hier alles sauber machen Viel Kram Wenn wir brauchen Oh, wie geil schön, A und K, die ich nicht benutzen kann. Okay, dann gebe ich dir mal hier. Das sind ja gut für die Wurst, Männer. Hier liegt noch jede Menge Pistolen. Moni, Rom. Achso, ich dachte, du hast da schon alles mitgenommen. Ja, klar, Pistole hole ich mir, aber braucht man doch schon was Stärkeres. Ja, die Diegel halt. Die ist Ultimate. Die Magnum. Na, also doch? Ja, jetzt kommt der. Ach ja. Na, schau, mir ist ein Stärblech. Jetzt. Uh, die Schocker macht so einen Mörderschaden. Oh, das hört nie auf. Oh, die haben sehr viele Granaten vorne hängen. Die machen wahrscheinlich so eine Selbstmordattacke, oder? Ja, die kann... Ne, ne, die kannst du auch gut wegschießen. Die werfen wir. Immer schön auf dem Gürtel drauf. Boah, später kommen noch so Mini-Gunner. Die sind fies. Die Mini-Gunner. Die mochte ich gar nicht. Na ja, jetzt muss ich dich rüberlotsen. Stimmt, und dann musst du mich rüberlotsen. So hat man damals das Spiel ein bisschen gestreckt. Nicht nur damals, würde ich sagen. Na, so ein bisschen strecken? Ne. Außer im, weiß ich nicht, BDSM-Club bin ich kein Freund von Streckungen. Würdest du machen, dich auf so einen so eine Bank spannen lassen? Äh, ne, ein Freund von mir hat das gemacht, der war häufiger mal... Das ist nicht gut, das war es jetzt für uns. ...mit seinen Leuten irgendwie. Und dann haben sie irgendwann einmal auf dieses Kreuz gespannt. Und dann... Dann bist du da der Vollidiot, der da hängt. Und jeder, der dran vorbeigeht, haut dir mal ordentlich einen auf den Arsch. Das fand ich immer eine sehr lustige Geschichte. Du verschenkst so einen Initiationsrhythmus, äh, Ritus. Ja, ich bin leider tot, weil ich aber auch echt ein Problem hatte. Ja, du musst da ein bisschen auf Abstand bleiben. Ja, aber die waren so... Die waren so schnell bei mir. Ähm, ich hab auch zu viel Kram schon wieder. Ich find das völlig normal, dass man hier auch mal stirbt. Das passiert. Im Speedrun darfst du nie sterben. Ja, aber 5 wäre für mich jetzt kein Spiel, was ich gerne Speedrunnen würde. Oh, doch, doch. Dead Space würde ich gerne Speedrunnen. Dead Space kann ich auch hin- und auswendig. Ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Dead Space Speedrun bei uns. Ja, danke nochmal fürs Rüberfachen. Äh. Ne, so BDSM-Clubs ist nicht mein Ding, ne. Ich mag nicht so Schläge. Verletzungen auch nicht. Ne, auch, ne. Ich bin auch kein Fan von Leder. Ich find das total unästhetisch. Es ist kalt und... Also, ich mag Lederjacken. Ja, Lederjacken, okay. Ich hab so einen coolen Leder-Halbmantel. Den mag ich ganz gerne. Hier, ich mach jetzt mal den von hinten. Du machst ihn von hinten. Achtung, aber der hat einen... Gewürm. Der macht den Human Centipede ein bisschen zu ernst. So, jetzt. So, dann hol ich dich nochmal rüber. Äh, ich hab sowas von keine Energie mehr. Ich hab so eine Streckbank. Ja, gib mal ein bisschen Größe dazu. Ne, Leckbank. Das, da halte ich große Stücke drauf. Willst du reingespannt werden oder willst du der sein? Der leckt. Dafür kennen wir uns noch nicht gut genug, da ich dir die Antwort gebe. Ich glaub, okay, dann hast du sie eigentlich schon beantwortet. Ich möchte die Bank sein. So, jetzt, äh, zieh mal am Hebel. Ich weiß, du beobachtest mich gern aus der Ferne, aber du kannst auch den Kolben da anfassen. Ich, ich mag's einfach, diese Macht auszuspielen, dass nur ich dich hier rüberholen kann. Okay, dann kennen wir jetzt schon ein bisschen mehr über Simon. Der ist so ein dominanter Typ. Ja, genau. Man muss vieles ausleben, was, also die ganzen Kindheitstraume, die haben sich auf seine Sexualität ausgeschlagen. Absolut, alles. Deswegen muss er das Machtvakuum von einem dominanten Vater kompensieren. Denkst du, wir sind alle Opfer unserer Kindheit? Ja, ne? Ja. Und man muss irgendwann lernen, dass man sich davon entfernen muss. Es bringt einfach nichts, der Vergangenheit nachzutrauern oder so. Achtung. Okay, wo, ja, in der, ach, da. Mann. Boah. Das war ein dummer, kannst du den mit dem Raketen dafür erstmal killen? Der ist jetzt erstmal dumm, der eine, und den anderen habe ich auch weg. Ne, der lebt noch. Krass. So, Raketen dafür sind besiegt, aber da kommt einer mit einem Elektro, mit einem Viehtreiber. Okay, der kann nicht helfen. Wie er weggeflogen ist. Da kommt man gar nicht hinterher, wenn du ballerst. Da muss man schon in den mitten drin. Alter, was hält der denn aber auch aus? Der hat so viele Schüsse jetzt weggefressen. Ich brauche ganz dringend Energie. Da kommen noch mehr Raketenwerfer, Dudes. Boah, der explodiert sogar. Hat da eine böse Mischung, Intus. Achtung, Vorsicht, ich mach den. Krass, wie die einfach jetzt wirklich von meiner Sniper Schüsse wegstecken. Weil die haben eine Maske. Kann ich die nicht headshotten? Ganz schön fiese Früchtchen, du. Ja, an der Stelle braucht man aber auch langsam mal etwas stärkere Gegner. Oh oh. Weißt du, was ich so als Feedback bekommen habe? Wir sind ja von vielen Menschen, das finde ich ganz interessant, sind wir wirklich so die Kindheit? Das ist gleichermaßen beeindruckend wie bedenklich. Findest du? Findest du nicht, dass wir gute Vorbilder sind? Ich finde es auch cool. Aber man denkt ja immer, man labert da so seinen Schmodder und vergisst, dass da Leute wirklich auch zuhören. Ja, aber weißt du, ich finde die YouTuber, die irgendwie Minecraft-Content machen und 30 sind und so reden. Ja, Lizzie hat jetzt auch einen Apfel gefunden. Cool, das ist so, 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 so toll. Lass uns gemeinsam noch mehr Äpfel finden gehen und nicht vergessen, bewertet das Video. Das ist, das ist total gefährlich, das ist, also wenn mein Sohn das gucken würde, ich hätte kein Problem, wenn er sagt, Dad, ich bin sieben, ich will Evil Dad sehen, würde ich sagen, okay, gucken wir gemeinsam. Alles so falsch. Das ist, das ist gefährlich, das ist super gefährlich, da schmilzt dir das Hirn weg. Also, ich stimme natürlich dir zu, was so die, äh, Sachen angeht, die man da teilweise konsumieren muss, gerade wenn man Eltern, äh, wer älter ist, heißt es älter, wenn man ein Elternteil ist? Wenn man Eltern... Ist das eine Einzahl von Eltern? Wenn man älter ist? Ey, nein, das, nein, das gibt's nicht. Das klingt komisch, ne? Das gibt's nicht, nein. So, aber, ähm, gerade sowas wie, also, mich würde es türisch nerven, diese ganzen YouTube-Videos mit Schwachsinn. Also, so, diese... Nee, das, das werde ich auch nicht zulassen. ...schlechte 3D-Animationen und das Kind will das dann hundertmal angucken. Nein, nein, nein. Oh. Das lasse ich nicht zu. Ich werde ihm Alternativen anbieten. Ich werde sagen, guck mal hier. Hugh Hefner liest aus dem Playboy vor. Ist das nicht... Ja, Hugh Hefner, you will die... Warte, ich wäre vorsichtig, die wird das Kind noch weggenommen. Warte mal. Nein, aber ich werde ihm... Nee, aber ich werde ihm... Warte mal. Ich will dich mithallen. Ich werde da schon gucken, was der sich reinballert. Also, da bin ich hinterher und ich werde ihm auch so Sachen, zum Beispiel Alfred Theodocus Quack, das finde ich eine tolle Serie oder auch DuckTales, so, oder Gummibärenbande, das ist alles in Ordnung. Aber dieser, dieser wirklich, dieser hirnlose Scheiß, es gibt ja auch so Disney Playhouse oder so, was heißt das? Das ist schon ein bisschen älter. Das war auch richtig blöd. Das war richtig blöd, wie Micky da... Ja, das gab es auch früher schon Schrott. Nein, furchtbar. Dann soll er sich Goofy und Max reinziehen oder sowas. Das ist auch nicht irgendwie jetzt super anspruchsvoll, aber es ist halt nicht so gefährlich dumm. Und YouTube-Content ist halt wirklich... unschuldige Kindheit, ey. Mein Highlight war, wenn ich Gespenstergeschichten im Kiosk kaufen konnte, Das war mein Highlight, ja. ...das Taschenbuch rauskam, da war mein Tag gerettet. Und das war... Damit muss es dann eine Woche irgendwie auskommen. John Sinclair. So, ähm... Leider ist ja alles, was man heutzutage irgendwie so... Also was wir noch als Kindheit so betiteln, ist ja heutzutage auch alles rassistisch irgendwie. Ne, das ist auch so skurril. Nils Holgersson, Pipi Langstrumpf. Wir sind echt... düster aufgewachsen. Ah ja, das Ding dreht sich, glaub ich, die ganze Zeit. Irgendwann gibt's so Momente, wo die Duits das kurz anhalten. Also, der sieht links mal irgendwie originell aus. Ist nicht irgendeine Höhle oder irgendeine Stadt. Ja, es ist halt eine riesige Anlage. Für... überall herumhängende... Für Zombies. Ja. Kennst du noch den Michel, der in seinen Schuppen gesperrt wurde und dort geschnitzt hat? Wie traumatisch, ne? Ja, klar. Kenn ich. Oh, ich bin getroffen worden, leider. Danke. Der harme Junge wurde immer in den Schuppen gesperrt nach der Kirche. Ja, es gibt so viele von diesen alten Serien, die sind total schädlich eigentlich. Was da auch quasi gezeigt wird. Ja, ich... Hast du die alle schon? Da oben sind doch welche. Hier, da bei dem Griechen. Ja, aber ich... Das ist... Ah, das ist... Ja, ne. Mit der Sniper geht's nicht. Hätte ich jetzt seine AK, würde ich's hinkriegen. Der Sniper ist echt ätzend. Aussitz. Ne, aber die haben den Hebel im Griff. Du musst den mit dem Hebel wenigstens wegholen. Dann geht's weiter. Du musst immer den mit dem Hebel... Guck, der hält ja den Hebel. Siehst du das? Den musst du wegholen. Ne, der andere. Andere Seite. Achso, ne. Ich dachte, ich muss einfach alle bei den Hebeln killen. Ne, der hält den ja aktiv. Aber mit der Sniper ist das... Das schaffe ich mit der Sniper nicht. Ja, mit der AK ist es easy. Guck, jetzt geht's wieder schneller. Es ist nur nicht so einfach, während ich hier so rumhampel. Es ist sehr schwer. Es ist nur für die echten Profis. Gut, du hast recht. Es ist nur für echte Profis. Einen Forschungslaboren. Ja, aber Medien sollte man fürs Kind auf jeden Fall selektieren und analysieren. Und nicht alles, was früher lief, ist gut. Das ist auch klar. Aber ich halte halt wirklich... Also, viele sagen, oh, so eine unendliche Geschichte. Ein Pferd stirbt oder einige Sachen sind schon drastisch. Aber ich halte diese weichgespülte immer wieder... Also, diesen Teletubby-Content. Den halte ich für gefährlich. Und Teletubbies sind ja was... Gegen diese YouTube-Animationsclips aus Russland ist ja Teletubby wirklich noch Bildungsfernsehen. Da heißt wenigstens der Staubsauger No-No, ja? Weil man da nichts reinstecken darf an Körperteilen, liebe Kinder. Das ist ein No-No. Das war der Gedanke dahinter. Ja, okay, verstehe ich. Und sie mögen Vanillepudding. Ja, wer nicht? Ja, wer nicht? Ja. Sie sagen es zwar achtmal. Das ist ein Konsens. Nichts in den... Äh, nichts in den Staubsauger stecken und Vanillepudding essen. Da finden sich, glaube ich, 99% aller Kinder auch wieder. Und die anderen haben keinen Staubsauger. Waren das nicht Briten? Die Teletubbies, glaube ich, waren so eine Zuchtlinie aus den Untergrundlaboren der Queen. Aber ich sag mal, eine Sache, die ich immer schon schlimm fand bei den Teletubbies, und zwar die Sonne. Die Sonne war echt, ja, ja. Die Sonnenbaby... Hey, guck mal, hier drüben ist ein Hebel, den musst du wegschießen. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir, Simon. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Da, den musst du wegschuten. Ach, da steht der, okay. Nachladen. Gehen die wieder an den Hebel ran, oder muss man dann irgendwo anders hingehen? Äh, nee, nee, nee. Die muss die einfach... Das sind so Stationen, die musst du ein paar Mal wegschießen und dann geht's weiter. Das ist einfach so ein scripted Event. Naja, ich meinte nur, ob einmal wegschießen reicht, oder muss ich die killen? Weil... Ich glaube, sogar einmal wegschießen reicht. Das ist auch schwer. Haben es ja fast geschafft hier. Ich seh gar keinen mehr. Wenn noch einen siehst, sag Bescheid. Nee, nee, das ist Ende. Wir kommen jetzt da oben an. Ach, das Ding dreht sich ja nach oben. Das ist ja ein Aufzug. Ja, das ist ein Aufzug. Mann, warum ist denn alles bei Resident Evil immer ein Aufzug? Na, warum ist alles bei Dead Space ein Aufzug? Horrorspiele und Aufzüge gehen eben Hand in Hand. Ja, das war... Als Kind... Es gibt doch diesen Film mit diesem Aufzug, der Menschen umbringt. Weißt du, was ich meine? Diesen uralten. Ich glaube, der ist sogar schwarz-weiß. Ah, ich bin gleich tot. Gleich tot. Jetzt nicht sterben. Wir haben keinen Checkpoint. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ich wundere doch nur noch. Danke. Weißt du, was den Film ich meine? Wo man... Wo man... Wo es so einen Aufzug gab. Der hat Menschen getötet. Ich glaube, der war sogar schwarz-weiß. Das kann es sein. Chats, ihr wisst doch sowas alles. Der Aufzug, der Menschen getötet hat. War ich als Kind damals total... Das war heftig. Und ich mochte ganz gerne auch als Kind, wo wir schon so bei Kindheitssachen sind, die Otto-Show mochte ich voll gerne. Da der auch immer so alte schwarz-weiß-Schinken irgendwie parodiert und alles. Wo dann Otto reingeschnitten wurde. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Ich... An die... Otto die Serie, ne? Genau. Das war so eine Serie. Ich glaube, eigentlich... Die Idee war ganz cool. Es hat für mich nie funktioniert. Aber die Idee war eigentlich ziemlich originell. Muss man mal sagen. Aufzug des Grauens hieß der Film. Der war nicht schwarz-weiß. Okay, ich meine, es gibt... Gibt es da von schwarz-weiß noch? Also... Die Idee, Aufzug tötet Menschen, ist ja auch uralt irgendwie. Sehr naheliegend. Vielleicht sind sie in diesem Gebäude. Ich hatte mal... Der Kühlschrank habe ich mir mal ausgeliehen. Kennst du den? Wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Ja, habe ich halt nur ausgeliehen, weil ich es halt lustig fand, dass das ein Killer-Kühlschrank ist. Und es ist auch nicht mehr als das. Und es ist noch nicht mal gut. Aber ich mag es auch wie dieses Rubber. Ja, Rubber war auch irgendwie skurril. Wenn Gegenstände zu mördern wären. Du musst dir aber auch das Killer-Kondom noch angucken. Ähm, ja, ja. Das kenne ich. Ich weiß... Ich habe es damals mitgekriegt, als es rauskam, ja. Aber ich habe es nie gesehen. Aber das hieß... Kondom des Grauens. Das muss immer alles... Ja, das muss immer des Grauens sein, ne? Cola Zero des Grauens. Ich meine, wer trinkt sowas freiwillig? Ich... Wie kannst du das? Ich bin so... Wah! Fahre! Es ist das leckerste Getränk der Welt. Nee, da muss schon Zucker drin sein. Also, wenn ich schon sündige, dann trinke ich nicht so ein fahres Süßstoff-Ding. Ähm, also... Ich bin ja wirklich auch Fan von Zucker. Wie jeder Mensch. Aber... Da merkt man es halt nicht mehr, finde ich. Äh, weil ich muss irgendwie... Findest du? Ich... Also, das ist... Das ist wie Säure auf meiner Zunge. Im Ernst, ich finde das furchtbar. Ich liebe es. Ich könnte es den ganzen Tag trinken. Ich weiß, es ist nicht unbedingt gesund. Aber zumindest hat es keinen Zucker. Und, ähm... Ja, aber der Süßstoff... Ja, aber Süßstoff, äh, erzeugt genauso, ähm, negative Effekte wie Zucker, ne? Für den Körper, da gab es doch... Nicht die, die mir wichtig sind. Aber natürlich hast du recht, es löst dieselben Mechanismen aus. Das ist korrekt. Aber für mich, äh, ist es auf jeden Fall die bessere Wahl. Weil ich trinke schon gerne mal eine Coke. Aber auf jeden Fall mit Zucker auch schon lange nicht mehr. Warum? Aber dann keine Zucker-Coke? Schmeckt der nicht? Oder... Aus moralisch-ethnischen Gründen? Oder... Ne, ich finde die einfach auch zu süß mittlerweile. Plus, ich will halt auch nicht die Kalorien, die da drin sind. Echt, das ist ein Kalorienzähler? Nö, aber ich achte schon drauf. Also, nirgendwo ist es leichter als bei Getränken. Das stimmt. Klar, Soft. Ich trinke allgemein sehr, sehr selten Softdrinks. Ich bin so jemand, ich trinke nur eigentlich, wenn ich essen gehe. Dann sowas. Das ist so ein typisches Restaurantgetränk. Eine Coke, meinst du? Ja. So, weißt du, bei was deftigen, du gehst schon essen, da brauchst du eine Coke. Oder, was ich auch sehr gerne trinke, ist, äh, Ginger Ale. Ja, Ginger Ale ist aber auch so viel Zucker drin. Ja, aber weißt du, ich trinke das ja dann nur einmal, so alle vier, fünf Monate. Ich bin jemand, also wir holen, wir holen eigentlich so gut wie nie Cola. Wir holen das eher dann so mal für die Gäste. Weil ich bin jemand, ich trinke eigentlich nur Wasser. Ich habe schon früher, gab es die Kinder-Cola. Ja, die trinke ich heute noch gern. Das ist meine Liebste, die Kinder-Cola. Äh, nee, wenn ich dir auch nur dran, wenn ich eigentlich... Geil, Alter. ...und denke ich mir jetzt schon schlecht. Dieses komische, pappige, nicht ganz süße, aber doch eigentlich total widerlich süße. Ohne Pappin und Kohlensäure und alles. Da ist Kohlensäure drin, zwar weniger, aber es ist drin. Es schmeckt original, also gefühlt, wie ich es erinnere, ist es wie so etwas, was man in der warmen Sonne liegen gelassen hat. Weißt du was, wenn wir uns mal sehen, ne, bringe ich dir mal eine schöne Kinder-Coke mit. Yeah, okay. So eine schöne Oldschool-Kinder-Coke. Es kommen so viele Licker gerade. Ja, dann geh doch mal ein bisschen, ich kann... Ich habe viele schon runtergeschossen. Ah ja, wirklich, als wäre ich... ...alleine im Swinger-Club. Sie alle kommen, die Zungen hängen. Warum hast du eigentlich so viele, ähm, Bondage-Swingerclubs, SM-Studios und... Es sind Licker. Ja, aber ich meine... Tut mir leid, dass ich noch lebe. Ja. Ich lebe und liebe noch. So, jetzt nehme ich original... Ey, der hat einen Revolver ausgeheilt. Die wollen alle zu mir. Die wollen wirklich alle zu mir. Ich muss sagen, aber die haben echt einen knackigen Buben. Nee, erotisch finde ich die jetzt gar nicht. Ah, die sind aber fit, die Jungs. Die sind stramm. Ja, what you see is what you get, ne? Auf jeden Fall. Du siehst den Hinternknochen, äh, den Hinternmuskel. Ja, Simon, du musst da hoch. Du musst da diesen... Ja, aber... ...häner da schieben. Du hast schon gesehen, was da gerade alles passiert ist, ne? Dinge sind da oben passiert, hab ich gesehen, ja. Ich war aktiv involviert in die Sache. Jetzt musst du mich wahrscheinlich erst nochmal hochbringen. Ähm, gibt's hier unten vielleicht... Nee. Du meinst so ein Erste-Hilfe-Set oder eine antibakterielle Salbe? Nee. Gibt es immer unter dem Lift und hinter dem Wasserfall. Das sind die zwei... Da ist auch was hinterm... ...hinterm... ...ähm, Lift. Ja, da ist wirklich was. Ein Päckchen... ...Sniper-Munition ist da hinten. Ach, und ein Emblem. Guck mal, ich schieße es dir für deine Sammlung. Wer da? Nein, das ist Doppel-Emblem. Pläm, pläm. So, ich laufe weiter, ich laufe weiter. Ach ja. Aber nee, hier kam ich auch vorher nicht weiter. Doch, schieben. So, ich mach drücken. Das ist so random. Wann du bei Resident Evil was schieben kannst, wann du drüberhüpfen kannst, wann eine Cutscene kommt, wo du einfach drüberläufst, du kannst es nie wissen. Glaub mir, in Silent Hill ist alles viel noch mehr random. Ja, absolut. Ich hasse bei Resident Evil diese Türen. Dass da so viele Türen sind, die alles... Du weißt nie... Du kannst auch an der Textur nicht erkennen, dass es eine Tür, die aufgeht und nicht... Das haben die echt gut gelöst. Schön alles ablaufen und dann immer noch mal auf der Karte nachgucken. Auch richtig ätzend. Schlüssel greifen nicht automatisch. Du musst jedes Mal dein Inventar öffnen, den Schlüssel auswählen, aktivieren, wählen und gucken, ob er reinpasst in die Tür. Ist auch immer ganz nett. So, jetzt musst du hier in die Kabine da reinspringen. Und dann kannst du mir da die Tür aufmachen. Okay. An alle, die jetzt hier auf die Beef Junior Reaktion warten, da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir spielen das Spiel erst mal ganz gemütlich durch. Moment, geht die Tür... Ich mach's mal gerade. Geht die Tür hier mit auf? In dem Fall ein Riegel wegmachen. Ja. Nee, weil hier ist auch noch ein Schalter. Ich dachte, vielleicht ist der das. So, ich trübe mal. Du siehst eigentlich nicht gut aus, ne? Ja, da waren gerade zwei Dutzend Licker. Aber hier die Spinte kann man öffnen, da ist auch noch so ein Spray drin. Und den Becher eines Zimmermanns. Ich nehm ihn mit. Kannst du mir unter Umständen, oder wollen wir uns schnell heilen? Ja, ich mach das gerade. So. Kann ich dir irgendwas geben? Ich hab Schrotgewehr. Äh, ja. Ja, doch. Schrotflinte und Sniper. Ich hab normale Gewehr. Ich hab so viel. Komm her. Ich hab noch Personen für dich. Bitte. So. Als wär ich der amerikanische Weihnachtsmann. Kriegst du Munition ohne Ende. Und Cola mit... Ohne Zucker. Und Cola. Ey, ich... Auf Coke Zero lass ich wirklich nichts kommen. Ich hab noch die Zeit erlebt, wo man noch Coke Light trinken musste. Das war dann die Zeit, wo ich sogar versucht habe, Das gibt's heute immer noch, ne? Coke Light gibt's immer noch. Warum? Das ist so... Warum? Weil, guck mal, Zero kann man, wenn überhaupt, nur trinken, wenn es eiskalt ist. Nur dann. Ja, die muss wirklich kalt sein. Weil sonst wird dieses... Dieser Nachgeschmack des Süßstoffs noch schlimmer. Den hast du so richtig auf der Zunge wie so ein Film. Und das mag ich daran nicht. Das hinterlässt so... Weiß nicht. Nee, du hast nicht Unrecht. Aber du hast einfach auch keinen Geschmack. Klar. Ich trink Dr. Pepper. Hättet ihr das gedacht? Wes Carina ist in Wirklichkeit? Yill. Das ist nur nicht der Moment, ne? Alter, diese Klamotten. So ein Poser. Wes Carina ist in Wirklichkeit. Das ist Wes Carina. Wir haben uns letzte Mal in der Spencer-Esteine, nicht wahr? Wo? Ist das nicht eine große Familie-Reunion? Ich würde dir freuen, dass du uns glücklicher sehen würdest. Aber warum die blonden Haare? Keine Ahnung. Das ist der Wesker-Einfluss. Der blondiert alles weg. Das ist der Neid auf die Muskeln von ihm. Dann blondier ich mich! Und er hat ihr eine Prost-Operation verabreicht. Denn die hat auf einmal riesen Typen da vorne. Wirklich. Also, wirst du gleich sehen. Jaja, ich hab's schon gesehen. Das ist ja völlig absurd. Aber gut, wenn sie bei Chris das machen, dann hat die... hier auch die Bluse hier auch die Bluse aufknöpfen. Das ist ja ein Teil des Kampfes. Vor zehn Jahren waren die Spiele echt noch anders. was? Also unsere Aufgabe ist jetzt, Jill die Uniform aufzureißen und... ...und... ...seven minutes. Wie ging das nochmal? Muss man auf Jill einschuten? Sie... ...auf die Knie... Also, Wesker dodged die ganze Zeit. Aber soll ich Wesker beschütz... äh... beschäftigen? Und du... Mach den mal hier ein bisschen. Weil Wesker macht hier nur Posing. Oder Moment, darf ich überhaupt Jill verletzen? Weil... Wäre ja nicht gut. Also, man kann ihn auch treffen. Dann Wesker irgendwann ist er ein kurzer Schöpf. Dann kannst du ihm so einen... ...so einen mitgeben. Hier, siehst du? Zack. Ja, das war gut. Was will er auch machen bei der Schmutzflinte? Er ist der... ...arische Neo. Der Albert. Ey, sag mal. Wer schießt denn da auf mich? Ich dachte, du hast... ...du hast Jill. Ne, 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 ne. Ich hab auch geworst, Gott. Au. Oh mein Gott. Ey, ich brauch unbedingt... ...hier... Ich bin auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Aber ob ich schaffe... Ja, ich schaff's. Ganz knapp. Der kommt schon angeschwungen, der Wesker. Komm mal zu dir. wenn wir sterben, muss ich nochmal drinnen und meine Taktik ändern und andere Munition. Was? Soll ich mitkommen? Ja, ich will mich heilen und ich heile dich. Ich werde mit. Ne, Jill dürfe auf keinen Fall bombardieren, weil die stirbt ja sonst. Wir wollen sie ja retten. Ja, aber wie willst du ihr denn die Brüste aufmachen? Ja, das kommt dann alles irgendwie, die... Wie willst du ihr die Brüste aufmachen? Ich möchte nur ihre Klamotten. Ich möchte sie nicht... Ich möchte nicht das Silikon entfernen. Das wäre aber gut, um ehrlich zu sein. Da würde sie auch aufatmen. Glaubst du, sie wollte das? Das hat doch Wesker gemacht. Das hat... Ja, weißer Unterdrückermann hat das hier eingebrochen. Ne, aber zumindest, ich wette, er hat sie irgendwie, wie er auch immer das geschafft hat, hypnotisiert und direkt als nächstes ging's zum Schönheitschirurgen. So einer ist der Wesker nämlich. Mann! Ich will die Elfen, Jill! Der hatte auch eine Rabattkarte. Alter, eine Rabatzkarte hat auf jeden Fall der Wesker. Die dumme Sau. Wollen wir mal hier oben, machen wir hier noch eine Heilung. Ich hab grad mal ein bisschen... Da muss ich kommen, ich bin gleich tot. Ich bin gerade irgendwo hier... Nee, wir müssen uns irgendwie vor dem verstecken. Genau so war das. Man muss sich irgendwie verstecken und dann... Oh, shit! Und dann... äh, kann man den wie überrumpeln. Der sagt dann immer dieses ikonische, was sich ja... sich in mein Gehirn reingebrannt hat, dieses ikonische... Ah, there you are! Was sagt der dann? Ich suche erstmal ein bisschen Energie. Ja, ich hab Energie, hier, aber ich such grad dich. There's no point in hiding! Was hat er eigentlich für einen Akzent? Da ist alles falsch. Das passt alles von mir. Ja, aber was soll das sein? Das ist ja kein deutscher Akzent. Was ist Wesker denn? Ein schlechter Synchronsprecher. Das würde ich jetzt so nicht sehen. Ich glaub, wir dürfen... Darf man auf Jill... Äh, die ist aber echt top in Form. Das muss man der Jill lassen. Also ich baller nicht auf sie, aber sie ist jetzt auch gerade wirklich... Sie kommt halt immer dahin, wo ich bin. Und jetzt hat mich Wesker gerade in der Zange. Versuch dich so in meine Richtung. Ich muss dringend gleich nochmal andere Wesker-Taktik ausprobieren. Bist du oben? Oben auf der Treppe. Knapp, aber das könnte was werden jetzt. Was? Ich hab dich doch schon gesprayt. Die schweren Verletzungen wurden doch schon mit einem Spray... Also in meinem Chat sagt, einer von euch muss sie festhalten und der andere muss auf das Ding schießen. Ja, ja, das... Aber erst, wenn die Bluse offen ist. Weil da ist der... der Parasit. Erst, wenn die Bluse offen ist. Du wolltest dein Setup jetzt irgendwie nochmal anpassen? Ja, jetzt, wo ich ja weiß. Aber ich meine, bringen denn jetzt sowas wie Säuregranaten? Nee, das kann weg. Wesker, das bringt doch nix jetzt. Das kann weg. Der ganze Säurekram, der kann weg. Vielleicht mal eine Heilung mitnehmen. Das wäre vielleicht ganz klug, wenn wir mal getrennt sind, weißt du, dass du dich auch heilen kannst. Ja, das mache ich auch gleich. Ich will kurz erstmal gucken, was ich alles so mitnehmen kann. Jetzt habe ich halt sehr viel Munition. und dann werde ich die MG einfach mal lassen und erste Hilfe mitnehmen und grünes Kraut mitnehmen. Das muss reichen. Warte, ich hole mal auch noch eine erste Hilfe rein. Vielleicht nochmal schnell etwas verbessern. Warte mal, die Schrotfläche gibt es schon, ja. Ah. Aber Wesker ist sehr beliebt in der Szene, merke ich gerade. Also viele sagen, lass den armen Wesker am Leben. Ich habe den lieb. Ja, das ist die Bösen, man mag die Bösen. Mochtest du immer die Bösen? Nö, aber die Arten ist die Nation. Ich meine auch Kacke so, oder? Ich meine, Skeletten ist doch viel cooler. Irgendwie schon, aber gerade die frühen Helden waren ja immer perfekt. Und das will man ja eigentlich nicht. Okay, ich beschäftige weiter Wesker. Das kann ich auch. Du kannst sie, guck mal, du kannst, du kannst, ich kann die ja voll umschrubben. Und wenn, tötet man die nicht irgendwie dann? Ich meine, das war nicht gut. Ich dachte, man musste Wesker so lange mobben, bis er weg geht. Guck, jetzt tritt er hier ein, die Tür. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Akzent ist. Was ist das für ein Akzent? Ich glaube, die Tür eintreten. Ich glaube, das ist wichtig. Irgendwas ist dahinter. Meinst du nicht? Ja, du musst ihm einfach Schaden machen. Guck, jetzt sagst du doch, wir sollten uns verstecken und dann kannst du den so überrumpeln. Ja, aber dann lass doch hier in dieser, hier verstecken, wo er gerade in die Tür eingetreten hat. Ja, klar. Wir verstecken uns jetzt. Er sagt ja, there is no point in hiding. Was bedeutet, there is a point in hiding. Poor, deluded Chris. How you so love your precious self-righteousness. Warum ist der eigentlich immer so viel reden? Der könnte uns doch einfach töten. Zack, Genickbruch. Er ist ein Biest. Ungewicht. Das kommt aber nicht. You can hide forever. Und wenn er sich dann fühlt, sagt er, ah, there you are. Mit so einem, das ist so ein bisschen wie ein Pirat. Oh, hier ist sogar noch eine Waffe oben. Was, ist das eine Waffe? Also hier ist so eine Kiste. Willst du da vielleicht mal, ach, du bist nicht da, ne? Ähm, magst du mal hier? Ach so, so ein Schatz, ne? Das ist irgendwas Wichtiges. Ja, ich bin auf dem Weg, kann mir jetzt noch ein Stein. Ja, komm, 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 man sieht ja... Ich glaube, es ist einfach nur Geld, Bonusgeld. Nee, siehst du, eine Waffe ist... Eine L-Hawk. Ja, nun schon hast du eine Magnum. Die L-Hawk ist, glaube ich, eher die Deagle. Guck mal, Jill hat mich eiskalt ignoriert. Die Lightning Hawk ist auf jeden Fall die Magnum eigentlich, die richtige. Ich habe diesen Revolver. Was? Ah, die hat mich bunt geprügelt. Wir spacken ein bisschen die Mod rum. Und wenn wir zusammenballern, nee. Nee, das war schon ein Glück mit dem Verstecken. Ah, there you are! Ah, das ist ein cleverer Bursche, dieser Wesker. Ah, jetzt kommt die auch noch. Sie sind ganz schön robust, die beiden, ne? Ich habe noch Strutgewehr-Munition. Falls du nachher brauchst. Das ist so verrückt, in dem Gang greift aus irgendeinem Grund die Mod nicht. Guck, Jill ist jetzt schon verletzt. Das ist nicht gut. Wesker irgendwie los wäre. Aber, haben doch gar nicht auf sie geballert. Ich gucke jetzt erst mal, was in allen Vasen ist. Ich habe ihn getroffen. Du bist gleich tot. Ja, ja. Wollen wir zusammen Energie oben nehmen? Wir treffen uns oben auf der Seite. Du bist ja eigentlich relativ voll. Ja, das stimmt. Soll ich sie dir geben? Nee, nee, alles gut. Ab hier. Okay. Ach, wenn er kommt. Na, immerhin. Bisschen getroffen. Er blutet auch so ein bisschen. Wesker blutet. Auch diese Poser-Ausweich-Manöver, Spagat, dies und das, weicht doch einfach aus wie ein normaler Mensch. Ja. Aber nein, bei ihm sieht alles super cool aus. Er ist halt super cool. Wesker ist halt super cool. Allein der Name halt. Albert Wesker. Aber ich glaube, der Typ ist Brite, oder? Ich glaube, der ist kein Deutscher. Das weiß ich nicht. Aber ja, Brite könnte tatsächlich sein. Aber wo bist du eigentlich? Oben. Okay, dann gehe ich auch mal hoch. Wo ist Wesker? Ich suche ihn die ganze Zeit. Bei dir. Nee. Der läuft unten rum. Er hat es gerade mit der Scyper. Ah, jetzt dodged er wieder alles. Ach, dieser Schlawiner. Ach, der kann wirklich da hochjumpen. Arr! Alter, wie er slidet und so ein Kram. Oh, er holt seine Knarre raus. Was ein Typ. Er ballert auch. Wenn ihm langweilig wird, ballert er auch mal. Oh nö, da ist Jill. Okay, ich übernehme Wesker gerade mal für eine Minute. Irgendwann geht, genau, irgendwann geht er weg. Irgendwann geht Wesker weg, wenn man oft genug getroffen hat und dann reißt sich Jill die Bluse auf und sagt, it's booby time. Ich glaube, du hast das falsch erinnert. Nee. Alter, er hat jetzt so viele Hits kassiert. Jetzt ist mal Schluss hier. Jetzt. Bam, ich habe ihn umgenockt mit so einer Chris- Totschläger-Faust. Er gibt uns ja irgendwie auch nur sieben Minuten. Er sagt ja, sieben Minuten seiner Zeit sind wir ihm wert und danach... Ich verstehe es nicht. Wie kriege ich ihn dazu, dass er blutet? Er weicht dir aus. Ja, du musst ihn überraschen. Du musst ihn überraschen. Er muss irgendwo in Deckung gehen, damit er in diesen Suchmodus geht und wenn er dann durch die Gänge schlendert, kannst du sagen, aha, entschieße ich den Rücken. Wollen wir nicht zusammen quasi eine Taktik ausprobieren? Ja, es ist schon durch. Haben wir schon. Okay. Sag, ich habe keinen Bock mehr. Also das war jetzt kein guter Kampf. Den finde ich lame. Siehste? Der ist enttäuscht. Zurecht. Sieht aus wie so eine Zuländer-Kollektion, was er da trägt. Okay, jetzt entblößt sie ihre Brüste gleich. Ach komm, Kamera. Jill, komm, es ist mir, Chris, ich komme aus. Nice move Chris, but now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Was auf? Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Remarkable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? We have to get it off her. Keine Ahnung, ich habe bisher noch nie hingeguckt. Das hinterlässt fiese Narben, glaube ich. Sieht nicht schön aus. Für sie gar nicht so toll. Okay, wir müssen, die dürfen jetzt auch nicht zu sehr bombardieren, weil wir müssen die erst sozusagen auf die Knie zwingen. Und dann... Au! Au! Okay, schieß drauf. Und dann muss man die packen. Ja, jetzt. Oder? Einer muss reißen. Ich finde es nur gut, wenn ich reiße. Du hast sie getötet. Oh ja, ja, ne. Meines ja eben noch. Jaja, man darf nicht auf die drauf ballern. Ja, aber ich dachte mir... Machste mal. Jill muss auf die Knie. Das war echt dumm. Ja, ich war so im Kampfmodus. Mann, die geben dir drei Waffen und dann darfst du sie nicht benutzen. Tut mir auch leid, Leute. Hätte ich auch kein anderes gehabt. Aber guck mal, mit Blei löst man so eine Problematik halt nicht. Warte mal bis jetzt. Sie shootet jetzt wieder. Au! Ich könnte wahrscheinlich präzise mit der Sniper auf das Medaillon schießen. Ich steck mich hier vorne hin und locke sie und dann müsstest du doch eigentlich... Jetzt. Das war ihr Arm. Das habe ich noch von ihr gesehen. Das war eigentlich genau... Zu schnell. Und jetzt kommt sie zu dir. Aber sie weiß nicht, wo ich bin. Ja. Offensichtlich ist in dem Eumel kein GPS. Jetzt muss ich sie anflehen. Weißt du, das muss ich so ein bisschen... Sie lähmen durch... Rede mit dir. Rede mit dir. Sie muss deine Stimme hören. Ja, sie muss meine Stimme hören. Ich hole sie zurück mit meiner... mit meiner... zarten... Chris Redfield Stimme. Aber auf den roten... Kristall darf ich schießen, oder was das ist. Wenn du den triffst, aber das muss halt... Ich trau mich nicht mehr jetzt. Ich trau mich nicht mehr jetzt. Ja, tu es nicht. Ich will dich nicht verletzen! Jill! Und sie macht hier einen Spagat nach dem anderen. Der hat hier richtig herangenommen, der Wesker, was Training angeht. Die ist fit, die Jill. Ja, die hat alle Tricks von ihm gelernt. Auf jeden Fall. Obwohl ich denke, dass... Ich... also ich finde, Wesker macht auf mich einen asexuellen Eindruck. Ich glaube nicht, dass er... Der hat überhaupt nicht... Nee, der ist so anthropin. Ich glaube nicht, dass er... Ich glaube, der hat seinen Penis verloren durch die Mutation. Ja. Oder er ist noch schlimmer geworden. Er hat so einen Weinstein-Penis bekommen. Geformt wie eine Ente, oder was sein Glied? Der hat doch so ein... Hat er nicht ein Ding, das aussieht wie ein Ei oder so? Was? Woher weißt du denn, wie Weinstein's Dödel aussieht? Ja, es gibt doch diese Diskussion, wie Weinstein's Dödel aussieht, weil der wohl sehr hässlich sein soll. Stopp this! Jill, answer me! Und dann gab's dasselbe nochmal bei... Äh, Epstein. Der hat angeblich einen Egg-shaped Penis. Oder hatte. Ich hab gehört, der von Elon soll auch ganz creepy sein. Jetzt, 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 jetzt! Okay, okay, okay. Komm, greif zu, das muss eine Frau machen. Das kann ich halt so mal nicht. Ich krapsche, aber nur um dir das Leben zu retten! Diese Reaktion ist völlig verständlich. Jill, was machst du? Stopp this! Jill, answer me! Ui, der hat mich aber die Konkurrenz weggefegt. Gekompensiert. Das hat mir nicht gefallen. Ich hab mal so ein ohne Bild von Elon Musk gesehen. Der sieht ja richtig skurril aus. Der hat ja voll den merkwürdigen Bauch groß. Also, keine Ahnung, was das ist. Es gibt Menschen, die haben echt merkwürdige Körper. Dieseartige Foto an seiner Jagd, ne? Jaja, was ist das für ein Körper, ne? Der ist einfach ein Nerd, man! Aber... Du siehst nicht heul aus, wenn du 50 bist! Nein! 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 Ist der 50? Ist der schon 50 Jahre alt? Es wird gegrapscht! Jetzt aber richtig Geschmackes! Es fällt da! Schäm dich nicht! Lang zu! Ah! Das will er einfach nicht! Warum muss man das immer dreimal machen? Das Ding klebt halt ganz schön! So, jetzt nochmal hier! Okay! Das Ding funkelt doch schon! Und spratzelt! Reiß! Ah! Sag mal, vielleicht... Keine Ahnung, schießt du das nächste Mal drauf? Ich hab... Ne! Da ist ja... Wie gesagt, drücke ganz schnell A. Ich denke, man muss einfach schneller sein. Kein Altmänner-A drücken, meinst du? Erkennst du mich nicht? Ich bin's doch! Chris! Chris! Okay! So, das ist der Finisher! Jetzt aber richtig! Gib Gas, Simon! Die Triggerfinger! Irgendwie wird das nix! Es gibt Eis, Baby! Nein! Es hat mich hingehauen! Was soll das denn? Ich hab das richtig... Vielleicht kannst du sie auch fest... Aus Frust hast du sie jetzt erschossen! Ich hab sogar das Ding vorne geschossen! Jill! Ja, und... Guck mal, Jeva schreit nicht mal. Die denkt sich so, jetzt gehört Chris mir alleine. Endlich ist die weg. Ich glaub, Jeva hasst Jill, weil sie Angst hat, dass sie jetzt... Chris mit seinen mächtigen Unterpranken verliert. Ist doch alles dämlich! I... Don't know. Jill! Was machst du? Stopp this! Jill, answer me! Schaut mir, der Sniper drauf. Ich hab eine relativ gute Treffsicherheit. Also, es ist bei mir das Risiko einfach zu hoch, dass ich daneben treffe. Es ist einfach... Nicht das Richtige für mich. Wir chatten schon voll die wilden Theorien rum. Dass pro Person alle müssen dreimal dran ziehen und so. Es... Da gibt's schon die wildesten Theorien. Es ist wirklich ne ganz interessante Geschichte. Warum das jetzt gerade nicht so läuft. So richtig verstehe ich sie. Da liegt dann der HD-Graf. Jill! Was machst du? Stopp this! Jill, answer me! It's me, Chris! Don't you recognize me? Okay, komm! Sie hampelt halt schon echt viel rum, aber... Oh, hab ich nochmal geschleudert. Abreißen! So, ich mach's. Ah, okay, die macht's. Das sind keine Theorien. Das ist leider so, als ob jetzt jeder dreimal ran muss an die Alte. Achtung. Okay. 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 Okay, warte. Ich shoote. Gut, warte. Jetzt geh du mal ran. Fummel an ihr rum. Ich hab' ich sie ja durch den Schuss gelockert. Der Wesker hat das Ding in Bomben festgeklebt. Oh, zieh' nochmal dran rum. Ja, mach mal lieber so, ne? Statt ballern. Okay. Okay, komm. Ich schließe nochmal drauf. Brems. Fummel ich nochmal an hier rum. Au. Alter. Jetzt geh ab, du Drecksding! Was? Ja! Wie? Aber was soll auch für riesige Schnüre rausgerissen werden. Und ich habe geholfen! Jill! Jill! Bist du okay? Chris... Ich bin so sorry. Es ist okay. Oh, diese bunten, das ist krass. Kleine Löcher in der Brust. Unangenehm. Oh, ja, aber... Ich bin okay. Du musst ihn verraten. Chris... Du bist der einzige, der kann. Before es zu lange. Ich bin okay. 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 Okay, interessant. Bei uns zum Talent wahrscheinlich zwei. Ja, genau. Ich bin okay. 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 Aber dafür das Grabschen hat immer geklappt. Dafür hast du gute Grabschwerte, ja. Ja. Ey, ich muss ganz kurz, wir drücken schon mal auf Weiter, oder? Oder kommen wir dann ins Menü? Ich muss nämlich ganz kurz Pause machen und aufs Klo gehen. Ich werde sie gucken, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich auch nicht. Ich finde, den Pedro Pascal übernimmt Joel, ne? Ja, an sich guter Typ, ne? Ja, aber ich finde den da irgendwie zu weich. Ich finde, Joel ist älter und verbitterter. So ein Hugh Jackman wäre für mich ein Joel. Tatsächlich wäre der richtig gut gewesen, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin offen, aber ich erwarte jetzt irgendwie nicht so viel. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber die Leute mögen das nicht, wenn man das sagt. Dass man skeptisch ist. Bei dem Titel nicht. Alle hoffen darauf, dass das richtig gut läuft. Ich glaube nicht, dass es gut läuft. Ich glaube es nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das wird nur so meh. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass es gut wird. Ich finde auch die Schauspielerin irgendwie so. Ich mag ihr Mondgesicht nicht. Ich weiß, sowas darf man heutzutage auch nicht mehr sagen. Aber ich mag es nicht. Ich weiß nicht. Das hat keinen Ellie-Flair. Darauf habe ich gar keine, da habe ich nur nicht mehr drauf geachtet. Das Mädel passt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie die aussehen, ist mir eigentlich egal. Weil es sind ja Schauspieler. Also dann sollen die halt zusammen mit der Requisite und der Maske halt eine Figur schaffen, die ich glaube. Ja, aber guck mal. Das ist mir egal, ob die Figuren jetzt aussehen wie im Spiel oder so. Ja, dass sie nicht aussehen wie im Spiel. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht machbar, dass man das 1 zu 1 trifft. Aber, weißt du, ich finde, wenn man schon so eine starke Vorlage hat, die dann halt auch so in unseren Köpfen drin ist, dann muss man wenigstens versuchen, so ein bisschen, ja, das Feeling vom Spiel einzufangen. Weißt du, dass man wenigstens sagt, ah, cool. Oh, das sieht ja wirklich so aus. Wie bei Superman. Wir wollen ja nicht haben, dass Superman plötzlich, keine Ahnung, in Gotham ist. Das, das, wer weiß, ja. Nein, das wäre ja nicht das beste Beispiel. Oder, dass Superman von, wie heißt da, Michael Cera gespielt wird. Obwohl ich das sehr feiern würde. Das ist wie, das ist wie, hier, wie heißt der, ähm, der, wo Mark Zuckerberg gespielt hat und der, wo Lex Luthor gememt hat. Ja, ja, ich weiß noch gerade auch nicht mehr genau, wie, äh, Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, genau, der ist einfach kein Lex Luthor. Der hat irgendwie so ein, so ein, so ein haarlosen Joker da rausgemacht. Das war ganz weird. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, ich, ich mag den Schauspieler sehr. Ja, ich auch. Aber das war schon irgendwie komisch. Das hat, ich hab's den auch nicht so 100% abgelehnt. Nee, weißt du, das meine ich. Du, du kannst es dann irgendwie nicht... Jesse Eisenberg ist nicht Lex Luthor. Ja, naja, da hast du natürlich recht, aber... Boah, oh. Das war ein Treffer. Aber jetzt mal mit der Darsteller von Homelander. Der sieht ja auch nicht aus wie Homelander. Aber die haben's halt so gemacht, dass der einfach unglaublich bedrohlich wirkt. Obwohl der eigentlich, sag ich mal, ganz normal aussieht. Ja, aber der Homelander, der ist ja, klar, der ist ja auch super überzogen und so in den Comics. Aber... Ja, auch die Maske. Ich meine auch die Art, wie er seine Mimik, dann... Aber der hat, aber der Homelander hat den Comics, das ist ein Wahnsinn. Der hat diesen wahnsinnigen Augen, den bringt er gut rüber. Absolut. Und das meine ich ja. Also ich erwarte eigentlich nur, dass die Leute in das Mindset ihrer Figur reinkommen. Ja, aber weißt du... Sie müssen nicht 100% so einspielen. Ja, aber guck mal, ich kann Pedro Pascal einfach keinen so richtig harten Typen irgendwie... Ich weiß nicht, der sieht aus wie Baby Chicken, der Mann. Ja gut, aber das ist ja jetzt natürlich schwierig zu sagen, ne? Weil ich meine, der Typ ist der Mandalorian. Ja, aber der Mandalorian trägt einen Helm. Das ist eigentlich alles eine Schweißermaske, ist alles, was du noch brauchst, damit du glücklich bist. Weißt du, Joel ist halt so... Ich weiß nicht, was du meinst. Ich kenne diese Helm-Diskussion auf Engel. Der auch, zum Beispiel, dass er keinen Bart hat. Das ist auch so was. Joel ist halt mit seinem Bart und so, das... Ich weiß nicht. Bei mir kickt das nicht so rein. Pedro Pascal ist ein cooler Typ, ich mag den auch. Ich finde Mandalorian auch super. Es ist nur, Pedro Pascal hat ja selbst gesagt schon bei Mandalorian, dass er sich keinen Schnurrbart wachsen lassen kann. Also er hat den Schnurrbart, diesen kleinen, das kleine Sträuchlein. Aber der hat einfach keinen Bartwuchs. Ja, aber die Maske kann das doch lösen. Ich meine, Bill Skarsgård... Ja, aber das machen sie ja nicht. Das machen sie ja nicht. Es geht ja auch um die finale Darstellung. Ich bin ja bei dir. Ich gebe nur, dann ist es halt... Das kann eine Maske lösen. Natürlich. Nee, Schauspieler ist nur 50% schuld. Ja, einige können es auch nicht. Wie gesagt, ich finde halt, Michael Sierder könnte niemals Superman darstellen. Ey, ich würde es so gerne sehen. Jetzt möchte ich es unbedingt sehen. Stell es dir mal vor, weil ich meine... Also Homelander auch. Die müssen ja nicht muskulös sein. Nein, aber Homelander hat auch wieder die Maske. Der ist ja muskulös. Also nicht so überzogen wie ein Comic. Ich meine jetzt nur als Figur. Der Homelander an sich. Oh, der muss doch auf den Schwanz schießen. Der trainiert ja gar nicht. Ja gut, Billy Butcher sieht auch nicht wie Billy Butcher aus. Also das ist... Ich meine ja nur, dass ich gerne jemanden hätte, der so stark ist wie Superman, aber halt nicht aussieht wie Superman. Weil der es gar nicht nötig hat. Okay, was machen wir jetzt? Achso, ja, das ist klar. Aber dann kannst du auch hier, äh... Pride oder wie... Nee, wie hieß der Film da? Mit... Von... Von Gunn. Von James Gunn. Dieser... Ich mach mal einen bösen Superman. Wo der Junge dann alle irgendwie abschlackt wird. Ja, ja, ich weiß, welchen du meinst. Ich hab nur vergessen, wie es, ähm... Wie er heißt. Pride? Weißt du so? Nee, der hat, glaub ich, noch mal irgendwie... Ey, sag mal bitte... Auf den Turmor seitlich schießen, aber der hält super viel aus. Brightburn. Brightburn. Brightburn, doch, ja, genau so. Mochte ich. Aber halt auch sehr offensichtlich böse. Da hätte man halt... Das war ja erst der erste Teil. Der wollte ja was draus machen, aber hat nicht gezündet. Ja, da hätte er den sympathischer machen müssen. Irgendwie muss man ja... Man braucht ja auch... Sympathieträger irgendwie. Selbst unter dem Bösewicht. Er hat Badger getötet. Das hat halt niemand verkraftet. So, war das der Hund? Nee, das war Breaking Bad. Bei einem... Äh, nee, ich... Ich... Ja. Weil bei einem Hund würde ich es verstehen, wenn den keiner mehr sehen will danach. Ja, also... Das macht... Also, die Optik... Zieht einfach für mich nicht so. Ich meine, klar... Zum Beispiel Old Man Logan sah ja schon fast aus wie so ein Joel, ne? Hugh Jackman in der Rolle. Hugh Jackman wäre super, aber wir haben ihn ja nun mal nicht. Nee, wir haben ihn nicht. Auch in Viggo Mortensen... Hätte er einfach einer, der für mich halt mehr, ähm... Das ausstrahlt. Weißt du, was ich meine? Die Ausstrahlung fehlt. Ich bleibe trotzdem optimistisch. Ich, äh... Ich will mal wieder Bock haben auf eine Serie mit Spielen. Und wir hatten es nicht leicht, ne? In den letzten... Dank Uwe Boll. Nee. Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Aber manchmal wünsche ich sie mir zurück, weil da wusste man wenigstens noch, was man kriegt. Da habe ich nicht einem Uwe Boll-Film entgegengefiebert, weil ich dachte, vielleicht wird's ja geil. Sondern du wusstest nicht, das wird komplette Grütze. Ich mochte nur einen einzigen Film. Und das war der erste Bloodrayne-Film. Keine Ahnung, der war okay so. Tatsächlich war der gar nicht so schlecht, ne? Ja, der war gar nicht so schlecht. Aber ich habe irgendwo mal gelesen, da hat Uwe Boll gar nicht so viel gemacht dran. Ja, aber... Vielleicht deswegen. Ist Bloodrayne... Jetzt mal ernsthaft, ist Bloodrayne von ihm nicht dieser Film, wo am Ende nochmal der ganze Film zusammengefasst wird? Boah, ich weiß es gar nicht mehr so. Doch, ich schwöre dir. Ich musste so lachen. Da ist am Ende... Hast du nochmal so ein Flashback. Und dann hat er den ganzen Film, weil die Länge nicht gereicht hat sonst, hat er den ganzen Film nochmal zusammengeschnitten. Also du hast quasi einfach so eine Flashback-Szene, die zwei Minuten lang geht und den ganzen Film zusammenfasst. Und es gibt keinen Grund dafür, außer dass das Ding am Ende auf seine Fernsehlänge kommt, so auf die Filmlänge. Ich weiß nur, den fand ich nicht so schlecht im ersten Bloodrayne. Und ich habe irgendwie gelesen, da hat er wohl auch nicht so viel mit zufrieden gehabt oder... Also irgendwas war da. Vielleicht war er deswegen auch besser. Aber der hat es ja immer wieder geschafft, ne? Der hat ja immer wieder... Der hat Jason Steffam bekommen, als Jason Steffam schon erfolgreich war. Wie? Ich sagte, der hat... Hatte der irgendwelche Fotos oder so? Genau. Das denken ja alle, dass der irgendwas wusste über die. Anders geht es ja nicht. Und auch wenn ich Til Schweiger jetzt nicht besonders cool finde... Til Schweiger hatte es nicht nötig, zu dem Zeitpunkt in einem Far Cry mitzumachen. Wie hat er das hingekommen? Hat er denen die Kinder entführt und hat gesagt, wenn er die wiederhaben wollte, spielt sie mal im Film mit? Ich... Er ist, glaube ich, ein ganz krasser, perfider Finanzier und Producer. Weil er es immer geschafft hat, Kohle zu organisieren. Und er hat den Leuten auch immer Geld gemacht. Also die haben Geld verdient. Das ist verrückt. Er hat ja diesen Film gemacht über irgendeinen so einen Amokläufer oder sowas. Ja, stimmt. Über... Dicken, ne? Ja, Postel. Ja, ja. Nee, nicht Postel. Über den Halle-Vorfall. War das das? Wo alle sich aufgeregt haben, dass er denen da irgendwie seine Gedanken... Ich dachte, er wollte, oder? Nee, ich glaube, der hat das umgesetzt. Ich glaube, der hat das umgesetzt. Also ich bin ja kein großer... Du musst da oben irgendwo hoch eine Leiter und dann da oben was machen. Also, ich komme halt nicht hoch, weil er keine Leiter ist. Oder kann die da klettern? Moment. Warte. Ich muss mich aus dem Käfig holen. Ja, ja, klar. Hanau. Hanau war das genau. Ich hatte das gerade nicht mehr im Kopf. Aber das hat er nicht gemacht. Das hat er gemacht. Nein, nein. Das hat er, glaube ich, gemacht. Alter, mit Schießen kann man das lösen. Chat hat er das gemacht? Ihr wisst doch alles. Ich glaube, der hat das gemacht. Naja, er macht ja nichts, wenn er kein Geld dafür kriegt. Und könnte ja sein, dass er dafür kein Geld bekommen hat. Das war... Ich glaube, ich habe sogar reingeguckt. Ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen gesehen. War das nicht irgendwie nur so eine ganz... Hat er gemacht? Ja, schreibt der Chat. Das war doch auch irgendwie so eine... Das bestand doch eigentlich zu 90% aus einer Autofahrt oder sowas. Und Selbstgespräche. Monolog von dem Killer. Ach, so hat er das gemacht. Irgendwie sowas. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ja, gut, ne. Ich finde solche Filme auch immer schwer. Elephant finde ich jetzt auch nicht so geil. Also einfach, weil man sollte diesen ganzen Amokläufern nicht auch noch die Aufmerksamkeit geben. Aber... Naja, aber Serienkiller und so ein Kram ist halt immer mediensexy, ne? Funktioniert, ja. Ich bin übrigens... Also ich versuche immer noch weiter den Weg zu finden. Der ist sogar bei Prime zu sehen. Also Amazon hat es finanziert. Reload! Oh Mann. Ich bin jetzt ganz oben. Und die Kamera wechselt. Also ist es scheinbar richtig. Aber das ist so ein Film. Ich glaube, der bietet auch nicht wirklich Inhalts, sondern schockiert nur mit Namen und Thematik. So, weißt du? Im Endeffekt ist es eine leere Verpackung. Zumindest das, was ich gesehen habe. Gibt es nicht auch diesen We Need to Talk About Kevin? Ja, aber der ist auch gut. Der soll gut sein, ne? Der ist gut, ja. Aber der zeigt ja auch nicht, was passiert ist, sondern... Aber der ist krass auch. Der zeigt die Eltern, oder? Da spielt ja dieser Ezra Miller, der ja irgendwie Leute entführt und trotzdem Flash sein darf. Das ist auch so skurril, weißt du? Die Leute verlieren ihre Position irgendwie wegen den kleinsten Sachen. Irgendjemand behauptet irgendwas und Ezra Miller tut Sachen, wo ich mir denke, was? Und er ist trotzdem immer noch Flash? Ja, okay, aber Ezra Miller ist eine ganz komische Geschichte. Ja, ist eine richtig müde Geschichte. Ja. Und Hollywood holt doch wegen jedem kleinsten Kram schon rum. Und bei Ezra Miller? Die haben den einfach schon vertraglich, glaube ich, in zu viele Sachen reingeschrieben. Ja, für den Flash ja, aber jetzt haben sie gesagt, ja, äh, nee. Ja, jetzt ist er weg, oder? Nee, nee, der hat jetzt eine Verlängerung bekommen, habe ich gehört. Oder soll es? Doch, 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 doch. Das glaube ich nicht. Das wird er nicht überleben. Das ist ja, darüber reden ja gerade alle. Das wird ja nicht überleben. 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 Doch, wirklich. Niemals. Doch. Na googles. Ich habe es von zwei, drei Tagen gelesen. Ja, ich glaube ja, dass die das denken. Aber das Internet vergisst das überhaupt nicht. Und die werden ganz massive Probleme kriegen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, was ist denn eigentlich hier mit, ähm, My Dog Step on a Bee and the Hurt? So kann man die nur noch aussprechen. Die, die darf doch, darf die jetzt noch Aquaman machen? Ich weiß es gar nicht. Oder ist die rausgecuttet? Ähm, sie hat eine ganz kleine Rolle bekommen. Also sie wurde so klein geschnitten und weniger wichtig gemacht und ein bisschen nachgedreht. Und das meine ich ja, solange die noch solche Deals haben, ähm, kann man die nicht ganz rausschneiden. Aber die gehen ja irgendwann, die werden halt nicht mehr gebucht. Nee, also Ember, ähm, My Dog Step on a Bee and the Hurt ist weg. Das meine ich aber, also... Aber die hat nochmal Geld gemacht, glaube ich, mit der Johnny Depp-Geproffene Serie. Aber der ist ja rehabilitiert. Johnny ist wieder... Ja, aber ich habe das Gefühl, da ist trotzdem der Drop so ein bisschen gelutscht. Ja, ich weiß nicht. Na, ich habe nichts dagegen, dass er weiter Filme macht und so. Ich sage nur, ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht so eine volle Rehabilitation ist, sondern dass der halt irgendwie... Na gut, das ist so eine Kachelmann-Geschichte. Weißt du, wo Feuer... äh, worauf ist es auch Feuer? Das ist halt nie wirklich weggewascht. Auch wenn du unschuldig bist. Es hat den Faden bei Geschmack. Ey, wir sind hier beide total gestört. Also zumindest haben die beide echte Probleme, glaube ich. Guck mal, jeder muss den anderen, glaube ich, runtershooten. Weißt du, was ich meine? Äh, was meinst du mit runtershooten? Oder hochshooten? Ja, guck mal, wenn du da oben bist... Ach ja, stimmt, das geht ja mit Schießen, ne? Kannst du mich so... Ja, das muss ich dich quasi dann auf der anderen Seite. Du kannst hier die Leiter nehmen. Okay, jetzt verstehe ich es, ja. Okay. Oh, Moment. Äh, obwohl. Gegenüber liegen noch Kisten. Ey, ich glaube auch nicht, dass Johnny Depp irgendwie ein schlechter Mensch ist. Glaube ich nicht. Nö, ich glaube, der ist halt aber schon auch typisch Hollywood. Also ich meine, er ist dann wickerlich auch nicht der nettesten Kerl der Welt. Ja, vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich möchte ihn nöden, weißt du, aber... Ich weiß es nicht. Man weiß es einfach irgendwann. Ich glaube, dass Amber Heard halt Monster ist. Das glaube ich. Dass sie auf jeden Fall... Ja, ich finde sie ist halt echt schwer, ne? Ich bin da auch eher auf seiner Seite. Aber ich glaube, dass die beiden halt auch eine ganz verkorkste Beziehung führen. Ja, aber ich glaube, das hat sie frustriert, weil der ein super sensibler Mensch ist. Klar ist er kein Heiliger. Wer ist das schon, ne? Aber ich glaube, der hat das auch sehr forciert, das Ganze. Ja. Jetzt ist halt nur... Wie gesagt, ich glaube, die machen sich das, die denken sich das alle zu leicht. Wir heiraten jetzt und dann ist alles schön. Und dann merken sie, ach, okay, der eine ist fast nie da und ist irgendwie ein Alkoholiker. Und sie macht gerne Trouble und hält ihm alles vor. Also ich glaube, dass das halt super schnell passiert ist, dass die gemerkt haben, Alter, wir hassen uns. Und dann steckst du in der Scheiße mit drin. Deswegen nicht immer so schnell heiraten. Das ist das Hauptproblem. Wann heiratest du? Gar nicht. Du hast das wieder getrippelt, das System, ne? Ja, ich werde doch nicht heiraten. Das ist doch bescheuert. Warum soll ich denn, wenn mein Leben jetzt gut ist, irgendwas machen, was beinhaltet, dass es vielleicht danach nicht mehr geht? Der ganze Druck, das Geld. Alter, der frisst mich auf. Ich hämmer, ich jiggle und wiggle die Tasten. Ich hab dich gesucht. Ich hab gesehen, du hast das Problem. Ich hab dich gesucht. Es tut mir leid. Ich hätte dich gerne gerettet. Hm, okay. MG bringt hier, na ja doch. Ja, okay, ich bleib bei den Sachen. Und deswegen bin ich der Meinung, du solltest alles Private wirklich, du musst den Stefan Raab machen. Das ist der richtige Weg. Ja, genau, der hat es 100% absolut richtig gemacht. Ja, der hat alles richtig gemacht. Aber der hat natürlich auch, du hast ProSieben, du hast von Anfang an alle verklagt. Der hat auch Glück gehabt, dass er das konnte. Das geht auch heute nicht mehr so. Nee, das meine ich. Ich sag dir, der ist auch zum richtigen Moment rausgegangen. Als die ganzen Anfluencer auf seiner Couch gesessen haben, hat man auch gemerkt, dass der keinen Bock mehr hat. Als die Bibi da war und so weiter, war der durch. Aus so'n Kronkel. Das hat mir keine Freude gebracht. Für mich war es, Jack Black, als der da war und sie kein einziges Mal groß über Tenacious D gesprochen haben und ich dachte, ey, du hast da jemanden, der ist genau wie du, ein verspielter Musiker. Und da hat es richtig gemerkt, okay, der weiß nicht mehr, wer das ist. Und da habe ich dann irgendwie aufgehört, den ernst zu nehmen. Das war irgendwie, ich weiß noch genau, wie das war. Das war, als Jack Black zu Gast war. Da hat es für mich aufgehört. Geh mal auf die Seite. Soll ich rüber gehen und von drüben machen? Ja, ich schieße dich rüber. Aber wie gesagt, man kann ihm nichts übel nehmen. Er hatte, finde ich, eine gute Zeit und hat eben auch im richtigen Moment, das können die wenigsten im richtigen Moment aufgehört. Ey, wenn ich immer hinterher traue, ist ja mein absoluter Favorite in Deutschland, ist halt Harald Schmidt. Viele mögen den nicht, finden den vulgär, du musst mich rüberschießen, ne? Entschuldigung. Ja, aber erst wird gelootet, dann wird geholfen. Harald Schmidt war mein Favorite. Harald Schmidt und Manuel Antrag, das war einfach, das war super. Ich fand es auch gut. Die ersten 100 Jahre Harald Schmidt. Ich muss aber, also ich habe mich irgendwann an ihm satt gesehen und dann hatte er ja irgendwann auch keinen Bock mehr. Aber es gab eine gute Zeit auf jeden Fall, wo Harald Schmidt Show das Nonplusultra war. Ja, wo Pocher dann da war, hatte er ja keinen Bock mehr. Das hat ihm das Genick gebrochen. Pocher ist so eine kleine Zecke. Das war so ein, ah, das war furchtbar. Das war wirklich, also es hat mir richtig auch klar, leid. Nee, es ist, es hat einfach nicht geklappt. Ich finde aber auch, ich kann Pocher privat nicht bewerten, aber was seine damalige Leistung in der Show ging, du hast ja richtig gemerkt, wie Harald Schmidt den Pocher richtig weggedisst hat. Kennst du dieses Mike-Vogel-Ding? ist das denn okay? Ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Moderat, wo du eingekauft wirst und dann macht dich Harald Schmidt aller Welt, macht er dich zur Sau. Dann mach aber auch nicht solche Nummer da raus, weißt du? Also diese, diese eine Sache, wo er da irgendein Gast irgendwie so nahezu sexuell belästigt hat. Heute wäre er weg gewesen, ja, und Harald Schmidt steht nur nebendran, schämt sich, denkt, jetzt halt doch mal die Backen und die Frau kann nicht, nur nicht mal Deutsch und Harald sagt dann so, ja, richtig, richtig reudig, richtig reudig, Olli. Auf irgendjemand, der dich nicht mal richtig versteht, da einprügelt. Hat er ja, hat er ja dann damals auch, das war ja diese eine Nummer, wo er sich hier irgendwie, äh, nichts gebacken kriegen, wenn man Fotzen-Sekret geschenkt bekommt, weil das hatte er von, von dieser weiblichen Rapperin bekommen, als, als, als Trollversuch. Und dann hat er aber diesem ausländischen Gast, genau, und dann ist dem ausländischen Gast reinreiben, der nichts versteht. Äh, das geht gar nicht. Nächstes Mal hat er das begriffen, Oliver Pocher. Irgendwie so war die Abmeldung. Ey, das, das kannst du trotzdem nicht machen. Also, ich bin der Ansicht, also, aus, aus einer reinen Mediensicht, dass, äh, Schmidt das Problem hatte, dass seine Redaktion ihm gesagt hat, hier, mach doch mal was für die jungen Leute. Ja, ja, Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich mach die Scheiße. Und dann hat er das Ding mit Anlauf gegen die Wand gefahren und der Leidtragende war eigentlich Pocher. Der Einzige, der daraus nicht positiv rausgekommen ist, war Pocher. Weil Schmidt wollte eh nicht mehr. Die Redaktion ist irgendwie dann zu anderen, zum Neo Magazin oder sonst wo gelandet. Und Pocher ist der Einzige, der nie wieder seine Karriere so richtig auf den... Ja, aber, komm, aber jetzt guck dir mal die jüngsten Pocher-Sachen an. Pocher ist echt jemand, der wirklich... Ich bin noch kein Fan, wirklich nicht. Ja, vielleicht kann man sagen, Harald Schmidt seine Professionalität... Oh gut, den Punkt gebe ich dir. Natürlich, das war schon richtig Dirty Harry. Ne? Der hat reingeschissen, wie man so schön sagt. Den Punkt gebe ich dir. Ja, das war eigentlich halt nicht. Das hatte so was Bullihaftes. Aber natürlich, ähm, war das ein... Auch das, wo der Herr Vogel da war und Pocher wurde richtig gemobbt. Ja? Pocher wurde so richtig wie in der Schule gemobbt. Das war krass. Das war richtig krass. Auch witzig. Aber krass. Was ist hier? Ich kann dir kaum was dagegen sagen. Du hast ja einen Punkt. Sag uns, was wir wollen wissen, und du wirst nicht erholt. Wo ist Wesker? Wenn du dich selbst behalten kannst, vielleicht erzähle ich dir. Verdammt! Sie ist schwer. Ich gebe ihr das viel. Was ist das? Chris, ist das? Was auch immer. Accela sieht sich aus dem Schutz. Ja, er hatte auch keine Schlagfertigkeit, der Pocher, was das angeht. Der Schmidt war ihm einfach über, wie man so schön sagt. Ich bleib trotzdem dabei. Ähm, das war vielleicht auch eine ganz weirde Idee von Anfang an. Aber es hätte ja auch irgendwie funktionieren können. Wahrscheinlich nicht mit Pocher und Schmidt. Wahrscheinlich mit Schmidt und niemandem. Wenn du mal überlegst, wie Schmidt, äh, mit, ähm, hier bei Schmidt aneinander schon war. Mit, ähm, Dings. Mit Manuel meinst du? Äh, 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 nee, nee, nee. Ich meinte, Mann, wie kann ich den Namen vergessen? Feuerstein. Ach so, ja. Eigentlich ist mir nie hinter dem ganzen Kram war. Und du hast halt schon gemerkt, der mag niemanden, der lustiger ist oder, oder halt gleich lustig leben. Ja, äh, Schmidt ist einer, der will, äh, der Platzherrsch sein. Natürlich. Ja, und der kann keine Doppelmoderation oder so. Aber er braucht trotzdem jemanden, nur wenn er jemanden hat, der nichts kann. Er braucht aber trotzdem jemanden, der auf seine Steilvorlagen eingehen kann, ne? Und der auch ein gewisses Niveau vertritt. Das hat er halt Pocher gar nicht. Und wenn du Pochers jüngste Ereignis und Medienauftritt das so analysierst, äh, tut mir leid, also ich kann Pocher einfach nicht ernst nehmen. Er ist ein Würstchen. Es, es geht nicht. Er ist ein Würstchen. Kann ja sein, dass er vielleicht auch nette Seiten hat, den Privaten. Ich kenne ja nur seine Medienpräsenz. Das ist das, was ich hier beurteile. Aber mein auch. Das geht ja zu allen so, ne? Man weiß es halt wirklich nicht. Ne, ich weiß ja nicht, wie der im Privaten ist. Weil ist der super, der nette Typ? Kann ich nicht beurteilen. Aber was er in der Öffentlichkeit zeigt. Ich hab zum Beispiel auch früh sehr viele Internet, lustige Internetgeschichten über Bill Murray gehört. Alter, ich werde direkt so gewusstet. War dann der Mega-Fan, ich komme gerade. Und war der Mega-Fan von Bill Murray und dachte so, ja, der macht's richtig. Und dann hörst du plötzlich doch nur negative Sachen über ihn und denkst so, okay, also war das irgendwie gar nicht so, dass der so ein sympathischer Typ ist. Also ist der auch ein Arsch. Und so geht's mir immer mit diesen Leuten. Aber ich glaub, Bill Murray ist auch gar nicht so sympathisch. Ja, aber das mein ich. Aber er wurde lange so präsentiert und ich hab das geglaubt. Und am Ende gibt's wahrscheinlich keinen von diesen Leuten, der irgendwie grundsympathisch ist. Das macht vielleicht der Job einfach oder diese Beobachtung. Na, Bill Murray hat halt dieses... Weißt du, bei Bill Murray, weißt du, der ist halt so... Einer, der so mit Sarkasmus und diesem Zynischen arbeitet... Das schaff ich nicht. Lass mal lieber umbleiben. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der Privat halt auch irgendwie so ist, wie das Internet behauptet. Und ich war sehr enttäuscht. Oh, ich war schon neben dir gestanden. Mist. Auch von dir bin ich jetzt enttäuscht. Bist du privat so... Das ist mal ein guter Punkt. Ich glaube, Bud Spencer war ein guter. Und Terence Hill auch. Terence Hill glaube ich... Ja, ja. Terence Hill glaube ich auch. Also beide so glaube ich auch, ja. Also von denen will ich keine schlechten Geschichten hören. Bist du so... Kombinier mal noch dein Heilswere. Bist du so im echten Leben, wie du jetzt bist? Also kann man sagen, das ist schon der Simon? Ja. Das ist das Komische. Das sagen mir eigentlich immer Leute auch früher schon, als ich bei Giga war, Leute, die mich kannten von früher und so, meinten, ey, du bist ja genauso, wie du in echt bist. Ich, ähm... Ja, ich hab mich recht früh entschieden, nicht so eine... nicht so eine Fernsehrolle anzunehmen. Na gut, du bist auch kein Schauspieler, ne? Das ist halt auch noch mal eine Sache. Ich mein, Bill Murray ist halt ja auch ein Schauspieler. Ja, genau. Es sind nur Rollen. Die Ghostbusters sind nicht echt, Freunde. Leider. Ja, aber man will halt, dass der sympathische Typ, der lustig ist und so, halt, dass der halt auch ein netter Kerl ist. Man möchte, dass die Sympathie nicht verschwendet ist. Henry Cavill ist jetzt so ein Fall. Ich liebe den Typen und plötzlich gab es ja in diesem Witcher-Zusammenhang gab es ja so ganz viele Negativpresse über ihn und dann dachte ich schon, fuck, ist jetzt auch Henry Cavill quasi kein netter Typ? Muss man denn netter Typ sein, um ein kompetenter Mensch zu sein? Also solange man jemanden sexuell belästigt oder irgendeine Rassismus-Sache hat, kannst du ja auch schon so, weiß nicht, wenn du ein verschrobener Typ bist, ist es halt so. Was soll ich meinen? Ja, bei ihm wurde dann ja auch gesagt, dass er auch so ein bisschen so, es wurde gesagt, diese sexuelle Belästigung wäre auch bei ihm da gewesen, aber da habe ich auch nie Beweise für gehört. Aber es fing halt an, dass plötzlich die Front gegen ihn kam und da dachte ich schon, scheiße. Ich will aber nicht, dass der jetzt irgendwie auch scheiße ist. Ich will den genießen können. Ich freue mich, dass das ein Gamer ist, ein Nerd, einer der... Aber das ist mir ehrlich... Guck mal, ich genieße immer noch als Schauspieler Kevin Spacey. Darf ich das? Ich weiß es nicht. Aber seine Filme sind großartig und ich finde seine Rollen immer toll. Das ist das alte Thema, ne, ob die Kunst vom Künstler zu trennen ist. Ey, wir alle feiern Klaus Kinski seine Aussetzer, ne, und eigentlich ist es ein Monster gewesen. Er hat's aufgehört. Also, ich hab kein Problem mit Klaus Kinski, dem Wahnsinnigen, aber mit Klaus Kinski, dem Pädobo, hab ich schon Probleme. Da kann ich nichts mehr gucken von ihm. Ja, aber das meine ich ja. Trotzdem, der Pop-Mainstream findet den total witzig. Der alte Onkel, der früher mal ausgerastet ist, weil er den Jesus nicht lieben konnte. Ja, aber die meisten wissen halt nicht, dass er Pädophil war. Naja, David Bowie war auch kein Heiliger, wenn man danach geht, ne? Ich will das nicht, ich will das überhaupt nicht zusammenführen, ne? Aber David Bowie war immerhin noch ein Musikgenie und in vielerlei Hinsicht einfach ein Klaus Kinski. Also, wenn man ein Musikgenie ist, kann man mehr über die Stränge schlagen. Nein, aber du gibst den Menschen ja irgendwas. Kinski hat den Menschen eigentlich sehr wenig gegeben, finde ich. Kinski hat den Menschen, der Modernen, wenigstens Memes gegeben. Ich bleibe dabei, aber ich verstehe, was du sagst. Man kann, wenn man zu viel über die Leute weiß, eigentlich niemanden mehr feiern. Vielleicht ist ja das gerade auch ein Grund für diesen Siegestück von Authentizität heutzutage. Naja, ich nenn's mal so, ob's wirklich so ist. Also Leute, ich kann euch sagen, die Leute wollen authentisches. Ich halte von mir selbst, dass ich ein ganz okayer Mensch bin, aber es gibt auch Tage, wo ich einfach mies drauf bin und ab und zu bin ich auch mal ein Arschloch, wenn mir irgendwas quer sitzt. Ja, es ist einfach so. Ja, aber das ist doch jeder. Ja, ja, klar, aber wenn man jetzt diese Essenz, oh, da bei der Kies wieder einen Arsch nimmt, dann könnte man mich ganz schnell auch irgendwie in einem sehr, sehr düsteren Licht darstellen. Ja, aber für viele reicht das ja auch. Viele denken sich, der ist ein Spacko, weil der hat dann und dann mal das und das gesagt. Der hat Indianer gesagt. Das ist nicht zu verzeihen, als dummes Beispiel jetzt. Und diese Leute wirst du auch nicht mehr überzeugen können. Aber das will man ja auch gar nicht. Das ist ja auch nicht mein Publikum. Genau, das ist ja gar nicht der Plan. Ich meine, ich bin ja auch ein Mensch, der jetzt vielleicht nicht super kontrovers ist. Moment, ich halte dich. Aber ich bin natürlich auch kein, keine weiße Weste oder sowas. Aber ich finde, das braucht man irgendwie auch. Ich weiß nicht, dieses ganze ultra weiße Weste, das wir jetzt heutzutage haben, dieses, das sind ja keine Superhelden. Ja, und also ich finde es übertrieben. Wir haben den Standard viel zu hoch gelegt. Da stimme ich dir zu. Wir haben uns Weißt du, so ein Ezra Miller, deswegen bin ich jetzt so schockiert. Ezra Miller kommt mit solchen wirklich gewissen Sachen durch und ein anderer, der vielleicht irgendwie mal einen dummen Spruch getroppt hat, wo nicht angemessen war, der aber dann sagt, okay, sorry, hab nicht nachgedacht, der ist dann weg so. Das ist irgendwie zu krass. Viele Dinge sind da zu krass geworden. Ja, ich würde mir auch wünschen, wenn man, wenn das alles fair wäre. Aber, naja, die Welt ist halt eine nicht perfekte und eigentlich sogar eine richtig unfaire. Oh, die müssen wir auf deinen Würzel da schießen. Und du bist fort. Wir machen uns dann. Ach du Scheiße. Oh, ich darf dich wieder belegen. Oh, Glück ab. Glück ab. Danke auch für die Energie. Die sind entstärkt. Ja, wie soll ich denn in einem Schlauch entkommen? Kannst du halt nicht vorbei nehmen. Nein. Hey, komm schon. Ich hab eben so viele. Okay, jetzt hab ich ihn. mich aber auch. Also, dann kann ich dir einen Hänger. Dafür 100, äh, Dulas. Ich sag's mal so, je, äh, weißer auch deine Weste ist, ne, also, je mehr du das so in die Öffentlichkeit trägst, umso schwieriger wird's auch. Ja, das ist klar, auf einer weißen Weste sieht man schnell die Flecken. Ja, ja, das ist halt, das hatte ich auch mit, mit Jasmin das Thema, weil sie da noch ein viel, viel kritischeres Publikum hat, wo ich sag, nee, also das kann ich ohne Probleme bei meinem Publikum aussprechen. So ballert man aber nicht, der ballert ja nur in die, in die Decke. Oh, aber der ist super ekelhaft, der Typ. Der ist super ekelhaft. Die halten viel aus. Gibt's da irgendwas Spezielles, außer, Gesicht? Ah, immer ins Gesicht. Der Hut ist weg. Die sind ja auch in Teil 4 gewesen, ne, diese Minigun-Dus, weißt du was? Ich kann mich an sowas erinnern, ja. Aber ich finde Minigun immer total bescheuert, wenn die wir spielen. Also, es ist cool, wenn man sie hält. Als Feind find ich's immer ein bisschen, äh, ich mein, nur weil er eine Minigun hat, hält er sie gegen den Kopf aus. Ja, weil er die ertragen muss, ne, das ist halt einfach ein schwerer Klotz und das heißt, er ist buff. Das ist genau die Logik, nach der solche Spiele gebaut werden. Das nervt mich. Dankeschön. Nein, gib ihm so ein Exosuit, gib ihm einen Grund, warum er das trägt. Er ist buff. Gib ihm einen fucking Helm. Er trägt diesen Tasten. Jemand, der eine Kiste tragen kann, krass einfach. Ich helfe auch. Stell dir mal vor, der wird in so einem Umzugsunternehmen beschäftigt. Aber die Sniper, der ist schon echt nicht schlecht. Ey, der hat aber eine Bandscheibe auf Stahl. Ja. Was gibt der uns? Ach ja, stimmt, der gibt uns diese Schlüsselkarten. Da kommen dann irgendwann noch mal zwei, glaube ich, auf auf einen Streich. hier war noch einer, gut. Diese Spielziele jetzt aber hier mit dem Schiffslevel doch noch mal ein bisschen. Das sage ich ja, das geht noch mal. Dann kommt noch Bosskampf reinwerfen, wie so ein Donkey Kong Verschnitt. Ey, das ist, ich meine, ich glaube, sie haben erst das Spiel entwickelt und dann am Ende gemerkt, nee, der muss anders aussehen, damit er das alles kann. Und dann haben sie ihm noch mal mit dem Schieberegler die Muskeln aufgepumpt. Das ist mein Kopfkanon. Wahrscheinlich ja. Klingt realistisch. Aber jetzt, wenn diese Boulder-Bash-Nummer, wir kommen dann ja dazu, aber das ist wirklich, das ist so die, wie heißt das, wenn eine Serie unrealistisch wird, wenn sie den Shark jumpt. Und genau das war das für mich. Ab da kann ich die Reihe spätestens da nicht mehr ernst nehmen, ey. Moment, hier, ich muss ganz kurz was klarstellen. Ich habe nicht gegen Jasmin Knu gelästert. Ich habe nur gesagt, ich hätte ein kritisches Publikum. Überhaupt nicht. Du hast da mal gesagt, dass du dich da nicht traust, was zu sagen. Genau, das ist einfach ein anderes, anderes Klientel. Das ist ja kein Läster. Das weiß Jasmin auch. Nee, da muss ich mich auch in den Schutz nehmen. Das war wirklich nicht so. Nichts unterstellen. Ja, aber das ist auch so. Man muss wirklich schon aufpassen, was man sagt, dass man es danach auch nochmal richtig sagt, damit keiner falsch rezitiert. Ja, guck mal, genau das finde ich heutzutage so anstrengend in unserer Welt. Wir müssen alles irgendwie mal aufbröseln für ihn. Ich finde es ja auch anstrengend, aber das ist halt nun mal der Way to go, so. Das ist der Zeitgeist. Sich immer beschweren bringt ja nichts. Oh oh, Achtung. Zwei Typen mit Rocket Launchers und keiner trifft. So, die sind weg, die beiden. Hier ist die Sniper so Gold wert, ne? Ja, das merkt man. Guck mal, ich habe noch Maschinengewehr Munition, kann ich hier die geben? Das Sniper? Ja, klar kann ich mir die Säuze sogar geben. Du siehst einfach nicht aus wie Chris und ich finde auch Jill sieht überhaupt nicht aus wie Jill. diese Blondierung hätte echt nicht sein müssen. Oh Moment, ich habe keine ja genau Glastonforschung. Ne, jetzt hast du mir glaube ich jetzt hast du alles, oder? Oder willst du noch was? Ich hole mir hinten noch das Kraut, das kann ich jetzt gleich kombinieren, dann haben wir noch eine Heilung. Kennst du hier Bill Burr? Burr? Bill Burren heißt er, Ja, ich war vor kurzem, nee, ich war vor kurzem vor, schon wieder eine Weile her, war ich bei Bill Burr in Berlin damals, als er hier eine Tour gemacht hat. Es war so geil. Ja, und guck mal, Bill Burr kann alles irgendwie, ne? Der kommt auch mit allem davon. Der darf das. Aber weil er auch einen Scheiß drauf gibt. Ja, aber es ist halt auch Bill Burr, es gibt immer so ein paar Leute, die dürfen einfach mehr als andere, bis sie es dann nicht mehr dürfen. Warum dürfen sie es dann irgendwann nicht mehr? Ja, meistens überreizen sie es. So wie Chappelle, meister. Es gibt ganz viele, die waren lange unter dem Radar und plötzlich sind sie weg, weil sie es dann übertrieben haben. Ja, ich sollte auch undercover bleiben. Aber Chappelle... Ja, es ist ja was man sagt auch, es ist ja nicht einfach nur, die Leute regen sich ja nicht random auf, sondern man muss dann auch schon provozieren, damit das funktioniert, glaube ich, mit dem Canceln. Auch eine seltsame Lippenfarbe der Wesker. Of them, only one survived. You. Are you saying I was manufacturer? I was to become a god. Creating a new world with an advanced race of human beings. However, all is lost with Raccoon City. Despite that setback, your creation still holds great significance. now my candle burns dimly. Ironic, isn't it for one who has the right to be a god. To face his own mortality. reality. The right to be a god. That right is now my mind. Der hat einen ganz komischen Akzent. Das ist aber kein Länder Akzent oder so. Posch English. Ja, oder der hat noch so einen halben Berliner im Maul. So geknautscht alles. Ich mag die Stimme, aber total gerne. Ist ikonisch. ich war keine einzige Resident Evil Stimme. Ich finde die alle teilweise nur. der ist schon top. Der bleibt hängen. Du magst einfach Menschen mit Stimmen wie Reibekäse. Wie so eine Käsereibe. Genau, umgekehrt. Hast dich verliebt in den. Ein bisschen, ja. Du magst die Augen, ne? Reptilien-Augen. Reptilien-Augen. Ja. Na endlich, möchte ich fast sagen. Nach 30 Minuten Krampf. Ich sag ja dir, es gibt noch vier Boss-Fights gegen Wesker. Ne, zwei, drei sind es. Mindestens drei. Einmal in so einem Raketen-Dingsda-Dingens. Dann in einem Flugzeug und dann in einem Vulkan. Also die natürlichsten Orte der Welt, ne? Wo man halt Kämpfe austrägt. Mit Superschurken. Ich benutze jetzt einfach den ganzen Scheiß. Jetzt wird mal alles rumgeballert, weggeballert. Die Pistole kommt weg. Jetzt nur noch geiler Scheiß. Granatwerfer. Magnum. Na dann, hau raus. Okay, ich hab nur Shit. Oh, warte mal. Der Jailbreaker, ist das nicht auch ne, das ist ne Schrotflinte, ne? Okay, dann behalte ich die. Ja. Der Jailbreaker. Okay, ready? Moment, ich muss doch, ich muss doch kaufen. So, jetzt hab ich's. Ähm, jetzt bin ich sehr bereit. Ja, die Leute haben recht, ne? Die Baker-Familie wurde gut vertont. Ich will das auch nicht so über einen Kamm scheren, aber bei Resident Evil hab ich häufig immer so dieses cheesige Gefühl. Vielleicht sind's auch die Dialoge. Vielleicht sind's die Texte einfach, die mich ein bisschen irritieren. Was ist hier passiert? Der Krabbencocktail, schlimmer Durchfall. Jetzt sind wir aus Wärmeres anziehen können. Die friert einfach, die hat Gribbe. Ja, das ist ja auch ein Fehler. Warum hörst du denn auf dem schmierigen Typen? Wasger doesn't give a damn about anybody but himself. Soon, even you will understand, Chris. One glimpse of my new world, and it will all make perfect sense. Show yourself! Unfortunately, it's too late for you. You will not live to see the dawn. Sorry, Excella, but it appears Huroborus has rejected you. Though you have been an excellent asset, Das Gesicht, ne? Wenn die Backen sich aufpusten. Ich glaube, die ist nicht glücklich. Jetzt kommt dir der Leichenberg auf, ne? Ich hätte gerne weniger Gewürn und mehr so ineinander verzogenes, mutiertes Gewebe. So ein bisschen mehr Silent Hill und weniger, weiß ich nicht, was das ist. Ja, aber da sind sie drauf hängen geblieben. Ja, aber dieses Gewürn ist halt irgendwo auch ein bisschen langweilig. Das sieht ja alles gleich aus. Irgendwie hässlich. Ich will so Dark Souls-Kreaturen, denen man hat, dass sie echt verzweifeln an ihrer Hässlichkeit. Das war nicht sauber. Ich bin leider nicht schnell genug. Okay, aber die... Oh, jetzt müssen wir hier nochmal. Die, ähm, die Dings, die, ähm, Silent Hill-Designe sind halt auch wirklich over the top. Da ist ja auch jedes Mal eine Idee dahinter, warum was so aussieht. Ja, so ein Schism. Ähm, ich finde tatsächlich aber Dark Souls noch besser. Also die haben noch mehr und Bloodborne und so. Die haben einfach noch so ekelhaftere Ideen gehabt. Ja, ich weiß nicht, Silent Hill ist schon... Also die Nurse ist... Ist toll, ist toll. Ist Liebe. Absolut. Aber wenn du, wie gesagt, guck dir die ganzen Dinge an. Bei Dark Souls und Co., da sind doch mal so richtig viele geplagte Seelen. Okay, was machen, was machen? Hat es geklappt? Nee, du hast irgendwas noch drücken müssen. Ja, ich hatte L und R. Ich hab's auch gedrückt, aber es war wahrscheinlich zu spät. Das ist ja, ähm, super unterhaltsam. Diese QTEs. Da sollte mal einer ein ganzes Spiel draus machen. Das heißt, äh, Azura's Red hat Capcom gemacht. Ja, okay. Oh, diesmal B. Ah, sie ändern auch mal was. Soll keiner sagen, ist immer dasselbe. Und jetzt hoch und runter. Nee, bei L und R. Okay, ich hab gedrückt. Ich auch. Okay, cool. Rennen, 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 rennen. Rennen! Dass sie einfach schneller sind als so ein Ding. Ist auch immer so geil, wenn die Menschen schneller rennen als Wassermassen. Ne, was unmöglich ist. Aber ich, äh, kann dem Tunnel entkommen, in dem ich einfach schneller bin als das Wasser. Sieht geil aus und ist Hollywood-Physik. Da fragt keiner. Er hat das integriert, Stallone, in diesem einen Katastrophentilm? Also, das klingt, ne, Daybreaker, meinst du, glaube ich. Genau, genau, ne, da gehört doch auch sowas. Könnte sein. Oh, was jetzt? Okay, einfach um die Action. Aber Stallone glaube ich das, dass der das kann. Wenn es einer kann, dann Stallone, ja. Er, Schwarzenegger, Chuck Norris. Das sind die einzigen drei, denen ich das zutraue. Den gibt's auch nicht mehr, ne? Den großen Action-Star. So, der letzte war dann Jason Staffan. Was ich voll schade finde. Ja, ich, also, wenn die Personen dann auch interessant sind, ähm, aber The Rock zum Beispiel, ich mein, der, der spielt immer gleich. Das ist dann irgendwann auch langweilig. Schwarzenegger war irgendwie auch nochmal neu dadurch, dass der halt nicht schauspieler kann. Ja, Schwarzenegger war, hatte einfach ein Händchen für Filme und für Rollen. Das auch, ne? Und für Regisseure auch, ne? Ja, er hatte dann ein Händchen für, er war jemand, also, Dialoge konnte er gar nicht. Schauspielern, hm, so was die Mimik und so angeht, wurde besser. Aber, äh, er, er konnte einfach, also, er konnte mit dem wenigen, was er hat, irgendwie immer punkten. Absolut. Das hatte er einfach drauf. Er war genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das hat der Mann einfach drauf gehabt. Und bei dem hab ich auch wirklich fast alles gemacht. Ich kann mich eigentlich an nichts erinnern, wo ich sag, das fand ich kacke. Kindergartenkorb, cool. Ähm, Kaune. Hab sicher auch mittelgute Filme und so, aber, also, der hat schon ne gute Filmografie mit vielen Hits. Da kann man kaum was gegen sagen, ja. Hier links ist ein Tentakel. Ich mochte auch das, wo er auf seinem, äh, versprochen ist, versprochen. Das mochte ich auch total gerne. Oh, ne, also, da hat's auch. Ne, den mochte ich. Den mochte ich. Ich ha, auch ich habe Grenzen. Dann Stallone und, äh, Schwarzenegger haben ja auch irgendwie so ein ganz weirden Battle immer, ne? Als er dann diese Comedy-Schiene gemacht hat, hat Stallone diesen Film gemacht, wo er mit seiner Mutter irgendwie auf Streife ist. Ich weiß nicht mehr, wie der Hahn ist. Ja, ja. Ich meinst Stallone, der hat das gemacht. Ja, Stallone, genau. Die hatten ja immer so ne ganz komischen Film-Battle. Stallone macht Rambo, er macht Commando. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wer gewonnen hat, aber ich würde sagen, Schwarzenegger hat gewonnen. Ah. Aber, also, ich, ich will beide eigentlich nicht missen. Ich will nur den Schienen. Ich will sagen, nur den Schienen. Ich find Stallone ist jemand, der doch mehr Facetten irgendwie bringt. Überzeugender. Ja, er macht noch mehr Filme, das stimmt schon. Ich muss jetzt mal hier, ähm, diesen King of Tulsa, oder wie diese Serie heißt, oder Tulsa King. Hat auch jetzt so ne Serie, wo er irgendwie so ein Kapo ist, der in Tulsa das Business aufziehen muss. Ja, ich mein, man muss ja auch sagen, äh, Schwarzenegger war in Copland ja auch ganz gut. Also, der kann ja auch was. Du meinst Stallone? Aber so gerade so die letzten... Du meinst Stallone? War in Copland? Er ist Stallone, ey, Schwarzenegger. Nein, ich mein ja, ich mein ja Stallone. War ja gerade von der Reden auf. Ja, in Copland war er nicht schlecht. Also, der kann, der ist ein besserer Schauspieler als Schwarzenegger, was auch immer das heißt. Das ist definitiv, ja. Und ich mein, man muss sagen, er hat, äh, Rocky, ne, nicht umsonst, ähm, auch einen Oscar bekommen und so. Also, es ist wirklich, ähm... Hey, Creed ist auch toll. Geile Geschichte. Creed ist auch richtig gut. Ja, ich mein gar nicht das Schauspieler unbedingt. Ich mein einfach auch diesen Film gemacht zu haben. Ähm, er ist, er ist jemand, der auch wirklich ein Händchen hat für, für Inszenierungen und so und für, für halt das Publikum irgendwie integrieren. Das kann er irgendwie gut. So Stallone fiebert man mit... Oder Cliffhanger. Das ist einfach ein geiler Film. Ich liebe Cliffhanger. Ich hab alles, was ich von Cliffhanger erinnere, kommt, ähm... Aus die, aus der Parodie, ähm, ähm, na, oh Mann. Jim Carys beste Rolle eigentlich, oder frühste Rolle, mit der er Mega den Durchbruch hatte, als dieser Tierdetektiv, äh, Ace Ventura. Ach, Ace Ventura. Und da gibt's noch diesen Schnipsel, wo er dieses, dieses, diesen Affen, dieses Kapuzideräffchen irgendwie retten will. Und es fällt dann runter und es ist so eine Kopie von Cliffhanger. Und wenn man immer ich an Cliffhanger denke, denke ich daran. Ey, Cliffhanger ist großartig. Großartiger Film. Ach ja. Projekt W. Wesker. Also Wesker ist auch nur ein Projekt. Das hätte er eigentlich wissen müssen. Ja, ja, Wesker ist ja so eine Serie. Ja, aber man muss sich doch mal vorstellen, der Typ war nicht nur bei Umbrella, ein Wissenschaftler. Sondern er war auch bei den Stars, einer der führenden Leute. War er ein Wissenschaftler? Ich dachte, er wäre nur, äh... Ja, man sieht ihn auf diesen Bildern. Also, und er kennt sich offensichtlich ein bisschen mit dem Virus und dem ganzen Kram aus. Bestimmt, ja, das stimmt. Der ist schon so ein bisschen Teil dieses Wissenschaftlerteams gewesen. Er hat Stars unterwandert, ja, ja. Also, er kann halt alles. Er kann alles, klar. Und spätestens da würde ich mich hinterfragen, ob ich nicht eventuell in der Kronen bin. Das ist halt seine, seine androgyne Art irgendwie so. Der ist halt so ein, so ein windiger, ich... Er ist ein Versicherungsvertreter. Snake Oil. Ja. Ja, das ist so sein Ding. Das ist die Sonnenbrille. Der hat sich wie beim Spicken in der Schule, hat er sich kleine, kleine Spickzettel in die Sonnenbrille gelegt. Dadurch weiß er immer alles. Ich hatte das damals in der Trinkflasche. Und das Wasser in der Trinkflasche hat auch wie eine Lupe. Dann funktioniert. Ist wirklich wahr. Ich komme, ich versuche zu kommen. Achso, du bist gar nicht in Gefahr. Du wirst nur, du wartest nur. Achso, nein, nein, nein. Ich warte nur hier oben. Ich bin nur ungewöhnlich. Ich wollte immer spicken. Ich hatte sogar so ein Buch mit ganz vielen Spicktrips. Aber ich, äh, Tipps. Und ich habe mich dann aber nie getraut. Also, das Schreiben war für mich schon so eine Art von Lernen. Ich habe den Spicker geschrieben und dadurch auch gelernt. Du hast gemerkt, oh Gott, jetzt brauche ich ihn gar nicht mehr. Die Arbeit. Naja, ich habe mich zumindest nicht mehr getraut. Also, dadurch habe ich ihn ja nicht benutzt. Also, es hat mir psychologisch einfach was gegeben. Ich glaube, ich hatte eher die Gefahr des Erwischwerdens, äh, irgendwie erregt. Illegale Sachen sind halt einfach sexy. Ja, das war's. So, und jetzt hier voll auf die Knospe schuten. Ich nehme mal die rechte Knospe. Da muss jetzt aber auch mal was kommen, die Knospe. Also, geil sieht's ja irgendwie schon aus. Aber auch völlig banal. So, mein ist leer. Boah, hier konntest du auch, glaube ich, richtig Muni grinden, weil die auch irgendwelche Parasiten oder sowas auf uns draufjagt. Guck hier, diese, diese Schleimdinger rennen hier rum, die droppen Loot. Ich bin so fokussiert gerade auf... Oh, ja, ich seh sie. Die sind ganz nice. Müsste ich nur noch die passende Waffe haben. Ja! Da kannst du auch richtig Kram-Crime. Drauf auf den Mega-Bürzel. Das nenne ich mal ein Ziel. Da kann man wenigstens ruhigen Gewissens draufballern. Macht man die was falsch. Achtung, jetzt sind ganz viele von diesen kleinen Tentakulis. Oh shit, ich brauche Energie. Hast du dich für mich ein bisschen zu viel? Oder willst du heilen mal? Ich meinte, irgendwo gab's doch noch so eine Waffe oder sowas. Glaube ich. Also, du hast auf jeden Fall genug dabei. Ja, ich geb dir... Ich mach währenddessen mit meiner... Mit meiner Magnum. Manche Dingern. Das ist ein Laser. Ah, ja. Ich glaub damit irgendwas machen, ne? Ja, das ist realistisch. Shit. Jetzt hab ich natürlich die eine Waffe, ich dabei nicht drauf will. Wenn die Knospe wieder offen ist, mit dem Laser drauf. Aber ich glaub, ich hab damals bei meinem Run das mit der Sniper alles gemacht. Das glaub ich unbesehen, nachdem ich meine ganzen Sniper-Actions schon erleben durfte. Boah, Mann, dieser Schlodder, ne? Obwohl man so eingenetzt ist. Oh, ich muss alles nachfragen. Oh, Mann, das ist so doof. Nehme mal den Laser dahinter. Ah, ich hab die LZG. Naja, ja. Wo musst du nehmen? Und dann, wenn sie jetzt jetzt halt drauf. Muss man noch irgendwo hinklettern? Oder kann man von... Nee, einfach draufschießt auf das mittlere. Auf diesen großen... Das große Ziel jetzt. Wow. Wow. Boah, jetzt legt das Ding wieder auf wie bei den Flammenwerfer. Oh. Okay, ich legel sie wieder hin. Ach, nee, man muss sie einfach nur behalten. Oh. Was? Oh, Mann. Ja, jetzt wieder alles von vorne. Ich bin aber auch dumm gerade irgendwie reingekommen. Das hat nicht ganz funktioniert. Ich muss mal gerade hier noch was ändern. Ähm, was brauchen wir denn? Ich brauche eine richtige normale Scheißwaffe, ja. Komm jetzt weg, drücken den Scheiß. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen sieben. hier schon mal ein Laser, na? Wir haben ja sehr gerne. Ich mach die Kleine weg. Ich mach die Arme nicht weg, weil er macht ja nicht den Angriff. Ja, aber der war ja noch nicht wirklich lange so... krass. Ja, der Openbahn, die sind vier Arme, ne? Und die haben wir zu spät wahrgenommen, dass man die auch erledigen muss. Hast du ein Laser? Ja, ich baller gleich. Okay. Na, das kommt die Arme, aber die waren ja nicht lange da. Naja, die waren schon länger da, als sie sein sollten. Ich mach jetzt auch mal eine fette Waffe und dann kriegen wir bis hin. Nee, das ist nicht die fette Waffe. Scheiße. Und mancher war das falsch gemacht. Du musst sie alleine machen. Keine Waffe. Ich hab, dass die Kleinen weg sind auf dem Boden. Sniper die weg. Mann, wie ärgerlich. Ich hab echt die falsche Sache. Du Scheißwaffen dabei. Kriegst du die Kleinen auf dem Boden weg? Ja. Zumindest die, die hier kommen, mach ich weg. Dafür ist die Waffe super. Dann den Laser gleich wiederholen, wenn die Knospeler zu sehen ist. Eine noch. Oh, Sniper-Munition. Ich komme. Achtung, kommen auch neue Wieselfiecher. Na, eigentlich. Ich bin's drauf. Ich sehe noch nichts, da ist es. Okay, jawoll. Anvisiert. Ich hab nicht geschossen. Oh nein, ey. Jetzt. Jetzt. Boah, ist hier viel Pistolen-Munition. Ja, bei Sniper-Munition wird richtig abgegeizt. Boah, no. Da macht er den Twister. Das ist eine mehr. Ja. Muss ich leider mit der Schrotflinde auf die Dinger ballern, aber naja. Oh. 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 Ja, jetzt hat er gleich wieder seine Frostbord. Na, Moment. Ich bin leider angesitscht. Okay, aber ich bin bereit für die geile Wache. Ich glaube, den ist ein Abbild. Hast du sie? Ach, du hast sie? Ja. Perfekt, das war's, ne? Oh. Ui, ui, ui. Das war wieder, ne? Also, gegen Ende zieht es mit den Bossen echt nochmal ganz schön ran. Jetzt geht's richtig weiter. Es ist reines Boss-Feuerwerk, was wir jetzt erleben. Okay, aber jetzt ist auch Ende, oder? Noch nicht, ne? Also, kommt jetzt überhaupt noch ein Boss? Ja. Also, ich meine, ein Boss kommt noch. Ja, aber... Jetzt könnte ich langsam mal ein bisschen Muni gebrauchen. Das ist echt, ähm... Ah, die wird jetzt nochmal richtig knapp, aber ich glaube, die ist jetzt gar nicht... Magnum Pistolen. Pistolen. Doch, ich bin ready. Rein ins Gemetzel. Ey, ich habe echt, echt ganz dumme Waffen nur noch und kaum Munition. Wir haben es eiskalt durchgezogen. Moment, ich muss kurz was machen. Ich muss kurz verkaufen und dann kaufe ich davon einfach Munition. Oder du kaufst ein Upgrade, dann hast du ja Munition. Ja, aber da ist ja nur einmal die Waffe voll. Aber du hast recht, das sollte ich vielleicht eh machen. Ist auch besser, ja. Mach ich auch. Nehmen wir den Jawbreaker. Oder Jailbreaker. Okay, und dich auch noch. Boah, der Wesker-Kampf wird jetzt nochmal richtig unangenehm, du. Also leider sind meine Sachen jetzt nicht aufgeladen worden, muss ich sagen. Wie meinst du das? Na, ich hab jetzt nicht... Also ich hab das so gemacht, wie du meinst, aber ich hab keine Munition bekommen. Du hast keine Munition geupgradet, du musst die Munitionskapazität upgraden. Hm, okay. Warte mal. Alter, ich muss jetzt aufhören, hier rumzusuchen, aber ich eier gerade rum. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Alles weg damit, alles weg, alles weg. Und das Ding auch weg. So, jetzt hab ich nur die dumme Pistole. Ich kann ja auch ne Waffe mitnehmen. Magnum, Brand... Ich hab quasi nur sieben Magnum oder fünf Brandgranaten. Und ich kann mich nicht so richtig entscheiden. Äh, ich könnte... Ich könnte dir Dinge noch mitnehmen. Hier, ähm, Maschinengewehr. Kann ich ja noch mitnehmen. So. Das ist jetzt zu spät. Leider zu spät. Was? Nein, du kannst doch die Granaten da raus. Nimm Maschinengewehr mit. Nimm die AK mit. Nimm die AK mit. Ich baller doch immer mit der AK. Die ist doch langweilig. Auf Dauer ist die doch so langweilig. Aber du hast sonst nichts, Simon. I know! So, du willst mir was geben? Genau, ich gebe Platz. Okay. Warte. So, jetzt hast du richtig dick AK-Munition. Das ist... Warum hast du überhaupt so viel, äh, MG-Munition, frage ich dich. Pff, keine Ahnung. Die hat sich halt angestaut. Jetzt hast du aber keine MG dabei. Kombiniere doch noch die, die, äh, Heiler. Jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich's. Ähm. Die musst du jetzt kombinieren? So viele Waffen, die ich gerne mal benutzen würde. So. Jetzt mach noch die Heilung. Kombiniere die noch. Rot und cool. Ich kann die auch hier schon kombinieren, ja? Du hast ja recht. Man, easy. Noch viel leichter. Dann kann ich das andere Red auch noch mitnehmen. Ich bring dir noch Resident Evil bei. Es macht mich ein bisschen traurig, dass du sowas immer sagst. Ich habe schon Resident Evil-Lösungsbücher abgeschrieben. Von amerikanischen Lösungsbüchern. Da wusstest du noch nicht mal, dass es das gibt. Vielleicht, ja, aber das schützt ja nicht davor. Hat nicht geholfen, offensichtlich. Ja, das schützt ja nicht. So. Alter, wir haben schon 10 Uhr. Ich dachte nicht, dass wir so lange an dem Ding sitzen. Ja doch, 10 Uhr habe ich meiner Freundin gesagt. So, rechne mal mit 10, aber anscheinend wird's eher 11. Aber da passt es ja ziemlich gut. Nö, Buch 10 schaffen wir. Eine Minute, dann ist 10. Oh. Nee. Ich habe auf eine andere Uhr gerade geguckt. Ja, aber eine Minute haue ich ja das jetzt weg. Mal wieder. Ich habe auf eine Minute, dann wird's ja noch ein paar Mal wieder geholfen. Jill, bist du okay? Ich bin okay. Keine Angst, nicht mehr über mich. Just listen carefully, da ist etwas, was ich muss euch erzählen. Wester, superhuman strength. Es kommt aus einem Virus. Aber das Virus ist nicht stabil. In order to maintain a balance, er muss sich regelmäßig injektieren, mit einem Serum. Also, wenn wir die Supply von Serum, er verlieren die Kraft. Affirmative. Aber er hat nur eine Dose, also wird es ein Zeitpunkt bevor er braucht noch eine andere. Damn. Listen, Axela hat gesagt, dass die Amount administered muss, dass sie precise sein müssen. Also, wenn er zu viel injektiert, es sollte aussehen wie ein Poison. Ich glaube, sie benutzt die Serum abel PG-67AW. PG-67AW? Ich versuche, zu finden ein Weg zu gehen. Du musst das Serum finden. Axela hat immer mit ihr. Ich finde, Jill sieht so ein bisschen aus, wie so eine Boris-Becker-Tochter. Oder? Ich, 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 ich will dazu nichts sagen. Was ist das Beleidigende? Ja, wobei, sie sieht ja, Jill ist ja eine hübsche Person, so ist es ja nicht. Aber ich finde, Jill passen die blonden Haare nicht. Da bleibe ich bei. Oh, wir müssen jetzt da durchjoggen. Wir dürfen uns gar nicht so lange mit den Gegnern beschäftigen, so die nötigsten wegrotzen. Aber das ist immer so, oder? Bei Resident ist das so ein Klapp. Immer so dieses, jetzt nochmal alles irgendwie dir entgegenschmeißen und noch einen Counter, damit es ein bisschen stressig ist. Das war ja auch bei Village, ne? Am Ende, wo er da irgendwie durchs Dorf rennt und nochmal very best of... Genau. Village... Ich weiß gar nicht, wie es bei 7 ist. Da gibt es sowas nicht. Aber ansonsten gehört das in jeden... Resident Evil 2 hat das natürlich 3, glaube ich, auch. Wobei, bei 3, glaube ich nicht. 3 hat nur diese riesige... Diese riesige... ...waffe am Ende, ne? Genau, ne? Und das war es dann schon. Oh, jetzt wird es richtig böse, die beiden. Ja, da fragt auch der Chat, wieso endet Resi eigentlich immer mit einem einstürzenden Bereich und Alarmsirenen? Ja, warum endet Halo immer mit der Flucht, mit dem Warhawk über den Planeten? Man will halt nochmal am Ende zeigen, was man braucht hat. Also die Entwickler, meine ich. Ich habe nichts drauf. Na ja, das überstehen sie auch schon mal in der Leistung. Ja, nehmen wir mit. Gierig bis zum Schluss, ne? Also immer schön die Tasche voll machen. Mit dem Blutgold. Was ist das denn hier? Ach, ein vergammeltes Ei hatte der dabei. Ja, ne? Da dachte ich auch, der hat ein Ei fallen gelassen. Menschen-Ei. Und wir essen's. Verrückt. Warte, warte, lass uns kurz mal heilen. Bleib mal kurz stehen, dann mach ich das. Das ist ein tolles Feature. Das finde ich, das feier ich, wirklich. Ist das ein richtiger Co-op-Shooter? Das Spiel ist richtig Co-Optimus. Co-Optimus. Okay, weiter geht's, ne? Boah, hier sind ja noch mal so viele mit Knarren. Das ist doch Wahnsinn. Weißt du, was für ein Spiel auch total unterbewertet ist aus der Zeit? Dante's Inferno Oh, da hab ich Das haben wir damals auch getestet für Game 1 Ich kann mich erinnern Das war gar nicht so schlecht Das hat ein geiles Design Und ich würde das so gerne nochmal für YouTube auch machen Aber es ist halt voll mit Brüsten Da gibt es ja zum Beispiel Cleopatra als Gegner aus deren ihren Monsternippel schreiende Killerbabys rausfallen und die ist gigantisch mit riesigen Brüsten vor dir in 10 Minuten Ich weiß, es klingt heiß, aber Also es ist ja wirklich auf den Originalvorlagen sind die Monster erschaffen worden Das ist ja schon ganz cool eigentlich Es hat auch eine geile Animationsserie Animationsfilm Animationsfilm war keine Serie Aber sehr cool Warte, die kommen noch Gegner Ja, ja, ich hab gemerkt Das ist noch nicht die Zeit für den Hebel Noch keine Hebelzeit Das war schon alles sehr cool Aber das kann ich halt nicht für YouTube bringen, ne? Weil die drehen da komplett durch Ja, klar, geht nicht Geht nicht Was ich so Aber ist auch harter Stoff Diese ganze Dante's Inferno Welt und so Das ist schon alles ganz schön Macht einen ganz schön fertig Äh, okay So, jetzt noch mal Schmuck Eine Gebetskette Jetzt können wir die Hebel, glaube ich Ja Ist das ein Sniper-Munny? Nee Dann Ah, da ist ja eine Treppe Okay, dann gehen wir da hoch Äh, runter Boah, dahinter kommt Äh, was richtig Asoziales Boah, geil Sniper-Munny Wir haben auch so einen Mega-Hunger Ich bin froh, wenn wir durchsinnig essen können Kannst du nicht beschädigen solange der Dampf ist Die könnte ich auch One Äh, Hit Killen, glaube ich Ja, vorne Bist aufs Geschmür Bist an der Geschmür Er ist weg Ja, jetzt nur noch Auf das Ding Genau Wechseln Puh Da wird noch mal Richtig Naja, die fahren jetzt noch mal alles hoch Was sie haben Ah ne, haben wir ja schon Okay Äh, wo geht's denn jetzt lang? Äh, warten, glaube ich Oder? Vielleicht Ne, ne, da kam doch eigentlich nochmal so Ein paar üble Typen Oder müssen wir Ja, jetzt Ah, kommen sie Die Bros Oh nein Einer ist in Rot Boah, die hauen halt richtig den Schaden raus Mh Likes Kommen auch noch andere Minions Ich darf sie halt nie zum Schuss kommen lassen Der eine will dich Der eine gut Den anderen hab ich schon Ja, ich versuch schon Hier nur noch in die Ecke zu gehen Damit ich in Ruhe mal heilen kann Ohne direkt wieder gekillt zu werden Die geben ja wieder Schlüsselkarten Ah Das ist quasi der Vorarbeiter Achtung, einer steht jetzt oben Na, ich schieße ins Auge Mit der MG, meine ich Mit dem, äh Mit der Gatling Dürfte eigentlich auch nicht mehr So viel haben Lass mich heilen Äh, ja Moment Ich Kurz das Gold einsammeln Oh, oh Jetzt bin ich dann geteilt Ähm Ja, ja Ich komm ja Ich komm ja Wo bist du denn? Also wo genau? Ich hab mich geheilt Aber Ja, da bin ich doch Siehste Ich wäre gekommen Hier ist Maschinengewehr Munition Ah Achtung, Achtung, Achtung Also eine Salve macht böse Schaden So, er ist tot Hast du Ein bisschen Das ging ja gut Hast du schön gemacht Dankeschön Hab mir auch Mühe gegeben Ah, der hat ja Granaten Oh, in den Händen Schmeißt Granaten Achtung Der hat einen Viehtreiber Hier ist nochmal Maschinengewehr Ah, toll Das fühlt sich gleich Richtig gut an Das Ding hab ich auch auf Alle Gamerscore Das glaube ich gespielt Oh, du ja Gamerscore Ja Dieser Bomber Deine Pläne sind fertig, Wesker Es gibt keinen Weg this time Don't you two ever tire of failing in your mission You've really become quite an inconvenience for me So, jetzt kommt glaube ich erstmal ein Quicktime-Fight Oder? Ne, der kommt erst glaube ich in Bomber dran Die Säge Die Säge Die Säge Die Säge Die Säge Ich bin nicht die Welt verletzten. Ich bin es zu retten. Der Mann hat es verloren. Das ist unsere einzige Chance. Mach es. Das wird jetzt nochmal richtig knackig. Knackig. Oh mein Gott. Sollen wir überhaupt auf den Ballern? Ich meine, das bringt doch gar nichts, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie das war. Irgendwie mit der Rakete muss man den... Natürlich. Du voll Idiot. Du voll Idiot. Und jetzt, was ich... Ich kann nicht akzeptieren, dass er mich nicht treffen kann, denn ich kann ausweichen. Und er kann nur einen Kick. Ja, jetzt könntest du ihn quasi loslassen. Okay. Der Wesker. Wir stehen original 2 Meter von ihm entfernt. Ja, der hat ganz miese Augen, der Duot. Oh nein. Alter, ich bin fast tot. Was, was zum Heilen? Ich habe tatsächlich nichts zum Heilen. Das ist ja voll dämlich. Wir haben uns nicht gut vorbereitet. Hey, ich habe ihn mal getroffen. In den Arsch. Ach, hier ist ein Raketenwerfer drin. So, jetzt erinnere ich mich wieder. Und dann fängt er die Rakete. Der Hebel ist kaputt. Und dann musst du quasi die Rakete in seiner Hand wegschuten. Das kriege ich hin. Oh, er hat mich einmal erwischt. So. Guck, und jetzt musst du drauf schießen. Genau. In your face. Das halten die Klamotten niemals aus. Und jetzt? Ah, festhalten. Ich halte ihn. Inject him. Oh. Oh, der ist ausgewichen. Leckt mich. Wollen wir jetzt noch eine Rakete? Ah, ja. Ich... Alter, Albert. Du bist wirklich eine ganz schöne Flunte, ey. Wie du es nicht hinkriegst, mich zu treten. Ich bin ein kleines Mädchen, was in Tippelschritten um dich rumläuft. Und du kriegst es nicht gewacken. Und dann einen auf schnell machen. Ja, was denn? Der war ich vor einer Minute. Du lächerlicher... ...kleiner... ...möchtegärten Mandelmann. Ich habe keine Rakete mehr. Wie ist denn... Oh, ich habe nur eine Rakete. Ich habe ihn angeschossen. War mal angeschossen. Warte mal hier. War doch irgendwo der Leiter. Man kann doch nach oben. Hältst du unten durch? Wenn er trifft... Ja, wenn er zwei Treffer, bist du tot. Zwei Treffer und du bist tot. Ah, ich finde alles nur nicht... Raketen. Und die Leiter hoch. Das Problem ist... Ah, ich habe eine Rakete. Also ich sehe die ganze Zeit, wie du Geld einsammelst. Ja, zwischen den Raketen liegt auch Geldraum. Wie man dich im Hintergrund immer rumflitzen sieht. Und der suche nach irgendwas Sinnvollem. Äh, warte mal. Hä? So. So rum. Rum. Ja, sehr gut. Und jetzt draufschießen. Genau. Und dann impfen. Gib ihm a shot! Es gibt's nicht. Dauert noch einmal. Okay. Geh mal Raketen suchen. Einfach noch mal Raketen suchen. Was haben wir denn hier? Noch ein Flutlicht, das man deaktivieren kann. Ach, das sind ja super viele Raketen. Wenn du da oben rumläufst. Also jetzt musst du mal langsam was machen. Ja, ich hole die ganze Zeit Raketen. Ich streng mich an. Gesehen habe ich bisher zwei. Ja, weißt du, die sind selten. Ja, kommt sie. What? Ah. War was? Nee, ich muss den irgendwie frontal treffen. Ich dachte, der reagiert auch so, dass es so in seiner Range ist. Ah, das war der Fehler. Man darf nicht mitkämpfen. Das ist der Fehler. Man darf, ich sterbe jetzt. Das liegt aber daran. Jetzt weiß ich. Warte, ich kann mich aber noch retten. Ich muss nur ausweichen. Ja, ich sehe ja gar nichts. Jetzt hat er dich geprügelt. Aber jetzt weißt du ja zum Glück, wo die Raketen sind. Ja, wie er doch da hinten sein Ballett des Schreckens macht, ne? Er hat einfach auf dich weiter eingeprügelt. So, und nimm Heilung mit. Gib mir die Sniper-Munition. Und nimm alles an Heilung mit, was du hast. Den ganzen süßen Sachen. Ja, äh, geben. So. Oh, ich habe nur eine einzige Sache noch. Haha, nur ein rotes. Dann hol dir doch ein Heilung-Spray im Shop. Ach ja, stimmt. Gibt's ja im Shop. Okay. Äh, wie? Moment. Kurz gucken. Kaufen. Jawohl. So, ich habe jetzt richtig dick Heilung. Vielleicht auch eine Schutzweste, ne? Könnte man eigentlich auch mal kaufen. Naja. Nee. So, I'm ready. Gucken wir mal. Jetzt hast du keine Heilung mitgenommen. Hä? Hä? Ich habe... Oh, Mann. Ich habe es gekauft, nur nicht eingeladen. Ey. Komm, lass einfach probieren. Hol einfach die Raketen, das ist doch alles easy. Lichter ausmachen, an den Hebel ziehen. Immer, wenn welche süßen. Aber ich mache es. Ich mache die Lichter aus. Ich hätte es total auf Verzweifeln. Ich meine, wenn ich nicht gekämpft hätte, hätte ich noch stundenlang um den rumlaufen können. Ich sehe schon wieder, wie du Geld einsammelst. Ja, das fällt... Ich weiß ja nicht, wo die Raketen sind. Weißt du, ab und zu ist halt einfach Knete drin. Wenn es aus Gold ist, ist es keine Rakete. Das Geld fällt mir quasi in die Tasche und dann nehme ich es natürlich mit. Du weißt ja, wenn ich das liegen lassen würde, der Chat würde schon jetzt wieder durchdrehen. Der Chat dreht ich schon durch wegen meiner verplanten Heilung. Die Verpeilung, sozusagen. Komm jetzt. Ich habe eine Rakete. Jetzt möchte ich nur da hinten eine Raketenwerfer holen. Zieh dir mal wieder so unten in die dunkle Hecke. Ich weiß nicht, wo hier noch eine dunkle Hecke ist. Also einfach überall, wo es dunkel ist. Also hier, zum Beispiel. Fängt der die jetzt oder schieße ich jetzt wieder daneben? Ne, jetzt kannst du drauf schießen. Sehr gut. Ach ja. Stimmt, wir müssen jetzt noch was machen. Ich habe ihn festgehalten. Ja, aber er schlägt uns runter. Aber du musst es versuchen. Das geht doch nicht. Es muss wieder eine Rakete drauf. Ja, aber ich glaube, triggern müssen wir es trotzdem. What? Egal, ich bin umgeschrubbt. Was ist das hier oder was? Was hier? Wir beide wollten zusammen Action machen. Du kannst sie nicht gleich spritzen. Du musst ein bisschen Zeit vergehen lassen. Lass da. Da hat er mich, da hat er mich bekommen. Hat er mich ausgetrickst. Nicht sterben, Mr. Mon. Ja, und dann machen wir es halt noch mal und noch mal und ewig. Und hören nie wieder auf. Tausend Jahre lang Resident Evil 5. Das wäre dein Traum, ne? Auf ewig Resident Evil 5. Bis einer kotzt. Ich bin kurz davor. Resident Evil 5, bis einer nicht mehr kann. Bis die Suppe rauskommt. Hey, wie dumm du aussiehst, Vesca, mit deinen dämlichen drei Moves. Der schnelle Dash, der dumme Kick. Und was haben wir noch? Ja, ein bisschen ballern. An mir vorbei ballern. Du bist ein ganz großer. Sei mal froh, dass du das Ambrella nicht siehst. Und? Er schießt ruf. Endlich. Aber ich muss dann noch ein paar Mal... Das reicht doch nicht. Ich kann gleich die nächste Rakete suchen gehen. Aber man muss, glaube ich, trotzdem mal probieren. Du musst, glaube ich, dieses Festhalten-Ding machen. Ja, kannst ja ein bisschen mit ihm knuddeln. Bisschen kadeln. Einen alten Knutsch, Vesca. Scheint aber auch irgendwie nicht... Scheint nichts zu bewirken. Ja, ne, der braucht so zwei, drei. Und dann ist er geschwächt. Dann kann ich ihm das Zäpfchen reindudeln. Also der Chat würde sich freuen. Resident Evil, vor allem? Der Chat meint, wir sollen uns trinken, schlafen, essen abgewöhnen, endlich. Ja, so ein 24 Stunden Resident Evil Stream. Oder eine Woche. Eine Woche Resident Evil. Wir sollen uns Matratzen aufstellen. So, wo ist er denn? Ich habe eine Rakete in der Hose. Ja, er ist hier bei mir direkt an der Wand. Ist vielleicht ganz gut jetzt. Ah, Moment. Moment, Moment. Ah, sehr gut. Und jetzt schießt drauf. Mal pack ihn. So, Alpaka. So, jetzt do it now. Give him a shot. Shot him. Injetieren. Jawoll. Zu viel des Rücken. Hat es funktioniert? Ich glaube so. Aber die Friese sitzt, ne? Keine Strähne, verrückt. Richtige Betonfrisur. Und er hasst Chris. Das ist richtig persönlich zwischen den beiden. Ich glaube, das ist so eine Art Arm-Neid, den Vesca da hat. Ja. Ja. Er versucht das mit den langen Mänteln auch alles zu verdenken. Chris würde sowas gar nicht passen. Ah, nee. Der würde ihn zerreißen bei jeder Bewegung. Guck mal, wie Chris unmenschlich schnell ist, dank den Chiruinen. Und Sheva kommt halt nicht hinterher. Nee, die ist zu klein. Und zu weiblich. Sie muss ihre Weiblichkeit aufgeben. Sie muss mehr The Last of Us 2 werden. Aber man sieht immer so groß. Ja, ja, muss man. Muss. Nicht ohne Slip. So, jetzt kommt nochmal ein richtig riesiges Quick-Time-Event. Dann kommt, äh, Boulder Dash. Ach. Alter, wir haben schon halb elf. Ich glaube es nicht. Tja, Chris trainiert halt dreimal die Woche Arme. Und Schülter. Und Schülter. Jetzt heißt es Quick-Time. Ja, da hat er dich erwischt. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade eben... Mann, ich muss gerade einen Termin für morgen klären. Ja, ja, ja. Ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Okay, jetzt. Ich bin gleich der Moment. Die Terminplanung geht jetzt gar nicht. Es ist nicht so einfach. Es ist... Die Leute interessieren sich leider nur sehr wenig dafür, dass ich gerade Resident Evil spiele. Oh, überspringen. Aruboras. Alter. Du wirst dich gleich über die ganze Atmosphäre verteilen. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ausweichen. Mann, niemand sollte Nahkampf mit ihm versuchen. Das ist falsch. Nee, nee. Aber er macht doch so richtig Gun-Fu, ne? Ey, dieses Ausweichen geht mir so auf die Nüsse. Wie funktioniert es denn? Was ist denn dahinter die Logik? Es ist einfach so schnell, dass ein bloßes Auge es nicht wahrnehmen kann. Das ist die Logik. Moment, er ist Spider-Man? Du hast die Spinne? Was ist denn mit dem los, sagt man? Okay, los, reißen! Komm schon, Shepha. Ach, da war noch ein bisschen Rest. Das ist der Spritzer-Revier. Du bist nur noch einer von Umbrellas-Left-Overs. Du wirst wissen, was wir haben. Okay, ich gehe für die Überreideleute. Begebe mich. Begebe mich. Du wirst das verdient für das. Häng auf! Ich schotter noch mal genau aufs Füßchen drauf. Nee, nicht loslassen. Jetzt hat er so ein Jill-Flashback. Guck dir diesen Ober-Mod, diesen Oberarm an, ein letztes Mal im Slow-Mo. Alter, mit den Armen, die sind aus Stahl. Woher kommt der Vulkan? Plötzlich, ja, offene Vulkan. Okay, die Kamera ist schon sehr, ne? Naja. Ich hätte ein anderes Kostüm auswählen sollen. Der YouTube-Mitarbeiter, der ist kontrolliert, freut sich wenigstens. Für den guten Ran-Shit. Oh, jetzt sind wir endlich hier. Gott, hat das lang gedauert. Endlich Mordor. Jetzt nur noch den Ring versenken. Wesker ist der Ring. Der würde eh wieder aussteigen. Aus dem Ding. Den kannst du nicht, kriegst du nicht kaputt. Nee, Wesker kriegst du nicht kaputt. Den kriegst du nicht kaputt. Der Wesker, Wesker ist für immer. Der kann so schön hasserfült Chris sagen, ne? Over, Wesker. Over. I'm just getting started. Oh. 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 So, wir müssen, glaub ich, jetzt irgendwie weg über die Brücke, ich weiß nicht wie es war. Cutie? Nee, nee, jetzt land ich unten. Aber Hauptsache der Rock zeigt genug von ihrem Schritt. Da haben sie ja einfach mal mit beiden Arbeiten. Du musst wieder oben mit einer Hand in der Hose tippen. Du musst oben wieder rüber. Ich halte die ein bisschen hin. Jetzt kommen die Obs... Jetzt kommen die Obscure-2-Vibes. Aber wir haben es trotzdem gemocht. Ja, aber nicht den End-Boss. Ich bin da so zäh, ich hätte keine Frau und Kind so 20 Stunden da ranhocken. Okay, ich sehe euch, aber ich kann natürlich nicht helfen. Ich baller mal ein bisschen mit Frau, gleich kommt. Trink doch was. Er kommt dir hinterher. Er kommt leider nicht hinterher. Lass, lass, lass. Verschwende keine Muniz. Diesmal hängt er auch nicht. Er ist so nah an dir. Oh nee, er ist dumm. Er ist wieder oben lang gelaufen. Das schaffe ich. Wir müssen dann beide hoch. Oh, jetzt kommt der runter. Oben müssen wir... Ich schaffe das noch. Oben müssen wir da... Er ist sowas von nah bei dir. What? Ich habe im Original gerade jetzt einfach ganz oft auf sein Ding geschossen. Aber ich glaube, du hast auch was getriggert. Jetzt kommt er nämlich zu mir. Das hatten wir noch nie. Jetzt muss ich aber nochmal die Feldschwein bringen. Jetzt muss ich schnell diesen Stein dahin bringen. Ich bin dran. Ja, so ist es normalerweise. Das ist normalerweise der richtige Weg. Dann springt er in die Mitte. Und dann müssen wir in der Mitte seinen komischen, hässlichen Moves irgendwie ausweichen. Da vorne liegt noch ein Kraut, wenn du das mitfalls den Platz haben solltest. Äh, nee, leider nicht. Da kann ich leider auch nicht mitnehmen. Dann müssen jetzt beide in die Mitte... Soll ich die Minen hebe ich mir lieber auf. Ja, ja, hebe die mal auf. Jetzt beide gleich hopp zur Mitte hoch. Und dann müsste der eigentlich da kommen. Und dann müssen wir dodgen. Ja, wer hat die alle? Er hat viele Comics gelesen, der Wesker. Ach, die Dialog ist schon gut. Ey, das ist schon gut geschrieben, Simon. Das hat schon Hand und Fuß, was wir hier kommen. Ja, ja. Und Arm und, äh, Schlange. Hand, Arm, Fuß, Schlange. Das sind die Zutaten, die man braucht. Ich mein, man muss sagen, die Zutaten passen, ne? Also sie haben... Die haben es jetzt echt geschafft, dass Wesker wieder mal so aussieht wie am Ende der Tyrant. Mit einem großen, äh, Arm und so. Also sie... Sie halten sich schon an das, was der Volk verspricht. Guck hier, zack. Passt auf. Ja, jetzt, weil er es mal aufhatte. Ich lass mal hier so den, den Wurstwirbeln. Rackwirbeln. Rackwirbeln. Die Japaner lieben das einfach. Und hier, zack, nochmal voll drauf. Nochmal. Nochmal. Wir hatten irgendwie so am Anfang... Normalerweise springt der auch hoch. Keine Ahnung, warum er es nicht gemacht hat. Ja, ich sehe gerade, das war irgendein... Kleiner Buck. So ein Simon Buck. Jaja, jetzt bin ich daran auch noch schuld. Aber es stimmt wahrscheinlich. Du ziehst ja magisch an. Darauf können wir uns einigen, oder? Darauf können wir uns einigen. Ich muss jetzt gerade kurz überlegen, wenn du jetzt von hinten... Wo bist du denn? Bist du hinter ihm vor ihm? Achtung! Weil... Wenn er nämlich diesen... Ja, jetzt... Mach den hinten das Ei frei. Ah, jetzt... Ach, ich will ja wieder hier. Jetzt, genau. So ist es. Der eine lenkt nach und der andere... Schießt auf das Ei. Achtung, wir machen irgendwas. Ich habe das A gedrückt. Mach es. Ja, sehr gut. Achtung, wir machen noch diesen Wirbel. Scheiße. Wollen wir ein bisschen heilen? Komm, mach mal heilen. Ich brauche Energie, sonst riecht euch vor. Danke. Mann! Oh, oh, oh. Warum meinte ich nur, weil ich geheilt bin? Ja. Nächste Phase, glaube ich. Boah, was hasse ich den. Alles drauf, alles drauf. Oh mein Gott, ich klebe da so an der Kante. Das war eben gerade tricky. Ja, und danach spielen wir im Kurven-Modus-Earth-Defense-Force-Rück. Da war... Generationsprojekt. Bitte nicht. Und immer dieses Lachen, selbst wenn sie eigentlich schon voll im Arsch sind. Warum? Konzentriere dich doch einmal. Das Problem ist mir gerade ganz schön hart. Die Muni aus. Wie oft macht der denn die Schaffer? Ja, die Schaffer. Ich glaube, wir schaffen das. Erst mal vorne, mal hinten. Mal gucken, welcher gerade frei wird. Ja, jetzt ist vorne frei. Jetzt mach mal einen Sack zu, Wesker. Jetzt muss er langsam wirklich mal reichen. Aber er hat Freude, ne? Also er ist schon echt so ein... Er ist ein Lacher. Ja, er freut sich sehr. Er ist kein Kind der Traurigkeit, dieser Wesker. Nee. Er macht wieder seinen Wirbel, Achtung. Er kann all das. Warum kämpft er überhaupt gegen uns? Geh doch einfach, weiß ich nicht, ich werde Football-Spieler, Basketball-Spieler, Pilot, Raumfahrer. Du kannst wirklich alles erreichen. Ja, das war der Todesschuss mit der Sniper. Oh, it takes two wird hier gerade vorgeschlagen. Das habe ich noch nie gespielt. Echt? Ich habe das noch nie gespielt. Boah, geil. Ich weiß, kann mal ganz cool sein, ja. Okay, das müssen wir machen. Was? Da kann man sich auch nicht schön gegensätzlich die Pfanne hauen. Da kann man sich auch nicht schön gegensätzlich die Pfanne hauen. Sieht schwer auseinander! Ah, ist eine schwere Geburt. Ach, da kommt glaube ich noch was, ne? Der legt nochmal nach, der hat keinen Bock. Würden denn nicht die Füße dir wegschmelzen, die Gummisohle, wenn du auf einem heißen Stein stehst? Allein schon die Hitze... ...bratzelt dir alles gut weg. Also, wenn du so mittig darüber bist auf jeden Fall. Wenn du am Rand bist vielleicht nicht. Guck mal, wenn du dein Gesicht über ein Lagerfeuer hältst. Weißt du, wie sich das anfühlt, ne? Jetzt stell dir mal vor, du stehst in einem Vulkan. Mann, stirb doch bitte endlich. Niemand mag dich. Wesker ist dieser Typ, der auf eine Pate kommt, zu der er nicht eingeladen ist. Ja. Und anfängt in die Bowle zu pinkeln. Ich weiß nicht, irgendwie... Ich geh jetzt in die Küche und dann pissig auf den Fisch. Irgendwie die Raketenwerfer, die hören nie auf, die hängen an jeder Ecke. Überall, inflationär, jeder hat noch einen in der Treppe. So, rein! Du hast nicht geschossen! Leck mich am Arsch! Du hast nicht geschossen! Ich... Alles nochmal von vorne! Kein... Ich hab kein... Ich hab kein... Nichts gesehen! Kein Button! Nichts! Hab ich... Musst du alles nochmal von vorne spielen? Nein, müssen wir nicht, weil die Munition ist weg. Das heißt, wir hören irgendwo da auf. Das wär so witzig! Das wär so witzig! So, wer muss drücken? Mal gucken! Beide! Okay, ich muss dir drücken! Du wirst beide drücken! Also, ob das jetzt noch was hilft! Der steckt in dem Vulkan! Hat alles abbekommen, was nur geht! Ja, dem geht's gut! Ja, aber... Warum... Warum hat das jetzt geholfen? Der wird morgen auf jeden Fall gut schlafen! Ei, ei, ei! Also, das Spiel wär echt besser, wenn's drei Stunden vorher aufhören würde! Ne, das liegt nur daran, weil wir das jetzt halt so hardcore durchspielen, ne? Ich glaub, das verwässert auch viel! Es ist vorbei! Ja... Endlich! Du hast gar nix gemacht! Der ist geflogen? Ja! Ich sag ja, gar nix! Eine Welt, in der Jill wieder braune Haare hat! In der meine Oberarme kleiner sind als mein Schädel! In dieser Welt möchte ich leben! Ich weiß nicht, ich find's schon irgendwie cool, dass der Bizeps einfach größer ist als der Kopfumfang! Ich glaub, das hat seinen Reiz! Das hat irgendwie was! Ja, ich fänd's nicht so schlimm, wenn der nicht vorher ganz anders ausgesehen hätte! Ich find, Henry Cavill könnte den Chris Redfield spielen! Ja! Aber der Neue sieht einfach aus wie Dominic Peercer! Kenn ich nicht! Der hat bei Prison Break, äh, Lincoln Burroughs gespielt! Den älteren Bruder! Der hat bei Blade Trinity den Schurken gespielt! Den Obervampir! Der hat, ähm, bei Uwe Boll Filmen mitgemacht! Immer noch nicht? Ich bin damit beschäftigt, die Musik mitzusingen! Weißt du, was ich irgendwie schade finde? Dass es keine Daumengeste gab, so Terminator-referenzmäßig! Dass Wesker nicht irgendwie noch wenigstens die Hand nochmal so die Finger nach oben gereckt! So, äh... Glaubst du wirklich, das wär gut? Oder das wär auch nicht Weskers, ähm, Style, so? Nochmal, nochmal so appreciaten, dass du... Okay, dann wär's cool gewesen, wenn Chris ihm die Sonnenbrille in die Lava geschmissen hätte! Das wär cool, ne? Das wär cool, ne? Das hätt ich gefeiert! Das hätt ich gefeiert, die noch so ihm nach so werfen und sie landet noch so auf dem geschmolzenen Haupt! Das hätt ich gut gefeiert, ja! Ja, diese unzerstörerbare Sonnenbrille von Wesker! Sprichst du eigentlich über Udo Kier, oder was? Fragt Drunken in meinem Chat! Meinst du Udo Kier? Nein, ne? Nein, Dominic Peercer! Wie gesagt, kenn ich nicht! Dominic Peercer! Der hat, äh, in Play Trinity mitgemacht und war Lincoln S. Burroughs in Prison Pricke! Hm! Den kennt man schon doch, wenn man den sieht! Der sieht halt aus wie Chris Redfield in Village! 1 zu 1! Das ist ein guter Creditsong, der gefällt mir eigentlich ganz gut! Der ist mal was anderes, ne? Ja! Und trotzdem hat er so eine gewisse emotionale Lage, die einen schon irgendwie an das Spiel erinnert, so auch! Die ganzen armen Schweine, die man erschossen hat, die eigentlich nichts damit zu tun haben! Und alles nur für die Machtgeilheit eines belederten Mannes! Ja, die Ledermänner! Die Ledermänner, ich sag's euch! Trauen niemandem, der mehr als 60% Leder trägt! Man darf auch nur obenrum Leder tragen, das ist so eine Regel! Untenrum Leder ist immer böse! Je weiter nach unten... Böse und bayerisch! Guckt's euch an, Indiana Jones hat nur einen Lederhut! Ja! Niemals Leder unter der Gürtellinie! Der Gürtel ist dieses letzte Trennwerkzeug des Leders! Da hört's auf! Ab der Hose ist es verkehrt! Die Schuhe gehen dann wieder! Da ist wieder in Ordnung! Das ist eine gute Frage, die du mir vielleicht beantworten kannst aus dem Chat! Wo sind meine 10 Euro? Fragt, ist Schäber einheitlich in der Resident Evil Lore aufgetaucht? Also ist die nochmal relevant geworden? Äh, ne! Die ist weg! Ich kann mich nämlich auch nicht dran erinnern! Ne, ich kann mich an nichts erinnern! Die ist weg! Die hat ihre Heimat gerettet, die ist mit dem Piloten zusammengekommen und ihr Bruder ist tot, aber sie ist drüber hinweggekommen und lebt jetzt ein ruhiges, friedliches Leben in Afrika! Ja, also wenn ich mir so angucke, was die anderen machen müssen, hat sie die richtige Entscheidung drauf! Sie ist abgesprungen im richtigen Moment, sie hat den Raab-Move gemacht, ja! Ja, genau! Ja, man muss wissen, wann man halt, ne, in den Ruhestand geht! Ganz beendet! Auf jeden Fall! Man muss das gut timen! Du kannst, bis, bis du in der Rente bist, kannst du noch alles falsch machen! Ganz kurz vorher kannst du noch alles mit dem Arsch wieder einreißen! Da muss man echt vorsichtig sein! Hier! Cass! Roger Craig Smith! DC Douglas! Das ist doch kein echter Name! DC Douglas! Wesker, Synchronsprechers! DC Douglas! Das sind alles, das sind alles Entwickler mit ihren alten Egos! Du denkst also wirklich, das waren Entwickler, die Wesker vertoren? Nein, nein! Also ich behaupte immer, dass mindestens ein oder zwei Leute ganz sicher auch wieder aus dieser Entwickler-Ebene kommen, dass die sagen, ich hab das früher mal gemacht, so, ich mach das jetzt auch! Ich weiß es nicht, aber ich würde es halt machen, wenn es mein Spiel wäre, würde ich auf jeden Fall irgendwie keine Probleme machen! Guck mal hier, Sony Music hat das Orchester ja hier gemacht! Ja! Und die Hollywood Studios Symphony! Das ist schon gut! Musik ist gut! Also ich finde generell, um mal ein bisschen jetzt zu fazitieren, um ein Fazit anzubieten, ich fand schon vieles auch nicht verkehrt und es hat mir auch Spaß gemacht! Das ist halt, wenn man, wie ich, die Story irgendwann nicht mehr mag oder auch verfolgt, ist es halt so Gebratze, Gebratze, Gebratze und es sieht cool aus und es macht Bock! Im Co-op-Modus mit dir macht es natürlich doppelt Bock, weil man sich absprechen kann und irgendwann so eine gewisse Dynamik entsteht, wo man weiß, was der andere macht und sich aufeinander einstellt! Die Endbosse fand ich furchtbar, richtig furchtbar, ganz schlimm! Auf einer Ebene mit Callisto-Protokoll und ansonsten... Moment, was war denn an dem Callisto-Protokoll, da gab es nur einen Endboss im Endeffekt, ne? Zwei Endbosse und den einen viermal! Ja, was war denn der... Ungefähr so habe ich mich hier gefühlt! Ne, Moment, der ist ja nur mutiert, also es ist doch noch einer! Das war immer nur... Ne... Ja, wer war denn noch da? Ne, 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 ich glaube... Ne, ne, es ist der, der zwei Oberkörper in einem hat... Ne, das war kein Endboss! Das war eine Einführung von einem neuen Gegner! Das war kein richtiger Boss, finde ich! Der kommt viermal! Ja, ja, weil es eine Einführung ist von einem neuen Gegnertyp! Ich glaube, es gab nur eigentlich, ähm... Ja, dann gab es nur einen! Einen! Wenn du das so siehst, gab es nur einen! Der ist mutiert! Der war auch scheiße! Also, die hatten halt ein ganz, ganz komisches Boss-Design, weil du ja nur quasi diese Ausweich-Aktion dreimal machen musstest! Und dann war's das! Also, da war das Boss-Gegner-Design hier deutlich stärker bei Resident Evil, als bei Callisto-Protokoll! Das ist eine gute Frage, finde ich! Ob einer luftboxend im Büro von Capcom stand, als er die Steinszene vorgestellt hat? Weil es gab ja irgendwo einen Pitch! Irgendwann hat jemand gesagt, pass auf, ich hab eine super Idee für diesen Endkampf! Damit die nicht sofort zusammenkommen, ist da dieser Stein und der... Und der Chris boxt den mit seinen massiven Muskeln in die Lava rein und alle jubeln und klatschen! Irgend so was muss passiert sein! Also, ganz ehrlich, ich hätte... Ich weiß nicht, ich finde... Also, hätte mir das einer so rübergepitcht und ich hätte hier die Entscheidungsgewalt... Ich hätte es angenommen, ich hätte gesagt, geil! Befördern! Das wäre meine Antwort gewesen! Geil, Mann! Befördern! Weil es war eines der Highlights des Spiels! Weil ich... Da weißt du doch als Entwickler, darüber wird jeder diskutieren! Irgendwann wird Simon von Giga Games hier sitzen! 2023 und über diese Szene sprechen! Und er hatte recht! Ja, weil sie einfach so verflucht ikonisch ist! Ja, oder ist die Szene... Also, ist die Szene deswegen so markant, weil sie das Beste ist in diesem ansonsten... Ziemlich... Also, du weißt, was ich meine! Es ist einfach das Beste unter den Schlechtesten! Diese Szene! Nein, das ist einfach eine coole Szene! Das ist einfach so eine coole Szene! Weißt du, da haben sie einfach... Ich hab noch nichts dagegen! Da haben sie einfach die Menschlichkeit komplett gestrichen! Sie haben gesagt, okay, wir sind an einem Punkt, wo ein Ledermann, äh, Matrix-Moves macht! Wo ein Mann, der quasi nur aus Armen besteht! Ja, irgendwie, äh, Zombies und Grobzeug zerreißen kann! Wieso soll er nicht ein Stein in die Lava boxen? Ich meine, wir sind im Inneren eines Vulkans! Keiner kann mir erzählen, dass man da noch gedacht hat, wir müssen irgendwie Realität bewahren! Die kämpfen im Inneren eines Vulkans! Nein, niemand hat... Es ist am Ende ja auch Resident Evil! Es ist ja... Ich sag das ja auch nur aus Spaß! Ich find's halt echt blöd! Aber ich kann damit leben! Ich meine, sie hatten Jill Sandwich schon im ersten Teil! Es soll ja eine Trash-Reihe sein! Aber dann, finde ich, sollten sie diesen Trash auch noch mehr zelebrieren! Da ist es mir dann noch zu sehr... Hihi, ich bin aber auch ein richtiges Spiel! Dann musst du irgendwie... Also, die Story kann ich dann nicht ernst nehmen! Sorry, dann musst du mir halt... Aber weißt du... Airplane versuchte ja auch nicht im letzten Drittel noch zu erklären, dass das alles realistisch ist, was hier passiert! Ja, aber weißt du, das Spiel... Ich finde, guck mal... Machen dir Resident Evil-Spiele Spaß? Das hier nur so halb! Also, mit mir hat's dir aber richtig Spaß gemacht, ne? Natürlich! Aber so im Großen und Ganzen würdest du sagen... Resident Evil-Spiele, ach, die kann man schon mal durchspielen! Die machen schon Spaß! Ich meine, auch in Village hat ja auch Spaß gemacht, oder? Natürlich! Ich bin mega der Fan! Aber ich war halt auch damals ziemlich enttäuscht! Und ich weiß heute immer noch, warum! Ja, aber jetzt... Guck mal! Die haben so eine Rezeptur! Die haben diesen Trash! Dieses... Nicht ernst nehmen! Aber dann haben sie trotzdem irgendwie dieses ganze Gerüst drumherum! Und nur deswegen funktioniert das! Weißt du, wenn du das nicht so über... Wenn du es zu sehr verulken würdest, dann würde auch irgendwie die Würze verloren gehen! Ich finde, die haben eine perfekte Mischung aus Trash, Ernsthaftigkeit und so... Die haben da irgendwie einfach ein geiles Konzept! Also ich liebe alle Resident Evil-Spiele! Alles cool! Du bist der krassere Fan offensichtlich als ich! Und ich dachte, ich wäre schon hart ein Fan! Das kannst du jetzt mal so... Nur weil du alles gut findest, bist du ja nicht automatisch der bessere Fan! Nö, aber ich finde halt alles gut, ne? Aber du bist schon ein krasser Fan! Und du kennst dich auch mehr aus als ich und so! Insofern gebe ich den Stab, den ich nie wollte! Gerne den Virenstab! Gerne weiter an dich! Die ultimative Fan-Flakette! Wird es weitergereicht, oder wie? Ich hab sie nur für dich warm gehalten! Ne, also es hat mir echt Spaß gemacht! Es war schön, auch mit jemandem... Ich mag's vor allen Dingen, weil das Spiel, gerade der Fünfer, hat ja immer so einen schlechten Ruf bei manchen, und auch bei mir, dass es schön war, mit jemandem zu spielen, der auch Bock hat auf das! Weißt du, der das nicht mit mir durchkloppt, damit man's hat, sondern der halt, ähm... Ja, auch die ganze Zeit das Schöne darin sieht! Ich fand's schön! Ich hab mich jetzt über die letzten 10 Stunden gut unterhalten gefühlt! Das einzige, was wir nie finden werden, ist jemanden, der Resident Evil Zero mag! Das ist, glaub ich... Was, Moment, ich mag Resident Evil! Hab ich doch erzählt! Gamecube-Zeit, Resident Evil Zero! Ja, natürlich! Warst du denn daran schlecht? Ich muss jetzt erstmal... Ich muss das alles erstmal verarbeiten! Ich muss wirklich erstmal verarbeiten, was du hier für Sachen sagst! Ich hab mal mit einem Kumpel... Ach so, werd ich getrollt? Ist das... Ich hab mal mit einem Kumpel auf... Also, Beta-Gott hieß der, haben wir auf YouTube auch Videos, wir haben Raccoon City durchgespielt und wir hatten richtig Spaß! Es war richtig nice eigentlich! Es war eigentlich ein geiles Koop-Spiel! Bist du gerade gestorben, vom Stuhl gefallen? Nein, du hörst mich einfach schwer atmen! Willst du Raccoon City mal mit mir durchspielen? Ähm, jetzt muss ich grad... Welche... Moment, Raccoon City... Raccoon City war dieses Säuberungsprogramm von Umbrella, die halt während, nach den Ereignissen von Resident Evil 2 nach Raccoon City geschleust wurden, um dort halt aufzuwischen, Spuren zu vernichten! Da spielst du also die Bösen! Moment! Das ist geil gewesen! Alle haben das zerrissen! Klar, das war ein reiner Koop-Shooter! Aber du meinst Out... Ja, Out... Denkst... Outbreak? Nee, Operation Raccoon City hieß das! Operation Raccoon City! Alter, ich kann mich so gar nicht grad dran erinnern! Ich muss mir das mal angucken! Da hattest du auch so unterschiedliche Charaktere, die eine war eine Heilerin, der andere war ein Sprengstoffexperte, der andere konnte Cloaken, also unsichtbar machen und so ein Traum! Ah! Ja, das habe ich tatsächlich eigentlich auch ganz gerne gespielt, glaube ich! Und das hat ja jeder ultimativ gehasst! Also das war ja... Also das war so verhasst, aber ich fand's richtig nice! Doch, doch! Weißt du, du musst einfach dich davon lösen, dass es kein Horrorspiel ist oder kein Resident Evil ist, klassischen Sinne, sondern es ist wie eine Art Spin-Off als Koop-Action-Shooter! So, ne? Und wenn du das halt verinnerlichst, das ist einfach... Das ist wie Metal Gear Rising! Alle haben das gehasst! Metal Gear Rising war genial! Verdammt! Das war so ein gutes Spiel, Metal Gear Rising! Also wenn ich ein Key habe zu einem Spiel und möglichst viele von den Spielen verkaufen will, dann komme ich zu dir, ja? Ja, ich glaube, ich muss in die Marketing-Abteilung! Nein, das sind einfach so Spiele... Nee, ist wirklich okay! Ich mag es ja, dass so viele unterschiedliche Meinungen bestehen! Das sind einfach so Spiele, weißt du, wenn du dich davon löst und du sagst, okay, das hat nur Thematik, Resident Evil, das spielt in diesem Kosmos, aber es ist halt nicht Teil der Serie und du sagst, da habe ich jetzt Bock drauf, ich schnappe jetzt irgendwie einen Kumpel und wir spielen das abends durch, dann ist das richtig geil, das Game! Das ist ein echt solides Koop-Spiel! Also gerade Raccoon City irritiert mich echt, weil ich kann mich daran erinnern, aber das muss einer der Titel sein, die ich wirklich kaum gespielt habe. Ähm, kam das in den USA nur raus oder war das in den USA? Nö, nö, das war sogar deutsch vertont! Hab das deutsch? Ja, ich frage mich nur gerade, weil irgendwie kann ich mich daran erinnern, aber es ist echt schon lange her, ne? Das wäre krass, wenn ich das nicht gespielt hätte oder nicht so richtig gespielt hätte, aber da kommt mir gerade nicht viel. Hast du Metal Gear Rising gespielt? Ja, das haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich fand das auch okay, aber es war mir zu, ähm, zu Button-Mesherig. Echt, ich fand das so gut? Es war ja auch nicht schlecht, aber du musstest so lange rumkloppen. Wir haben irgendwann die Hände wehgetan und ich habe trotzdem nicht alle Gegner erledigt und dann war es auch schwer und irgendwie hat mich das schon ein bisschen frustriert. Also es sieht jetzt nicht so schlecht aus, was ich hier bei Raccoon City sehe. Nö, das habe ich gar nicht gespielt. Ja, wie gesagt, ein bisschen erinnert mich es an die Outbreaks, weil ja auch selbe Stadt, selbes Szenario, aber ich fand die letzten Multiplayer-Titel auch nicht so schlecht. Das Coole an Operation Raccoon City war, dass du halt mal so die Gegenseite erlebt hast. Weißt du, du warst dann wirklich bei Umbrella, als Umbrella auch noch böse war und hast dann halt gesehen, wie da so ein Säuberungstrupp da reingejagt wurde. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja, eigentlich ist das ja auch das, was man noch nicht so häufig gesehen hat. Das will man ja eigentlich haben. Also wie irgendein Militärmensch sich rettet vor dem Virus, das haben wir ja schon mehrfach gesehen. Ich hätte eh gerne mir gewünscht, dass Resident Evil mehr die Umbrella-Seite beleuchtet, weil das ja eigentlich ein echt komplexer Konzern ist mit so vielen unterschiedlichen Abteilungen und Einheiten und Kommandos und Befehlsketten. Da hätte man eigentlich auch irgendwas cooles draus basteln können. Hm, ja und wenn ich das sehe, verstehe ich auch gar nicht, warum das alle so gehasst haben. Aber es war, was dieses Squad-Gaming angeht, vielleicht auch vor seiner Zeit. Es war halt so, weißt du, es war halt so, dass die, dass die halt, ja, diese Problematik, dass die Fans halt immer sagen, ich will aber meine Resident Evil-Formel, ne? Ich will Resident Evil 2. Darauf sind die halt so hängen geblieben. Ich meine, ich weiß auch noch, als Resident Evil 7 vorgestellt wurde, heute sagt jeder das der beste Teil oder die meisten, viele sagen das. Und ich weiß noch, als das kam und wir auf Pressevorführungen waren, wie die Leute Panik geschoben haben. Immer dieses Argument, das ist doch kein Resident Evil mehr. Das ist Ego-Perspektive. Was soll das komische Schimmelzeug da sein? Keine Zombies und so weiter und so fort. Buh, buh, buh. Ja, da wurde auch richtig rumgeheult. Und jetzt ist es das Game, ne? Ja, aber das ist halt so. Der Fan definiert sich auch durch das Rumheulen. Und wer alles sofort am Anfang geil findet, der kann kein richtiger Fan sein. Ich glaube, ich bin einfach... Ich fand... Ja. Ich glaube, ich bin einfach ein fröhlicher Mensch, was so Sachen angeht. Ich freue mich einfach über alles immer so, weil ich mir denke, oh geil, ich hab Spaß. Ja. Wenn du brauchst einen großen Arm, ein riesen Auge und ganz viel Blut, was spritzt, und dann bist du offensichtlich auch schon zufrieden. Und das ist doch auch eine schöne Sache. Ich hab da gar keine Meinung zu, weil ich finde ja auch viel gut, was so in die Richtung geht. Aber ich brauch vor allen Dingen storytechnisch, brauch ich mal etwas, was mich echt packt. Weil für mich war Resident Evil bisher immer B-Horror-lame. Und ich kann Leute, die dann diese Story so feiern, kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Ja, gut, das hat ja auch alles mögliche, ne? Animations- und Zeichentrickserien und Filme und... Ja. Das ist halt auch ein riesen Kosmos. Aber ist der wirklich gut genug dafür? Brau... Ja, der Kosmos, ja. Aber ist die Story wirklich so gut, dass man all diese Medien damit machen muss? Also ich bin ganz ehrlich, die Filme haben mich nicht wirklich interessiert. Mila Jovovic war so ausgelutscht, das ging... Also der erste damals ja, weil der auch noch neu war und man das sehen wollte. Und das war zu der Zeit, wo irgendwie alle darauf standen, Menschen zu zerstückeln. Ja, in 13 Geistern gab es ja auch so eine Spiegelszene, wo der eine da irgendwie von dieser Glasscheibe da in der Mitte durchgeteilt wurde. In The Cube wurde gestückelt, in Resident Evil wurde gestückelt. Und da hat es irgendwie reingepasst. Aber danach, nach Teil 1 der Filme, hat mich da auch nichts mehr wirklich interessiert. Also für mich gab es nur Resident Evil 1. Ich musste gerade an das Gestückeln denken, weißt du noch Ghost Chip? Ja, Ghost Chip hatte genau das. Dieser geile Anfang, wo alles weggemetzelt wird. Alter, das war ein geiler Anfang. Und dann kam nichts mehr. Nee, danach kam nur noch Desmond Harrington, der das falsche Spiel gespielt hat. Aber das war es dann auch. Aber der Anfang war krass. Puh, bei mir kommt jetzt gleich leider noch eine Stunde Beef gucken. Und ich will kurz noch mal eine Pause machen. Also ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ja, ich muss auch. Wir finden uns wieder, ne? Wir finden irgendein anderes Spiel, was wir da spielen. Die Liste ist lang. Dead Rising. Da haben wir doch unseren Trash. Boah, das dauert mir zu lang, oder? Dead Rising ist auch wieder so ein langes Spiel. Nee, das geht nicht lang. Kann ich auswendig. Also ich verspreche gar nichts. Ich verspreche nichts live im Stream. Aber wir gucken mal. Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, ich bedanke mich. Du hattest das ja angeboten. Und danke auch für die Versuche, mir mit Mods zu helfen. Auf jeden Fall. Bitte, bitte. Naja, rein theoretisch werden ja auch noch Revelations zum Beispiel und Resident Evil 6, wo auch hier schon einige Leute nachrufen. Und wir haben hierzu auch noch ein Story-DLC. Also rein theoretisch hätten wir noch zwei Stunden, drei Stunden Resident Evil 5. Was man mal machen könnte. Also es hört nicht auf, Simon. Es hört nicht auf. Ich wollte gerade sagen, das Spiel, das nie enden wollte. Jetzt wird erstmal bei mir Beef geguckt. Ich wünsche euch aber allen viel Spaß. Ich werde jetzt auch, wie gesagt, erstmal kurz drei Minuten Pause machen. Aber danke für deinen Support und die Hilfe. Gerne, gerne. Und ja, beim nächsten Mal dann. Ja, tschüss. Wir finden was. Mach's gut. Tschüss.